Mein Zustand hatte einen Namen, weil ich mit anderen meine Krankheit teilte. Ich war nicht mehr alleine und es war befreiend. Nach vielen Untersuchungen, bei denen es immer hieß, alles ist in der Norm, habe ich jetzt endlich zwei Diagnosen. Small-Fiber-Neuropathie und Fatigue-Syndrom. Auf diesem langen Weg habe ich nicht nur schlechte medizinische Erfahrungen gemacht. Ein paar Ärzte waren ausschlaggebend. Sie haben mir ein Stück weiter geholfen und ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich bin immer noch auf der Achterbahn. Es ist nicht vorbei, aber sie ist jetzt flacher geworden. Ich hoffe, es bleibt so und ich hoffe, ich kann irgendwann mal von dieser Achterbahn komplett absteigen. Es wäre schön, mit meinen funktionsfähigen Beinen auf der Erde zu stehen. Forschen Sie weiter. Wir alle brauchen eine Perspektive und ich brauche sie. Danke. Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren hier vor Ort und auch zugeschaltet über die Streaming-Kanäle an den Bildschirmen zu Hause. Herzlich willkommen zu unserem sechsten MBG-FD-Pressesymposium mit dem Thema Geimpft, Geschädigt, Geleugnet und Nun. Ich danke Lara für ihre keineswegs selbstverständliche Bereitschaft, uns an ihrem Schicksal teilhaben zu lassen. Ja, mit diesem harten Einstieg wollten wir sie bewusst schonungslos in die Thematik des heutigen Tages einführen. Wir freuen uns sehr, dass wieder zahlreiche Medienschaffende unserer Einladung hier nach Wils-Biburg gefolgt sind und auch einige Medien- und Pressevertreter sich online zugeschaltet haben. Wie zu erwarten, fast wieder nur aus den Reihen der neuen Medien, wie wir die freien, unabhängigen Medien gerne bezeichnen, die sich erfreulicherweise in großer Zahl seit Ausrufen der sogenannten Corona-Pandemie gegründet haben. Wir verzeichnen eine stetig wachsende Zahl der gelisteten Einträge in unserem neuen Medienportal einer MBG-FD-Aktion, auf die ich im Laufe der Veranstaltung auch noch näher eingehen werde. Die selbstverständlich eingeladenen Mainstream-Medien, die öffentlich-rechtlichen Sender, wie auch die gängigen Tageszeitungen, haben leider zum x-fach wiederholten Male unsere Einladung ignoriert, bis auf die Landshuter Zeitung, die heute eine rühmliche Ausnahme darstellt. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Persönlich anwesend, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, sind Medienvertreter von Report24, Epoch Times auf 1, Stadtzeitung, Expert Council, Kollateral, Entfesselte Kamera, Presse-Team Taufkirchen, Ecke von Nütebu, Kontrafunk und Jimmy Gerum sind per Zoom zugeschaltet. Auch der demokratische Widerstand und Radio München werden von unserer Veranstaltung berichten. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Immer mehr Menschen merken, dass sich die öffentlich-rechtlichen und die allermeisten Tages- und Wochenzeitungen und auch die bekannten Journale, den Strippen sie an der Corona-Agenda, angedient haben oder von ihnen gekapert wurden und fast eben nur noch Propagandazwecken dienen. Dass dies Gott sei Dank mehr und mehr Menschen auffällt, sehen wir auch wieder Gott sei Dank an den stark rückläufigen Abonnenten und Zuschauerzahlen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ronald Weigl, ich bin in Passau niedergelassener Frauenarzt mit dem Schwerpunkt Naturheilverfahren. Ich bin Mitinitiator und stellvertretender Vorsitzender der im Mai 2020 unter der Ägide von Professor Sucharit Bhakti gegründeten MWGFD, der Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, die diese heutige Veranstaltung ausrichtet. Wir, die MWGFD, haben von Anfang an die völlig überzogenen sogenannten Corona-Eindämmungsmaßnahmen mit wissenschaftlich evidenzbasierter Argumentation kritisiert. Und wir haben natürlich von Beginn an vor der schnell ins Feld geführten sogenannten Covid-Impfung gewarnt. Unser Vorsitzender Professor Bhakti hat schon vor der Zulassung der genbasierten sogenannten Impfstoffe die zu erwartenden gravierenden Nebenwirkungen, die ja nichts anders sind als die zu erwartenden Wirkungen dieser neuen genbasierten Verfahren, allen voran der mRNA-Technologie, in einem viel beachteten Video-Vortrag genau beschrieben. Diesen haben wir auf unserem MWGFD-YouTube-Kanal hochgeladen und der wurde zigtausendfach geklickt. Mittlerweile ist aber leider unser erster MWGFD-YouTube-Kanal mit zuletzt über 87.000 Abonnenten der bekannten Willkürzensur auf YouTube zum Opfer gefallen und wir haben einen neuen Kanal gegründet, auf den gehe ich nachher noch ein. Die MWGFD ist in vier Jahren seit ihrer Gründung zu einem großen Verein herangewachsen mit mehr als 18.000 Unterstützer-Mitgliedern. Aktuell sind es 18.838. Wir beschäftigen mehrere Mitarbeiter und bemühen uns weiterhin natürlich Aufklärungsarbeit zu leisten über unsere Webseite und über mehrere Medienkanäle. Und wir haben schon mehrere Informationsveranstaltungen und auch ein Pressesymposium schon zum Thema Covid-Impfung veranstaltet. Aber warum beschäftigen wir uns erneut mit diesem besonders bedrückenden Thema? Ja, ganz einfach mit diesem Pressesymposium unter diesem Titel Geimpft, Geschädigt, Geleugnet und nun möchten wir auf die enorme Zahl der Impfschäden und die erschütterten Schicksale der Impfgeschädigten aufmerksam machen. Wir möchten den Betroffenen ein Gesicht und die notwendige Öffentlichkeit geben. Und wir möchten auch die Schädigungsmechanismen der genbasierten sogenannten Impfstoffe noch einmal genau aufzeigen und dabei auch auf die Diagnostik von Impfschäden und natürlich auch auf die Behandlungsmöglichkeiten eingehen. Und dass das, was viele Impfgeschädigte am eigenen Leib erfahren und weiterhin auch erfahren mussten und weiterhin erfahren, unter die Haut gehen kann, davon konnten Sie sich, liebe Zuschauer, gerade eben zu Beginn schon einen ersten Eindruck machen, anhand der bedrückenden Schilderungen unseres ersten heute zu Wort gemeldet sich haben, den Impfopfers Lara. Ich danke Lara und natürlich auch allen anderen Impfgeschädigten, die Sie heute noch hören und sehen werden dafür, dass Sie den Mut aufgebracht haben, bei dieser heutigen Veranstaltung mit dabei zu sein und ihr Schicksal uns zu schildern. Lara wird übrigens am Ende des Symposiums noch einmal zur Diskussion zugeschaltet. Da muss ich Ihnen gleich berichten, dass eine Betroffene, Manuela, die eingeplant war, aufgrund ihres wirklich schlechten Gesundheitszustands nicht dabei sein kann, weder persönlich noch per Video. Sie hat aber eine schriftliche Botschaft abgegeben und die ist dann in unserer Pressemappe zu finden. Und auch einige weitere Betroffene, die mitmachen wollten, haben sich nicht in der Lage gesehen, in letzter Instanz ihren Vortrag live zu halten und haben daher vorab eine Videobotschaft aufgenommen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass bei dieser Veranstaltung die meisten Betroffenen nicht mit vollständigen Namen genannt werden wollen, aus Angst vor Nachteilen und Repressalien und wir haben uns deshalb darauf geeinigt, dass wir sie mit ihrem Vornamen nennen. Die heute vortragenden Impfopfer und die Fachreferenten stellen ihre Präsentation und die Videos der Presse zur Verfügung und hierfür haben wir einen Telegram-Kanal eingerichtet, dessen Link wir gerne an die interessierte Presse weitergeben. Dort können die Materialien dann heruntergeladen werden. Den Link, den sehen Sie öfter im Ticker, der läuft hier öfter durch, aber Sie können den auch auf unserer Homepage finden und wer es will, kann uns anschreiben, wir schicken ihm den Link zu. Aber jetzt kurz noch zum Ablauf, wir möchten in diesen etwa dreieinhalb Stunden Vortragsteil, mit dem wir dann bis circa 17.30 Uhr fertig sein möchten, die wichtigen Themen besprechen und danach wird noch eine weitere Stunde Zeit für Diskussionen und Fragen. Aus dem anwesenden und zugeschalteten Publikum oder aus der Presse sein. Ende der Veranstaltung wird es so gegen 18.30 Uhr sein und zu diesem Zeitpunkt wird dann auch der Livestream über die verschiedenen Kanäle beendet sein. Da werden wir uns dann von unseren Zuschauern verabschieden und danach wird für die anwesenden Medien noch die Möglichkeit bestehen, in Einzelinterviews mit den hier Vortragenden noch Näheres zu erfahren. Ich soll auch gleich von unseren Organisatoren erinnern daran, dass wir bitten, alle hier im Raum die Handys auszuschalten, weil es immer so lästig ist, wenn die zwischendrin dann klingeln würden. Und schon an dieser Stelle danke ich unserem wirklich enorm engagierten MWGFD-Team, das dieses Pressesymposium initiiert und minutiös geplant hat. Ich bin ganz stolz auf unser Team. Also was hat uns veranlasst, das auf die Beine zu stellen? Was war die Idee der Veranstaltung? Auf den unterschiedlichsten Wegen, unter anderem über unsere Therapeuten-Vermittlungs-Hotline, ich spreche da nachher drüber noch, aber auch über die MWGFD-Meldestelle für Impfgeschädigte, für mutmaßlich Impfgeschädigte und haben sich zahlreiche betroffene Menschen hilfesuchend an uns gewandt und insbesondere unser Mitarbeiter Johannes Klasen, der hier links neben mir sitzt, den Sie später noch hören werden, hat den persönlichen Kontakt zu den vielen Impfopfern, die sich bei uns gemeldet haben, aufgenommen. Und daraus ist dann ein gleichnamiges MWGFD-Filmprojekt entstanden, geimpft, geschädigt, geleugnet und nun mit zahlreichen Interview-Videos, das sich wirklich großer Zuschauerzahlen erfreut. Es soll auch ein Dokufilm daraus noch entstehen und ein Buch. Die Videos können Sie auf unserem MWGFD-YouTube-Kanal finden, der momentan leider, wir haben einen neuen aufgemacht, erst sehr wenige Abonnenten hat. Wir hatten schon mal 87.000, ich habe gerade davon gesprochen. Jetzt sind es knapp über 7.000 und deshalb die Bitte an euch, wenn ihr heute mit zuschaut, insbesondere über den Livestream hier auf MWGFD-YouTube-Kanal, dann abonniert diesen bitte gleich, braucht nur auf den schwarzen Button Abonnieren klicken. Und ganz gut wäre, wenn sich alle Zuschauer auch noch anmelden würden auf der MWGFD-Webseite, entweder als Unterstützermitglied, auch das ist ganz einfach, in der Menüleiste oben erklärt, oder eben für den Newsletter, den wir anbieten. Da können Sie sich eintragen und dann können wir, falls wir wieder mal eine Sperrung oder Löschung unseres Kanals erleben müssen, was ja sein kann, bei zunehmender Zensur können wir sie dann erreichen. Aber zurück zum heutigen Thema. Die Einzelschicksale der Geschädigten sind größtenteils erschütternd. Es gibt jetzt auch über zwei Jahre nach den Impfungen, das erlebe ich auch in meiner eigenen Praxis, immer noch neue Schadensmeldungen. Das heißt, es ist zu befürchten, dass wir erst am Anfang einer viel, viel größeren gesundheitlichen Katastrophe stehen. Erschütternd ist auch, dass die Betroffenen größtenteils Seiten der Politik und auch der Medien weder gesehen noch ernst genommen werden. Und auch die finanzielle Unterstützung kommt Ihnen längst nicht in dem Maße zu, wie es notwendig wäre. In Anbetracht der Tatsache, dass ja die Hersteller der mRNA-Injektionen darüber Bescheid wussten, dass es zu schwerwiegenden Schädigungen kommen könne, und zudem beim Vertragsabschluss über unsere Politiker, die da zugestimmt haben, ein Haftungsausschluss vereinbart wurde, sollte nun endlich ein gesellschaftlicher Diskurs über diese Kostenübernahmen, die notwendigen, die damit die Impfgeschädigten entschädigt werden können, in Gang kommen. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Veranstaltung, die wir heute über die Bühne bringen, dazu beitragen können. Die sich heute hier zu Wort meldenden Impfopfer stehen natürlich exemplarisch für eine Vielzahl an Geschädigten. In diesem Pressesymposium möchten wir eben auch den wissenschaftlichen Hintergrund noch einmal genau erläutern. Die Schädigungsmechanismen, wie ich schon gesagt habe, die diagnostischen Möglichkeiten, wie wir Impfschäden nachweisen können und natürlich auch, wie wir sie therapieren können. Wir hoffen, mit dieser Veranstaltung einen Impuls zu geben, um die wirklich endlich notwendige sachliche Aufarbeitung der vielfältigen Impfschäden im Interesse der Betroffenen und auch der Gesellschaft endlich, endlich voranzutreiben. Ich danke an dieser Stelle schon meinen Kolleginnen und Kollegen, den Fachreferenten, die auch am Zustandekommen dieser Veranstaltung mitgewirkt haben und deren Vorträge sie heute im Laufe des Nachmittags noch hören dürfen. Wir haben übrigens auch Professor Bernhard Schiefer angeschrieben. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Wir haben ihn eingeladen zur Veranstaltung, aber leider keine Antwort bekommen. Professor Schiefer ist zeichnet ja verantwortlich für die staatlich geförderte Post-Covid-Ambulanz an der Universitätsklinik Marburg. Eine Betroffene wird uns später noch von ihren Erfahrungen mit dieser Einrichtung berichten. Auch Professor Schiefer weiß natürlich, dass längst nicht alles, was unter Post- oder Long-Covid formiert, ursächlich auf die Viruserkrankung zurückzuführen ist, sondern ganz klar die Nebenwirkungen der Impfung sind. Und viele Geimpfte erkranken ja gerade nach dieser Impfung, sogenannten Impfung, und bekommen ein sehr geschwächtes Immunsystem und damit immer wieder Coronavirus-Erkrankungen. Und dann schiebt man die Beschwerden und Schäden gerne der Viruserkrankung in die Schuhe und etikettiert das Post-Vac-Syndrom, wie wir die Impfschäden nennen, einfach als Long- oder Post-Covid um. Aber wir können durch spezielle Untersuchungen, für die Sie heute auch noch hören werden, genau unterscheiden zwischen Post-Covid und Post-Vac. Aber nun zu unserem nächsten Fall. Ich darf ankündigen, die neben mir sitzende Anja, die uns über ihre Krankheitsgeschichte erzählt, über das Krankheitsbild ME-CFS. Das steht für myalgische Encephalomyelitis oder Chronic Fatigue-Syndrom. Das ist eine ganz häufig auftretende Beschwerdesymptomatik, Erkrankung nach Covid-Impfung. Und sie wird uns über ihr Leiden berichten, das leider sehr viele Menschen betrifft. Und ich bin gespannt, was sie uns erzählen wird. Guten Tag. Ich bin Anja aus Sinsheim, 62 Jahre alt. Ich leite seit drei Jahren an ME-CFS, an myalgischer Encephalomyelitis. Ein schwieriger Begriff, aber genauso schwierig ist auch die Situation der betroffenen Menschen. Das ME steht für myalgische Encephalomyelitis. Myalgie bezeichnet den Muskelschmerz. Encephalomyelitis steht für die Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. CFS bedeutet chronisches Fatigue-Syndrom, chronische Erschöpfung. Eine Krankheit, die auch den schwach macht, der vorher sehr stark war. ME-CFS ist eine chronische Multisystemerkrankung, die wohl hunderttausende Menschen betrifft, von der Öffentlichkeit aber weitgehend übersehen wird. Das liegt wohl auch daran, dass viele Schwerstbetroffene ihre Wohnungen nicht verlassen können, bettlägerisch sind, nicht selten Tage und Wochen in abgedunkelten Räumen verbringen, weil sie Licht und Geräusche nicht ertragen können. Auch ein Teil der Menschen, die nach Corona postvirale Symptome entwickeln, erkrankt an ME-CFS. Und ganz genauso kann die Erkrankung durch die Impfung ausgelöst werden. ME-CFS ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Symptomen. POTS ist eine Kreislauffehlsteuerung. Wenn ich aus dem Liegen aufstehe, dann schießt der Puls um mindestens 30 Schläge nach oben, während der Blutdruck stabil bleibt. Ich persönlich habe sehr starke Kopfschmerzen, die sich auch mit Schmerzmitteln nicht stoppen lassen. Ich schlafe mit diesen extremen Kopfschmerzen ein und ich wache damit auf. Dann ist jeder Reiz, ob es ein Geräusch oder ein Licht ist, alles ist dann keine Sinneswahrnehmung mehr, alles vernichtet sich in eine Schmerzwahrnehmung. Muskelschmerzen fühlen sich an, als ob ich stundenlang geschlagen und getreten worden wäre. Dann tut jeder einzelne Muskel im Körper weh. Das ist unvorstellbar. Wenn ich zum Beispiel einen Kugelschreiber oder einen Besteck halte, bekomme ich starke Schmerzen in den Fingergelenken, die sich über das Handgelenk bis in die Schulter ausbreiten. Die ersten zwei Jahre meiner Erkrankung waren die Nervenschmerzen so extrem, dass ich keine Berührung ertragen konnte. Wenn mein Mann mich umarmen wollte, habe ich aufgeschrien vor Schmerz. Die Kleidung, alles was mit der Haut in Berührung kam, war schmerzhaft und unerträglich. Mein Schlafrhythmus hat sich geändert. Ich schlafe oft nur ein paar Stunden am Stück, manchmal auch nur ein paar Minuten. Dann wache ich auf. Manchmal ist der Kopf von einem Moment auf den anderen leer. Ich weiß nicht, welcher Tag ist. Ich kann mich nicht an Termine erinnern. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Ich hatte große Angst, mich selbst zu verlieren. Gott sei Dank hat sich das wieder gebessert. Das Hauptkriterium für die klinische Diagnose von ME-CFS ist jedoch die Belastungsintoleranz, die mit einer Brust exaktionellen Malaise, abgekürzt PEM, einhergeht. Viele Betroffene nennen das auch Crash. Leben mit ME, das ist vergleichbar mit einem Handyakku, der nicht mehr vollständig lädt, egal wie viel man sich ausruht. Jedes Mal, wenn er zu sehr entladen wird, verstärken sich die Symptome und es treten neue auf. Je schwerer die Erkrankung, desto weniger kann der Akku überhaupt noch laden. Und je niedriger der Akkustand, desto stärker werden die Symptome. Und jede Aktivität kostet Energie. Egal, ob es eine körperliche wie Einkaufen oder ein kurzer Spaziergang oder eine geistige Tätigkeit ist, wie ein Gespräch, Lesen oder Fernsehen. Weil PEM bis zu 72 Stunden verzögert einsetzen kann, ist es für mich oft schwer einzuschätzen, ob ich die Schwelle überschritten habe und welche Aktivität zu viel war. Tritt PEM ein, ist die Energie, mit der man morgens startet, noch weiter abgesenkt. Das heißt, man kann in dieser Zeit noch weniger Tätigkeiten durchführen, bevor es zu vielen starken Symptomen kommt. Je weiter man die Überlastungsschwelle überschritten hat, desto stärker sinkt die Baseline ab und desto stärker sind die Symptome, oft bis zur vollständigen Bettlägerigkeit. Dieser Zustand kann dann Tage bis Wochen anhalten oder zu einem dauerhaften Absinken des Energieniveaus führen. Leider gibt es bisher keine wirksamen Therapien. Aber ich kann lernen, innerhalb meiner Energiegrenzen zu bleiben und die Überlastungsschwelle möglichst selten zu überschreiten. Dafür gibt es den Begriff Pacing. Pacing ist keine Therapie. Es dient lediglich dazu, die mit der Überlastung verbundenen Abwärtsspirale so gut wie möglich aufzuhalten. Es geht darum, durch vorausschauendes Planen und Priorisieren von Aktivitäten bestmöglichst die eigenen Energiegrenzen einzuhalten. Schwer Erkrankte können PEM allerdings häufig trotz konsequentem Pacing nicht verhindern, da bei ihnen essentielle Tätigkeiten wie Essen, Waschen oder leichte Bewegungen schon einen Gräsch auslösen. Aber auch als moderat Betroffene schaffe ich es nicht immer, PEM zu verhindern, weil ich zum Beispiel Arzt- oder Behördentermine wahrnehmen muss oder Ereignisse dazwischen kommen, die mich zwingen, über die Grenzen zu gehen. Eine Hilfe für mich ist meine Fitnessuhr. Damit kann ich zumindest die körperliche Aktivität etwas im Auge behalten. Ich war bis zur Impfung mit Biontech im Januar 2021 topfit. Mein Leben war ausgefüllt und ich war hochzufrieden und glücklich. An dem Punkt, wo ich immer hinwollte. Ich bin glücklich verheiratet. Ich hatte einen tollen Job. Ich hatte ein wunderbares Leben. Ich weiß noch genau, an welchem Tag mein Leben gekippt ist. Sechs Tage nach der zweiten Impfung begannen neurologische Symptome. Im Verlauf kamen immer neue Symptome dazu. Es ist schwer zu ertragen, dass jegliche Zuwendung zu viel ist. Wenn mein Mann mich in den Arm nehmen will und ich ihn abwehre, weil es Schmerzen auslöst, wenn er mich umarmt. Wenn ich keine Gespräche führen will, weil mir die Konzentration fehlt. Wenn ich keine Anrufe annehmen will, weil es mich erschöpft und meine Stimme versagt, wenn ich länger spreche. Ich habe in meiner Verzweiflung viele Fachärzte aufgesucht. Aber die Ärzte finden keine Erklärung für meine Beschwerden. Und dann werden F-Diagnosen vergeben, also psychisch. Irgendwann habe ich verstanden, von schulmedizinischer Seite kommt keine Hilfe. Ich habe dann glücklicherweise den MWGFD gefunden und dadurch die Adresse einer Spezialklinik erhalten. Dort war ich im August 23 für drei Wochen und durfte eine starke Verbesserung erleben. Durch die Infusionen, die Medikation und die entzündungsfreie Ernährung konnte ich nach den drei Wochen wieder Treppen steigen. Das war so ein tolles Gefühl. Mein Körper ist nicht kaputt. Die Funktionen sind zwar ausgeschaltet, aber es gibt Mittel und Möglichkeiten, diese wieder zu aktivieren. Leider hat die Wirkung noch ein paar Wochen angehalten und mein Zustand ist mittlerweile fast wieder auf dem Stand wie vorher. Tatsächlich funktioniere ich trotz meiner vielfältigen Beschwerden und Schmerzen in den meisten Situationen, in denen ich für meine Mitmenschen sichtbar bin, normal. Den Preis für dieses Funktionieren zahle ich mit sogenannten Crashs danach. Mittlerweile kann ich wieder Berührungen ertragen. Man kann mit mir sprechen. Ich kann hier im Licht mit vielen Geräuschen teilnehmen. Durch einen sogenannten Adrenalinschub kann man die letzten Kräfte aktivieren. Dann pumpt der Körper alles raus, was er gerade hat, weil man muss halt jetzt etwas tun und sprechen und sich konzentrieren. Also wenn ich jetzt hier bin, in einem scheinbar wesentlich besseren Zustand, weiß ich durchaus leidvoller Erfahrung, dass diese Anstrengung zu einem Crash führen wird. Morgen, spätestens übermorgen werde ich dafür bezahlen und wieder Tage bis Wochen in einem schlechteren Zustand verbringen müssen. Ich habe für mich festgelegt, dass ich etwa zwei Stunden am Tag zur Verfügung habe, ohne dass ich dadurch eine Verschlechterung erlebe. Wenn ich mehr als diese zwei Stunden verbrauche, dann läuft mein Akku leer bis zum letzten Tropfen und es kommt der Crash. Dann dauert es viele Tage, bis mein Akku wieder etwas aufgeladen ist. Es gibt immer noch zu wenig Ausbildung und Interesse bei den Ärzten an dieser neuroimmunologischen Multisystemerkrankung. Und so sind wir ME-CFS-Erkrankte weiterhin dramatisch unterversorgt. Es ist ein Skandal, dass man hilfreiche und notwendige Nahrungsergänzungsmittel selbst googeln und im Ausland bestellen muss und dann selbst zahlt, weil es die Krankenkasse ablehnt, weil es keine Studien dazu gibt. Wir haben persönlich mittlerweile Zehntausende von Euro investiert in hilfreiche Mittel, damit es mir überhaupt so geht wie jetzt. Aber ein Anfang ist gemacht und die Entwicklung geht an vielen Stellen in die richtige Richtung. Irgendwann können die Impfschäden nicht länger ignoriert und belöchelt werden. Ich schließe mit einem Ausspruch von Gandhi. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke dir für deine sehr bewegenden Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Das macht sicherlich anderen Betroffenen Mut, sich zu äußern, sich einzugestehen, dass man mit der Impfung wahrscheinlich einen Fehler gemacht hat. Viele haben sich natürlich unter den diversen Gründen impfen lassen. Ich erlebe das auch in meiner Praxis. Natürlich war die Angst und Panikmache ein Riesenthema. Und ich finde es immer großartig, wenn jemand sich durchaus eingestehen kann, dass man auch mal einen Fehler gemacht hat. Und wenn dieser Status erreicht ist, geht es wieder bergauf. Und man kann, wie du es uns gerade erzählt hast, wieder neue Hoffnung schöpfen, dass es Hilfen gibt. Und ich vertraue darauf. Ich weiß, dass es Hilfen geben wird für die Impfgeschädigten. Ich finde es gut, du hast Mut gemacht. Vielen Dank nochmal, dass du dich gemeldet hast bei uns. Als Nächsten darf ich meinen lieben MWGFD-Kollegen, Privatdozent Dr. Michael Palmer, ankündigen, der uns einen Vortrag halten wird zum Thema Wie und warum machen uns gentechnische Impfstoffe krank? Michael Palmer ist Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie und auch Biochemiker. Er ist der Koordinator der Doctors for Covid Ethics. Das ist unsere internationale Schwesterngruppe, wo auch Susharit Bhakti und einige andere mit dabei sind. Michael Palmer war Student schon bei Susharit Bhakti, später sein Assistent und dann Mitarbeiter am Lehrstuhl für medizinische Mikrobiologie und Hygiene an der Universität Mainz. Später ist er selber Professor geworden, ist nach Kanada gegangen, hat einen Lehrstuhl für Biochemie in Kanada gehabt, sehr anerkannt. Und nur weil er sich kritisch zum Covid-Thema geäußert hat und sich nicht impfen lassen wollte, hat er diesen Lehrstuhl verloren. So ging es einigen anderen Kollegen leider, leider auch. Es ist traurig. Ich finde es klasse, dass Michael Palmer sich davon nicht brechen lässt, nicht mundtot machen lässt, sondern weiterhin wichtige Botschaften an die Menschen gibt. Und ich freue mich auf seinen Vortrag, den wir per Videobotschaft jetzt hier einspielen. Guten Tag, mein Name ist Michael Palmer. Ich danke dem MWGFD für die Einladung zu diesem wichtigen Symposium und ich danke den Betroffenen, die heute hier sind, für ihren Mut, mit ihren Erfahrungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Mein Thema heute ist die Frage, wie und warum machen uns gentechnische Impfstoffe krank? Kurz zu meiner Person. Ich bin als Arzt ausgebildet, aber bin nach meinem Studium in die Wissenschaft gegangen. Ich habe zunächst für zehn Jahre am Institut von Professor Sucharit Bhakti in Mainz gearbeitet und danach für 20 Jahre als Professor für Biochemie in einer kanadischen Universität. Die schädlichen Effekte der gentechnischen Impfstoffe waren eigentlich von Anfang an zu erwarten. Bereits im März 2021 schickten Professor Bhakti und Kollegen einen offenen Brief an die europäische Aufsichtsbehörde EMA, der von vielen Ärzten und Wissenschaftlern mitunterzeichnet wurde. In diesem Brief wurden die drohenden Gefahren klar benannt. Die Impfstoffe würden nicht an der Einstichstelle bleiben, sondern sich in unserem Körper verteilen. Zellen überall in unserem Körper würden das fremde Antigen, das heißt also Spike-Protein, produzieren und unser Immunsystem würde diese Zellen dann angreifen und zerstören. Diese Vorhersagen haben sich nicht nur erfüllt, sondern sie sind von der Realität leider noch überholt und übertroffen worden. Zunächst zur Frage der Verteilung der Impfstoffe im Körper. Diese Daten sind aus einer Studie, welche Pfizer bei diversen Aufsichtsbehörden einreichte, offenbar auch bei der EMA. Die EMA musste also wissen, dass ein Teil des Impfstoffs sich im Körper verteilt. Wir sehen einen raschen Anstieg im Blut kurz nach der Injektion und danach eine Anreicherung in diversen Organen, besonders stark in Leber, Milz, Nebenlieren und Eierstöcken. Ein erheblicher Teil des Impfstoffes bleibt tatsächlich am Injektionsort zurück. Man muss aber bedenken, dass man das Risiko einer versehentlichen Injektion direkt in die Blutbahn nie ganz vermeiden kann. Es ist gut möglich, dass viele besonders schwere und rasch einsetzende Nebenwirkungen durch versehentliche Injektionen in die Blutbahn verursacht worden sind. Wenn man vom Fach ist, dann muss man aus diesem Organverteilungsmuster außerdem herauslesen, dass sich der Impfstoff auch in der Plazenta und in der Muttermilch anreichern wird. Beides hat sich inzwischen am Menschen bestätigt. In der Versuchsphase wurden hierzu aber weder Tierversuche noch klinische Studien durchgeführt. Dennoch wurde die Impfung sofort nach der Notfallzulassung schwangeren Frauen und stillenden Müttern empfohlen. Wenn es noch einen Rest Rechtsstaatlichkeit gäbe, dann wären schon allein für diese Sache Köpfe gerollt. Der offene Brief von der EMA sagte aus, dass die Impfstoffe unser Immunsystem dazu bringen, unsere eigenen Körperzellen zu zerstören. Wir könnten uns fragen, warum kommt unser Immunsystem überhaupt auf eine solche Idee? Die Zerstörung von Körperzellen ist ein notwendiges Übel zur Abwehr von Virusinfektionen. Ein Virus, das in eine Zelle eindringt, verwandelt diese Zelle in eine Virusfabrik. Hier die elektronenmikroskopische Aufnahme einer infizierten Zelle, die dabei ist, haufenweise Grippeviren abzusondern. Die Oberfläche der Zelle wurde hier blau eingefärbt, die Viruspartikel sind rötlich. Es liegt wohl auf der Hand, dass eine solche Virusfabrik unschädlich gemacht werden muss. Wir werden kurz beleuchten, auf welche Weise das Immunsystem virusinfizierte Zellen ausschaltet. Die Infektion einer Zelle beginnt damit, dass sie das Virus aufnimmt. Danach legt das Virus seine Hülle ab und die Nukleinsäure wird freigesetzt. Bei vielen Viren, so auch bei dem Covid-Virus, besteht diese Nukleinsäure aus RNA. Diese kann sofort an die sogenannten Ribosomen der Zellen binden, welche dann die viralen Proteine zusammenbauen. Die meisten dieser Proteinmoleküle werden dann an die Zelloberfläche transportiert, wo sie in neue Viruspartikel eingebaut werden. Einige der Proteinmoleküle aber bleiben im Zellinneren zurück und werden dort in Fragmente zerlegt. Diese Fragmente werden dann ebenfalls an die Zelloberfläche transportiert, zusammen mit einem speziellen Trägermolekül, dem sogenannten MHC-1-Protein. In dieser Form werden sie von Zytotoxischen T-Lymphozyten erkannt, die einen passenden T-Zell-Rezeptor haben. Diese Zellen bezeichnen wir auch als T-Killer-Zellen. Die T-Killer-Zelle lässt daraufhin eine Reihe von giftigen Proteinen auf die infizierte Zelle los und bringt sie um. Ich habe die T-Killer-Zelle hier klein, rund und blau gezeichnet. T-Killer-Zellen und andere Lymphozyten gehören zu den weißen Blutkörperchen und sie sind eigentlich farblos. Aber nach der Anfärbung für die Mikroskopie sehen sie tatsächlich dunkelblau aus. Das merken wir uns schon einmal für später. Die intakten Virusproteine werden an der Zelloberfläche auch von Antikörpern erkannt und gebunden. Diese gebundenen Antikörper können dann das sogenannte Komplementsystem aktivieren. Dies ist eine Kaskade von Proteinen im Blutplasma, deren Aktivierung zur Bildung von Löchern in der Zellmembran führt. Dies ist ein zweiter Mechanismus zur Abtötung virusinfizierter Zellen. Antikörper können aber auch direkt an das Viruspartikel binden und es im Eintritt in unsere Körperzellen hindern. Wenn wir zu Beginn der Infektion schon Antikörper haben, aufgrund einer vorausgegangenen Infektion oder aber einer Impfung, dann schützen uns die Antikörper auf diese Weise vor einer erneuten Erkrankung. Wir merken uns, sowohl Lymphozyten als auch Antikörper und Komplement können virusinfizierte Zellen abtöten. Antikörper können aber auch unsere Zellen vor Infektion schützen. Bei den gentechnischen Impfstoffen gegen Covid-19 gibt es zwei Varianten. Auf der rechten Seite haben wir die mRNA-Impfstoffe. Diese enthalten eine synthetische mRNA, welche das Spike-Protein des Covid-Virus kodiert. Diese ist in einen Lipid-Nanopartikel verpackt. Nach der Aufnahme in die Zelle wird die mRNA freigesetzt und sorgt dann dafür, dass die Zelle das Spike-Protein synthetisiert. Die folgenden Schritte sind dann dieselben wie zuvor besprochen. Das heißt, die Zelle wird von T-Killer-Zellen und von Antikörpern angegriffen und zerstört. Bei den Adenovirus-Impfstoffen wie AstraZeneca gibt es noch einen vorgeschalteten Zwischenschritt von DNA zu RNA. Aber das Ergebnis ist im Prinzip dasselbe. Man erzählt uns gerne, dass gentechnische Impfstoffe nicht gefährlicher seien als natürliche Viren oder lebende Impfstoffe. Aber dies ist irreführend. Wie wir noch sehen werden, befallen gentechnische Impfstoffe die Blutgefäße. Die meisten Viren tun das nicht. Aber die Viren, die es tun, wie zum Beispiel Dengue oder Gelbfieber, sind gefährlich. Da sich die bisher eingesetzten gentechnischen Impfstoffe nicht im Körper vermehren können, muss man auf einen Streich eine hohe Dosis geben. Wenn man Pech hat, dann kollidiert diese hohe Dosis frontal mit einem schon stark aktivierten Immunsystem. Im Gegensatz dazu wächst ein Virus langsam heran. Und wenn wir schon immun sind, dann wächst es erst gar nicht. Gentechnische Impfstoffe fliegen unter dem Radar des Immunsystems. Was ist damit gemeint? Wie schon besprochen, wird eine virusinfizierte Zelle die Proteine des Virus herstellen. Unser Immunsystem macht ein Antikörper gegen diese Proteine. Die Antikörper erkennen die viralen Proteine und neutralisieren die Viruspartikel. Wenn ein mRNA-Impfstoffpartikel die Zelle betritt, dann macht die Zelle wiederum die viralen Proteine und das Immunsystem macht auch wieder Antikörper. Aber die Impfstoffpartikel enthalten keine viralen Proteine. Daher können diese Antikörper die Impfstoffpartikel nicht erkennen und also auch nicht am Eintritt in die Zellen hindern. Was also passiert stattdessen? Egal, wie viel Immunität Sie schon haben, ein mRNA-Impfstoff wird auf jeden Fall in Ihre Zellen gelangen. Und je mehr Immunität Sie schon haben, desto abrupter und zerstörerischer wird dann die Immunreaktion ausfallen. mRNA-Impfstoffe verdienen den Namen Impfstoff wirklich nicht. Sie sind im Grunde nur Gifte, welche perfekt dazu geeignet sind, unser Immunsystem gegen unseren eigenen Körper aufzustacheln. Diese zerstörerischen Wirkungen ließen sich aus ganz elementaren Regeln der Immunologie vorhersagen und, wie eingangs besprochen, wurden sie auch vorhergesagt. Schwere Nebenwirkungen werden tatsächlich häufiger nach wiederholten Impfstoffinjektionen beobachtet. Ich werde hier nur ein Beispiel zeigen. Dieses Diagramm zeigt Myokaditis-Fälle, die dem amerikanischen Versmüllesystem berichtet wurden. Wir sehen, dass die Zahl solcher Fälle nach der zweiten Injektion deutlich ansteigt. Nach Daten aus der Schweiz kommt Myokaditis nach der dritten Injektion noch häufiger vor. Hier sehen wir einen Fall von Myokaditis unter dem Mikroskop. Dies ist einer der Fälle, die von Professor Arne Burkhardt untersucht wurden. Auf der linken Seite gesundes Herzmuskelgewebe zum Vergleich. Die Muskelzellen verlaufen parallel von links unten nach rechts oben. Auf der rechten Seite zahlreiche kleine, runde, blaue Lymphozyten. Einige Muskelzellen scheinen noch intakt zu sein, aber andere haben den blauen Zellkern verloren und sind tot. Und besonders am rechten Rand sind die Muskelzellen auch schon durch narbiges Bindegewebe ersetzt worden. Dieser Patient hatte zwei Monate vor seinem Tod eine einzige Impfung gehalten. Er hatte auch pathologische Veränderungen in diversen anderen Organen. Professor Burkhardt erhob ähnliche Befunde auch bei mehreren anderen Fällen und nicht nur im jüngeren Alter. Dieser Patient zum Beispiel war bereits 85 Jahre alt. Diese lymphozytenreiche Form der Myokaditis wurde am häufigsten beobachtet. Einige Fälle aber zeigen ein anderes Bild. In diesem Fall zum Beispiel dominieren nicht Lymphozyten, sondern Granulozyten und Monozyten. Dies ist hier ganz links zu sehen. In der Mitte sehen wir einige Herzmuskelzellen mit horizontalen roten Streifen. Diese Streifen deuten darauf hin, dass die Zellen mit Calcium geflutet worden waren. Dieses Calcium kam vermutlich durch Komplementporen in die Zelle hinein. Die braunen Flecken im Bild ganz rechts sind Komplementproteine, die man auf diesen Muskelzellen dargestellt hat. Die beiden Formen von Myokaditis entsprechen wohl den zwei Mechanismen von Immunangriff nach mRNA-Impfung. Die T-Killerzellen dominierten bei dem ersten Fall und dieses Bild findet sich bei der Mehrzahl der Fälle. Antikörper und Komplement dominierten wahrscheinlich beim zweiten Fall und auch für dieses Bild gibt es weitere Beispiele. Aufgrund des raschen Verlaufes im zweiten Fall muss man annehmen, dass dieser Patient bereits vor seiner ersten Impfung hohe Antikörper-Spiegel hatte und zwar höchstwahrscheinlich aufgrund einer nur kurzer Zeit zurückliegenden Infektion. Dies ist die Folge davon, dass man auch Leute mit schon überstandener Infektion zur Impfung ermuntert und sogar genötigt hat. Hier ein weiterer Fall von Myokaditis aus der Sammlung von Professor Burkhardt. Hier ist die Entzündung schon weitgehend ausgebrannt. Das rote Gewebe ist Herzmuskel, der helle Fleck in der Mitte ist eine Narbe. Selbst wenn man die akute Phase einer Myokaditis übersteht, können solche Narben später noch gefährlich werden. Das Herz ist ein sehr besonderes Organ mit einer ganz eigenen Funktionsweise. Bei jedem Herzschlag zieht eine Welle elektrische Erregung durch das ganze Herz, zunächst durch die Vorhöfe und dann durch die Kammern. Es ist sehr wichtig, dass diese Welle regelmäßig anläuft und auch wieder abläuft. Wenn wir Narben im Herzmuskel haben, dann bricht sich dort die Erregungswelle. Je schneller die Wellen an- und ablaufen, desto mehr Chaos kann hieraus resultieren. Wenn man Pech hat, dann führt dies zu schweren Rhythmusstörungen bis hin zum Kammerflimmern. Dies ist wohl der Grund für die vielen plötzlichen Herztode unter geimpften Sportlern in den letzten Jahren. Professor Burkhardt fand lymphozytenreiche Entzündung auch in vielen anderen Organen, hier zum Beispiel in der Lunge. Links sehen wir gesundes Lungengewebe. Die weißen Bezirke sind die luftgefüllten Lungenbläschen, dazwischen zarte, dünne, stark durchblutete Gewebeschichten. Im rechten Bild links unten ein ähnliches Bild, etwas weniger stark vergrößert. In der Mitte sehen wir eine große Anhäufung von Lymphozyten. Dieses Bild ist bei weitem nicht das drastischste in Professor Burkhards Sammlung. In einigen anderen Fällen waren über weite Strecken überhaupt keine luftgefüllten Räume mehr zu sehen. Unser nächster Fall wurde vom Pathologen Dr. Mörz aus Dresden berichtet. Der Patient litt nach seiner dritten Impfung an Krampfanfällen. Dies ist ein typisches Symptom von Encephalitis, die sich dann auch postmortem fand. Ganz links die konventionelle Gewebefärbung. Pfeil Nummer 1 zeigt auf eine tote Nervenzelle, Pfeil Nummer 2 auf einen Lymphozyten. Was diese Studie besonders interessant macht, ist der Nachweis von Spike-Protein im Gehirngewebe. Die braunen Flecken im mittleren Bild zeigen an, wo es ist. Das gleichzeitige Fehlen von Nucleokapsid, einem anderen Virusprotein, beweist, dass das Spike-Protein von der Impfung stammte und nicht von einer Infektion mit dem Virus. Es gab bei diesem Patienten auch keine Vorgeschichte einer Infektion. Es fand sich aber außerdem eine Myokaditis. Besonders häufig von Impfschäden betroffen sind die Blutgefäße. Dies wurde bereits im offenen Brief von der EMA vorausgesagt und es hat sich seither deutlich bestätigt. Der Schadensmechanismus ist im Prinzip dasselbe wie auch anderswo im Körper. Aber wenn die Gefäßinnenwand zerstört wird, dann führt dies zusätzlich zur Bildung von Blutgerinnseln. Dies erklärt das häufige Auftreten von Thrombosen, Lungenembolien, Herzinfarkten und Schlaganfälle nach der Impfung. Hier zwei Schnitte durch zwei kleine Hirngefäße, ebenfalls aus Professor Burkhards Sammlung. Links im Bild wieder zahlreiche Lymphozyten, rechts außerdem ein Blutgerinnsel, welches das Gefäß verstopft. Ein ähnliches Bild sehen wir auch in größeren Gefäßen. Ganz links ein Stück gesunder Gefäßwand zum Vergleich mit sogenannten glatten Muskelzellen. Im mittleren Bild eine Gefäßwand, die vom Lymphozyten infiltriert und in Auflösung begriffen ist. In einigen von Professor Burkhards Fällen war es zum Bersten solcher entzündeten Gefäße gekommen. Rechts wiederum ein Gerinnsel in einem entzündeten Gefäß. Wie schon gesagt, durchsäuchige Gerinnsel erklären sich die vielen Herzinfarkte und Schlaganfälle nach gentechnischen Impfungen. Im Zusammenhang mit den gentechnischen Impfstoffen sollten wir auch noch auf Autoimmunität zu sprechen kommen. Sowohl nach Covid-19-Impfung als auch bei Autoimmunkrankheiten greift unser Immunsystem körpereigene Zellen an und zerstört sie. Es ist daher nicht überraschend, dass die pathologischen und klinischen Befunde in beiden Fällen ähnlich sind. Man findet viele Fallberichte zu Erkrankungen nach Covid-19-Impfung, die als Autoimmunkrankheiten diagnostiziert wurden, zum Beispiel als Autoimmunhepatitis oder Enzephalitis. Zumindest in einigen dieser Berichte deuten die Befunde aber eher auf eine Immunreaktion gegen das Spike-Protein hin. Die Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes zählt zu den sogenannten Chamäleons der Medizin. Derselbe Auslösemechanismus verursacht hier vielfältige Schäden an ganz verschiedenen Organen. Dasselbe lässt sich auch von den Erkrankungen nach Covid-19-Impfung sagen. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Echte Autoimmunerkrankungen werden durch eine Fehlfunktion des Immunsystems verursacht. Aber bei den gentechnischen Impfstoffen tut das Immunsystem einfach nur, was man von ihm erwarten muss. Man muss aber auch erwarten, dass bei Patienten, die schon vorher in Autoimmunerkrankungen litten, die Impfungen schwerere Reaktionen hervorrufen werden. Andererseits kann die durch Impfstoffe ausgelöste Entzündung am Ende auch zu echter Autoimmunität führen. Weitere Impfungen wären dann gar nicht mehr nötig, um die Krankheit weiter am Laufen zu halten. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass Autoimmunerkrankungen behandelbar sind. Und dies trifft auch für Organ- und Gefäßentzündungen nach Impfung zu. Es ist daher äußerst wichtig, Impfschäden ernst zu nehmen und korrekt und eingehend zu diagnostizieren. Ich habe in meinem Vortrag den Schwerpunkt ganz eindeutig auf den immunologischen Mechanismus der Zellzerstörung gelegt. Der Grund ist, dass dieser Mechanismus weitaus am besten belegt ist. Es gibt aber einige andere Effekte, die man in Betracht ziehen muss. Dazu zählen die Toxizität kationischer Lipide in den Lipid-Nanopartikeln der mRNA-Impfstoffe, die direkten giftigen Wirkungen von Spike-Protein, die Kontamination der mRNA-Impfstoffe mit DNA und Methylpseudo-Uridin, welches in der modifizierten mRNA enthalten ist. Ist es möglich zu entscheiden, welcher Effekt die Hauptrolle spielt? Wir stellen zunächst fest, dass alle gentechnischen Impfstoffe ähnliche Effekte haben. Alle Impfstoffe induzieren Spike-Protein, aber nicht alle enthalten kationische Lipide. Dies spricht für Spike als das wesentliche Element. Einige Leute schreiben den direkten giftigen Wirkungen von Spike-Protein die Hauptrolle zu. Diese Giftwirkung sollte aber durch Antikörper gehemmt werden, ähnlich wie dies zum Beispiel auch bei Diphtherie oder Thetanostoxin der Fall ist. Wir sollten also nach wiederholter Impfung eine Abnahme der schädlichen Wirkungen sehen, aber das Gegenteil ist der Fall. Ähnliche Argumente lassen sich auch gegen eine prominente Rolle der anderen Mechanismen ins Feld führen. Allerdings muss man die DNA-Kontamination und Methylpseudo-Uridin im Auge behalten, insbesondere im Hinblick auf ihre mögliche Rolle bei bösartigen Erkrankungen, über welche besonders in letzter Zeit bei Geimpften vermehrt berichtet wird. Prof. Klaus Steger wird hierzu in seinem Vortrag noch etwas sagen. Dennoch, der am besten belegte Mechanismus ist der Immunangriff auf die Körperzellen, die den Impfstoff aufgenommen haben. Ich betone noch einmal, dass man vorher wissen musste, dass dieser Effekt auftreten und zu schweren Schäden führen würde. Darüber hinaus ist er allgemeingültig. Das heißt, wir müssen bei zukünftigen gentechnischen Impfstoffen gegen Grippe oder anderer Viren mit genau demselben Ergebnis rechnen. Vielen Dank. Guten Tag. Mein Name ist Michael Pahl. Michael Pahl für diese wirklich sehr ausführlichen und gut verständlichen Schilderungen, mit denen er uns noch einmal das Schadenspotenzial dieser sogenannten Impfstoffe erklärt hat. Die Zusammenfassung, dass diese Impfstoffe nichts anderes sind als Gifte, die unser Immunsystem gegen den eigenen Körper aufstacheln, bringt es auf den Punkt. Und dass es vorher alles bekannt war von den Impfstoffherstellern, das muss uns eigentlich zutiefst empören. Mich als Gynäkologe, Frauenarzt empört natürlich auch, dass mein Fachverband, die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, schon die Frauenärzte aufgefordert hat, die Schwangeren und Stillenden großzügig zu impfen und zwar noch längst bevor die STIKO dann die Empfehlung für Schwangere und Stillende ausgesprochen hat. Also dieser Wahn, der da umgegangen ist, muss auch auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Und ich freue mich, dass Michael Palmer auch auf unseren leider im letzten Jahr durch einen tragischen Unglücksfall verstorbenen Kollegen, Professor Arne Burkhardt, eingegangen ist, seine wahnsinnig tollen Bilder gezeigt hat. Arne Burkhardt und sein Team aus Pathologen und Biologen hat, das kann man wirklich sagen, Pionierarbeit geleistet, weltweit anerkannt und er hat, damit kann man sagen, das wesentliche Puzzleteil zur Aufklärung der Impfschäden geliefert. Wir sind eben darüber wirklich zutiefst zu Dank verpflichtet und wir werden ihn natürlich weiterhin ehren und ihn nie vergessen, unseren Arne. Ich leite über auf die neben mir sitzende Betroffene Gabriele Buchsbaum aus Wien. Sie erzählt uns ihre Krankheitsgeschichte und berichtet dabei auch über die schwierige Situation der Impfgeschädigten in Österreich und was sie selber erlebt hat bei der Gründung ihrer Selbsthilfegruppe. Ich freue mich auf deinen Vortrag, liebe Gabriele. Als erstes möchte ich mich bedanken für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich hier sprechen kann. Ich möchte mal damit beginnen, dass die Situation in Österreich wirklich unter jeder Kritik ist. Es hilft uns gar niemand. Es ist wirklich katastrophal. Ich beginne jetzt, ich wurde, also ich bin 62 Jahre alt, bin geimpft zweimal mit BioNTech-Pfizer im Mai 21 und im Juni 21. Bereits im August traten dann sehr starke Kopfschmerzen mit Nackensteifheit, extrem starkes Zittern, verschwommenes Sehen, Schwindel auf. Ich kam dann ins Krankenhaus und es wurde eine Hirnhautschwellung links und rechts frontal diagnostiziert. Danach setzte auch fast zeitgleich extreme Erschöpfung, Übelkeit, Kurzatmigkeit, Herzrasen, Kribbeln und Schwäche in den Beinen sowie Schmerzen am ganzen Körper ein. Ich hatte dann unzählige Spitalsaufenthalte. 2023 war es so weit, dass ich mehr im Krankenhaus war als zu Hause. Es folgte dann auch 2024, Jänner, Februar, zwei Monate Spitalsaufenthalte durchgehend. Es wurde dann von einem Neurologen zwar die Diagnose unerwünschte Nebenwirkungen bei der Covid-19-Impfung gestellt, was mir aber auch nicht weiter half. Die Kosten für Ärzte, Labore, Medikamente und Therapien belaufen sich jetzt auf 15.000 Euro. Tendenz steigend, weil man muss ja immer wieder weiter Untersuchungen machen und in Österreich ist es nicht möglich, Blutuntersuchungen zu machen. Wir müssen das alles nach Deutschland schicken, weil es einfach in Österreich keine adäquaten Labore gibt. Ich habe aufgrund meiner schweren Symptome und dieser zunehmenden Schwäche am ganzen Körper und in den Beinen bereits einen elektrischen Rollstuhl, einen Rollator für zu Hause und Sauerstoff, ein Atemgerät zum Schlafen und brauche eigentlich fast für alles im Alltag Hilfe. Wir wurden 80 Prozent Behinderung und das Pflegegeld der Stufe 1 genehmigt. Ja, und jetzt möchte ich auf unsere Selbsthilfegruppe kommen. Also praktisch vor einem Jahr im April kam ich dann auf die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, was in Österreich nur mit Problemen verbunden war. Es gibt eine Institution in Österreich, die für alle Selbsthilfegruppen zuständig ist und die hat uns an und für sich verweigert, eine Selbsthilfegruppe für Postwachs-Syndrom zu gründen. Zuerst haben sie gemeint, ja, sie müssen nachdenken über das Ganze und wir bekommen dann Bescheid. Und dann kam nie irgendetwas zurück auf mehrmaliges, immer wieder E-Mails schreiben und so kam dann zurück. Ja, sie haben noch keine Entscheidung und danach war dann eigentlich gar nichts mehr. Ich habe aber jetzt in der Zwischenzeit einen Verein gegründet, dem Postwachs-Syndrom Austria und habe bereits 1.100 Mitglieder bekommen. Die nächste Hürde ist der Impfschaden beantragen. Es ist leider so, dass die Ärzte angehalten werden und die Diagnose Postwachs oder Impfschaden nicht zu bestätigen. Und somit fängt dieser Kreislauf an, nachdem uns das die Ärzte nicht bestätigen und wir dann zum Gutachter kommen, dann bekommen wir beim Gutachter natürlich auch kein adäquates Gutachten für den Impfschaden, dass wir den genehmigt bekommen. Noch dazu kommt, dass in Österreich die Medien auch angehalten werden, die öffentlichen Medien, dass sie sich nicht für uns interessieren und somit haben wir auch keine Möglichkeit, irgendwo uns publik zu machen oder aufmerksam auf uns zu machen, dass wir Hilfe bekommen. Ich würde mir wünschen für mich und für alle in Österreich, dass wir Gehör bekommen, dass wir Anlaufstellen bekommen, Anerkennung unseres Impfschadens, dass wir Pflegegeld in angemessener Höhe unserer Gesundheitsschädigung bekommen, richtige Einstufung der Behinderung, Ärzte, die wirklich helfen möchten und von der Krankenkasse dafür auch bezahlt werden, uns zu helfen, Therapiekostenübernahme von der Krankenkasse, sämtliche Kostenübernahme der Medikamente und Vitamine und Alternativmedizin, die wir benötigen, Linderung in jeglicher Form unserer Leiden, Gelder für Forschung unserer Erkrankung, entsprechende finanzielle Unterstützung, um unser schweres Leben etwas erträglicher zu machen, für den täglichen Alltag. Postwag muss anerkannt werden, denn uns läuft die Zeit einfach davon. Ich denke, wir haben alle denselben und einzigen Wunsch, wieder unser Leben zurückzubekommen, dass wir Solidarität und Vertrauen in unseren Staat fast verloren haben. Es soll nicht weiter weggeschaut werden, denn wir sind da und wir haben keine Zeit. Ich denke, das ist das größte Verbrechen in der Geschichte. Ich danke Ihnen. Danke dir, liebe Gabriele, für die wirklich unter die Haut gehenden Schilderungen deiner Erlebnisse und danke für das Engagement, dass du in Österreich eine der ersten Selbsthilfegruppen gegründet hast und dass du dann schon über 1.000 Mitglieder hast mit deiner Postwag-Syndrom-Austria. Ich finde, es ist ein Jammer-Spiel, dass die Ärzte angehalten werden, die Diagnose Postwag nicht zu stellen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wir machen das wahrscheinlich auch gerne, weil die allermeisten Ärzte ja selber geimpft haben und sich ja ungern eingestehen, dass sie damit mit diesen Impfungen den größten Schaden ihren Patienten zugefügt haben. Aber es wird demnächst, denke ich, sich ändern und Aufarbeitung geben. Ja, ich möchte mal über dieses Beispiel einer gegründeten Selbsthilfegruppe auf eine Aktion hinweisen, die wir von MEGFD anbieten, auf unserer Webseite. Ich bitte den Bernd, die Folie 1 einzublenden, Selbsthilfegruppe, unser Projekt Selbsthilfegruppe. Wir haben uns nämlich gedacht, dass wir unbedingt die Vernetzung der einzelnen Selbsthilfegruppen untereinander und mit den Ärzten, den behandelnden Medizinern, Ärzten, Heilpraktikern und anderen eben fördern sollen. Und deswegen haben wir diese Seite erstellt und da bitten wir euch einzutragen, wenn ihr so eine Selbsthilfegruppe gegründet habt und natürlich auch proaktiv weiterhin die Aufforderung an Menschen, die betroffen sind, die sich zutrauen, gründet Selbsthilfegruppen. Und es ist so wichtig, dass Menschen Hilfe finden, Vernetzung finden, Raum für offene Gespräche finden und einen vertraulichen Rahmen. Wir wollen dazu beitragen, dass es Vernetzungen der Selbsthilfegruppen untereinander gibt, dass die Vernetzungen zu dem Medizinernetzwerk, das wir auch gegründet haben, dass ich nachher noch erklären werde, dass diese Vernetzung stattfinden kann. Jetzt leite ich über auf den nächsten Vortrag meines MEGFD-Kollegen, der rechts außen neben mir sitzt oder nicht ganz außen, Prof. Dr. Klaus Steger. Er ist Molekularbiologe und Anatom. Er war zuletzt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen tätig. Er wird uns heute über die möglichen Laboruntersuchungen bei Verdacht auf Covid-19, Impfschaden oder Impftod berichten. Er spricht die diagnostischen Möglichkeiten an zum Nachweis von Impfschäden. Er wird über die Zusammenarbeit mit Pathologen berichten, die molekularbiologischen Methoden, die wir haben, um Impfschäden nachzuweisen, über unsere möglichen Partnerlabore. Und wir haben ja auch ein neues eigenes Labor, MEGFD-Labor, das Institut für Molekulare Diagnostik in Berlin gegründet. Und auch das wird er ansprechen. Ich freue mich auf deinen Vortrag, lieber Klaus. Okay. Okay, gut. Besten Dank. Ich sehe jetzt leider meinen Vortrag noch nicht. Also die Zeit läuft zwar, aber ich sehe mein erstes Dier nicht. Dann kannst du das erste Dier bitte an den I. Ja, ich kann vielleicht schon mal anfangen. Wenn es um Impfschaden oder Impftod geht, gilt es eigentlich drei Fragen zu klären. Zum einen ist in einer Blutprobe oder in einer Biopsie, Spike-Protein nachweisbar. Wenn das der Fall ist, dann kommt die Frage zwei. Ist es Virus-Spike oder ist es Impf-Spike? Und wenn letzteres der Fall ist, also bei Impf-Spike, dann bietet sich seit letztem Jahr ja noch an, zusätzlich nach eventuellen DNA-Verunreinigungen zu suchen. Seit letztem Jahr wissen wir ja, dass durch den Herstellungsprozess auch DNA über die Vermehrung von Bakterien in den Impfstoff gelangen kann. Das wäre natürlich der ultimative Beweis, dass es tatsächlich von der Impfung kommt. Ich sehe immer noch nichts. Wir haben noch Zeit. Sag nochmal, Claudia, kannst du es bitte einblenden? Was? Ja, der Claudia. Okay. So, es sollte auf der ersten Folie ein Übersichtsschema kommen mit relativ vielen Pfeilen. Ich kann aber schon mal ein bisschen vornweg greifen. Also wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Beschwerden oder auch der Tod eines Angehörigen, die ursächlich mit einer oder mehreren Covid-19-Injektionen in Zusammenhang steht, dann kontaktieren Sie am besten die Meldestelle oder die Hotline der MWGFD. Dort hört man sich zunächst mal Ihr Problem an und vermittelt Sie dann auch zu einem Arzt oder zu einem Pathologen in Ihrer Nähe. Das ist wichtig, weil die teilnehmenden Ärzte oder Pathologen müssen natürlich wissen, wie sie mit dieser Probe umgehen müssen. Die Untersuchungen in diesem neuen Labor am Institut für molekulare Diagnostik in Berlin sind natürlich molekularbiologische Spezialuntersuchungen. Und das heißt, die Proben müssen also entsprechend vorbehandelt werden, damit die während des Transports nicht kaputt gehen und damit auch sicher gesteuert ist, dass die Proben dann tatsächlich dort untersucht werden können. Ja, wunderbar. Mittlerweile sehe ich das tatsächlich. Wir können aber jetzt eigentlich gleich zum nächsten gehen. Kann man das vielleicht mit Handzeichen machen? Okay. So, der einfachste Nachweis wäre natürlich eine Blutuntersuchung, das erfolgt mit dem sogenannten ELISA-Test. Im Endeffekt handelt es sich um solche Kunststoffplatten mit kleinen Vertiefungen drin, die heißen im Fachjargon Welles. Und links unten sehen wir so einen Längsschnitt durch ein solches Well. Und da sehen wir, dass an die Wand dieses Welles ein Antikörper gebunden ist, an dem auch Spike binden kann, sofern es in ihrer Blutprobe vorhanden ist. Man gibt dann einen weiteren Antikörper dazu, an dem ein Farbstoff gebunden ist, hier in diesem Falle gelb. Und ist also Spike im Blut vorhanden, dann bindet er an dieses Spike-Protein und wir sehen dann anschließend eine Gelbfärbung. Wenn kein Spike vorhanden war, dann wird das mit einem Puffer ausgewaschen und dann haben wir, wie rechts oben zum Beispiel auf der Platte zu sehen, ist eben keine Färbung. Es ist auch nicht nur eine Ja-Nein-Aussage, man kann auch eine quantitative Aussage dazu machen. Da sieht man so links ein bisschen so farbliche Noisen. Das heißt, man könnte eventuell auch im Laufe einer Therapie schauen, ob die Spike-Konzentration tatsächlich abnimmt. So, das wäre der Vorteil. Der Nachteil ist, damit mit dieser Methode leider nicht zwischen einem Virus-Spike und einem Impf-Spike unterschieden werden kann. Dazu bräuchte man zum Beispiel eine andere Methode. Nächstes Bild bitte. Die Methode heißt Immunhistochemie. Kann man an Zellen machen. Das wären das linke und das mittlere Bild unten. Kann man auch an Gewebeproben machen. Und dann wurde ja von meinem Vorredner Michael Palmer schon der Begriff Nucleokapsid, also N-Proteine, eingeführt. Das wäre diese rote Markierung, die man hier am Antikörper sieht. Und das ist eben typisch für eine Virusinfektion. Das heißt, wenn Sie eine Virusinfektion durchgemacht haben, dann kann man anschließend in Ihrem Blut- oder Gewebe-Antikörper gegen das S-Protein, das Spike, das ist hier gelb dargestellt, und das N-Protein, das Nucleokapsid, hier rot dargestellt. Das N-Protein war übrigens auch die Grundlage für den Corona-Schnalltest. Da wurde auch N getestet. So, und wenn Sie die beiden unteren Bilder rechts außen anschauen, die Gewebebilder, das ist ein Herzmuskelgewebe, da sehen Sie ein kleineres Gefäß. Und das zweite von rechts, da sehen Sie die Innenauskleidung. Dieses Gefäß ist braun gefärbt, denotiert sollen. Spricht also für das Vorhandensein eines Spike. Und rechts daneben ist es mit N gefärbt. Und da sehen Sie eben keine Färbung. Das heißt, in diesem Fall kann man davon ausgehen, dass dieses Spike von der Impfung kommt. Der Nachteil dieser Methode ist jetzt, dass viele Menschen natürlich eine Infektion hatten und zusätzlich geimpft wurden. Die haben natürlich Spike und N-positiv. Und man kann also jetzt nicht sagen, ob jetzt von diesen Spike-Proteinen zusätzlich auch noch Spike von der Impfung herkommt. Dazu müssten wir jetzt weggehen von den Proteinen hin zur RNA. Nächstes Bild, Mitte. Die Methode heißt dann In-Situ-Hybridisierung. Das kann man entweder im Heilfeld machen. Das wäre links, steht IHS für In-Situ-Hybridisierung. Oder das kann man auch mit Fluoreszenz machen. Das wären die rechten Bilder. Fisch genannt, kurz für Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung. Und in der Mitte sehen Sie, also prinzipiell funktioniert es ähnlich. Bloß ist der Nachweis hier nicht über Antikörper, sondern über Nukleinsäuren. Wir haben also jetzt eine spezielle Spike-Sonde, die ebenfalls mit einem Farbstoff kombiniert ist. Und wenn die an die Spike-RNA bindet, dann ist diese Farbe eben dann anschließend zu sehen. Im linken Fall ist die Farbe im Rot, im rechten Fall ist sie Grün. Wenn sie wieder ausgewaschen wird, dann ist keine Färbung zu sehen. Diese blauen Punkte auf den rechten beiden Pilden, das ist nur eine Kontrollkernfärbung, damit man sich in diesem dunklen Raum zurechtfindet. Also die Zeugkernen werden hier blau angefärbt. Einfach nicht gegen Färbung. So, und dann möchte ich einen ganz kurzen Exkurs, noch machen Sie sehen, da steht unten Spike-Mod-RNA. Vielleicht bitte das nächste Bild mal. Ja, hier möchte ich mal auf eine definitive Fehlinformation, möchte ich es Ihnen hinweisen. Die MEGFD hat vor zwei oder drei Wochen dazu auch einen zweiseitigen Flyer erstellt, die Anwesenden können den hier hinten sich abholen. Wir haben hier einen Teil ausliegen, wo mal die prinzipiellen Fehlinformationen aufgelistet sind und jeweils in kleinen Bulli-Points dargestellt ist, wie es denn richtig ist, mit Links zu den entsprechenden Studien. So, und es wird immer von mRNA gesprochen. Es ist aber definitiv Mod-RNA, modifizierte mRNA. Und wenn es zu mühselig ist, sich zig wissenschaftliche Literatur durchzulesen, dem empfehle ich, gehen Sie einfach mal auf die Homepage von Biontech, tragen Sie dann unter dem Suchbegriff mRNA-Plattform ein und dann werden Sie so ein ähnliches Bild wie in der Mitte sehen und der Text daneben beginnt, ich habe das hier in Anführungszeichen geschrieben, we use nucleoside modified mRNA. In Klammern steht definitiv Mod-RNA. So, das hat vorher Michael Palmer ja bereits kurz angesprochen. Da gibt es viele Optimierungen, die jetzt natürlich nicht alle nennen kann. Mehr stehen dann in diesem Flyer drin. Die wichtigste ist der Austausch eines Buchstabens. Die RNA besteht aus vier Buchstaben für Basen, nämlich A, U, G und C. Und das U, das für Urazil steht, das wurde also ausgetauscht gegen synthetisches Methyl-Pseudo-Urithen. Das ist dieses griechische Psi, was Sie auch in der Abbildung erkennen können. Und das Endziel dieser und auch anderer Modifizierungen ist die Maximierung der Lebensdauer dieser mRNA, weil normale mRNA, die existiert einige Minuten bis vielleicht einige Stunden. Das hat ursprünglich der Robert Malone probehalber gemacht, dass er tatsächlich mRNA in Walsimuskelzellen gespritzt hat. Hat prinzipiell funktioniert, ist für den medizinischen Einsatz völlig unbrauchbar, weil, wie gesagt, diese mRNA eben innerhalb von wenigen Minuten abgebaut wird. Das wäre zu kurz, damit die überhaupt einen Antikörper gebildet werden. So, und die Verlängerung der Lebensdauer hat wieder den Sinn, dass natürlich die Proteinmenge, also das Antigen, sprich das Spike, maximal produziert wird. Und auch das war natürlich bekannt. Ich erinnere an den unsäglichen Medizin-Nobelpreis von letztem Jahr, 2023 an Katharin Carrico und Drew Weismann, die genau für diese Forschung den Nobelpreis bekommen haben. Also von wegen, das Ganze ist in ein, zwei Wochen abgebaut, entspricht einfach nicht der Tatsache. Die Forschung der letzten 10, 15 Jahre ging eben genau darauf hin, dass diese Mod-RNA so lange wie möglich haltbar ist. Ein anderer wichtiger Unterschied natürlich, mRNA kodiert immer für körpereigene Proteine und Mod-RNA in diesem Falle für das Virus Spike-Protein und auch für die zukünftigen RNA-basierten Impfungen, die ja gegen Infektionen, vor Viren oder Bakterien schützen sollen, wird es sich also immer um ein fremdes Protein handeln und damit wird also eine ursprünglich gesunde Zelle von unserem eigenen Immunsystem zerstört. Michael Palmer hat das ja sehr schön gezeigt. So, dann sehen Sie auf diesem Flyer, da ist so ein Pferd, da steht Ihnen die Mod-RNA. Das heißt, die Mod-RNA, das sind die Krieger, die sich in diesem trojanischen Pferd verstecken und bitte das nächste Bild, das Pferd, das sind eigentlich diese Lipid-Nanopartikel, wo sich diese Mod-RNA befindet. und die sind klein, Nanobereiche können also biologische Schranken überwinden und dass sie aus einer Lipidschicht bestehen und jede unserer Zellen ebenfalls von einer Lipid-Doppelmembran, also von einer Fettschicht umgeben sind, ist es also ein leichtes, dass diese Lipid-Nanopartikel theoretisch wirklich jede einzelne Zelle unseres Körpers ja in Anfangszeichen infizieren können, was bei einem Virus ja nicht der Fall ist. Wir wissen, ganz am Anfang hat man gesagt, SARS-CoV-2 benötigt den ACE2-Rezeptor, kann also nur bestimmte Zellen befallen. Und auch das wurde schon in so einem Nebensatz von Herrn Palmer angesprochen, selbst wenn das Ziel der Impfung erreicht ist, nämlich die Produktion von Antikörpern, die also immun sind, dann würden diese Antikörper ein natürliches Virus eben vor dem Befall weiterer Zelle blockieren, davon abhalten, die Krankheit wird definitiv vorüber. Aber Antikörper erkennen eben Proteine oder Glykoproteine, aber sie erkennen keine Fette. Das heißt, sie können diese Lipid-Nanopartikel nicht davon abhalten, dass sie weitere Modellen aus in unsere Zellen liefern. Das heißt, mit jeder weiteren Impfung oder mit jedem weiteren Booster bekommen sie wieder die volle Ladung ab. So, und dann die letzte Methode, die dieses neue Labor noch anbietet, das wäre eben diese Verunreinigung durch Plasmid, DNA und das macht auch das MMD Magdeburg, Frau Professor König, einige erinnern sich vielleicht an einen MDR-Beitrag in den letzten Jahren, die macht das mit einer anderen Methode, wir verwenden PCR, kennt man auch wieder aus den Tests, mit anschließender Sequenzierung. Und das ist super genau, man kann also hier sogar nachweisen, ob die Impfstoffe jetzt von BioNTech oder von Moderna stammen. Übrigens habe ich vergessen, bei der Entsito-Hybridisierung ist das ebenfalls möglich, hier kann man also nachweisen, ist es vom Virus, ist es vom BioNTech, ist es von Moderna. Und Plasmide sind ja Nukleinsuren, die außerhalb des normalen Genoms in Zytoplasma sich dieser Bakterien verfinden und jedes Mal, wenn sich die vermehren, vermehrt sich auch dieses Plasmid mit und das Ganze wird immer in solchen Plasmid- oder Vektorkarten in der Wissenschaft verbreitet, wie wir sie links unten sehen. Das Rode ist zum Beispiel das Spike-Protein, also die Information für das Spike-Protein, die her engkloniert wurde. Dann sehen wir hier im Blau ist der SV40-Promoter, wo ich jetzt nicht näher darauf eingehen kann, aber der ist zum Beispiel nur bei BioNTech vorhanden, bei Moderna nicht. Links im Grün sehen wir Antibiotika-Resistenzen. Auch da gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Firmen, genauso wie in der Sequenz für den Spike. Das heißt, also hochspezifisch, man kann es tatsächlich zwischen Bayer Pfizer und Moderna unterscheiden und es wird dann nicht nur eine einzige Reaktion gemacht, sondern wir haben hier primär die acht verschiedene Stellen aus diesem Vektor sich rauspicken, wo man eben Unterschiede sehen kann. So und wenn man das nachweisen kann, das wie gesagt hochspezifisch ist mit PCR und anschließender Sequenzierung, dann wäre es natürlich der ultimative Hinweis, dass das tatsächlich von eine Injektion kommt, weil natürlich eine Virusinfektion ist ein Virus, überträgt natürlich keine Bakterienplasmide. So, das wären eigentlich die wichtigsten Experimente, die angeboten werden. Jeder fragt sich wahrscheinlich, wie es jetzt mit Preis ausschaut. Hier kann ich leider nichts dazu sagen, weil natürlich nicht bei jedem sinnvoll ist, alle Versuche zu machen. Das heißt, es muss dann von Fall zu Fall natürlich unterschieden werden. Im Endeffekt kann man sagen, in der Reihenfolge steigt auch der Preis. Also so ein Elisa-Test ist relativ kostengünstig, den kann man nur mit Blutplassungen machen, den kann man auch, man kann das auch speziell mit den Blutzellen machen, dann steigt natürlich der Preis. Und wenn Sie jetzt tatsächlich alles bis zum Schluss durchmachen würden, kann man mal Pi mal Daumen sagen, kommen Sie schon in den oberen dreistölligen Bereich. Das muss man deshalb sagen, weil natürlich die gesetzlichen Krankenkassen das Kenesfalls übernehmen. Wir haben schon gehört, das Problem der Anerkennung von Post-Vac. Wenn Sie privat krankenversichert sind, müssten Sie vielleicht vorher nachfragen, ob die Kosten übernommen werden. Ansonsten müssten Sie diese leider selber tragen. Also ein weiterer Grund, warum wir darauf dringen müssen, damit der Post-Vac so schnell wie möglich anerkannt ist. So, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Vielen Dank, lieber Klaus, für deine ausführlichen Schilderungen. Und es ist ja, obwohl diese Untersuchungen teuer sind, liefern die das allerletzte Beweisstückchen dafür, dass die Impfung die Ursache für die Gewebschädigung oder vielleicht für den Todesfall ist. Also der Nachweis dieser modifizierten RNA des jeweiligen Impfstoffs oder Schrägstrich DNA wird demnächst zusätzlich zu dem bisher schon etablierten Verfahren, wo man das Spike-Protein im Gewebe nachweisen kann und dann schauen kann, ob Nukleokapsid da ist, was für eine Virusinfektion sprechen werde. Kein Nukleokapsid spricht für Schaden durch den Impfstoff, das Impf-Spike und wenn wir jetzt noch diese modifizierte mRNA, die Mod-RNA oder die DNA nachweisen können, dann müsste das die volle Munition für die hoffentlich bald in Scharen auftretenden Rechtsanwälte sein, die vor die Gerichte ziehen und die Impfopfer vertreten. Das wäre das, was wir uns erwünschen würden, dass eine Klagewelle über all die Länder geht, wo geimpft wurde. Und zwar gegen die Hersteller natürlich, aber auch gegen die impfenden Ärzte, die natürlich nie richtig aufgeklärt haben. Also es wird sicherlich kommen, ich wage es vorherzusagen. Ich danke dir, dass du uns das anschaulich erklärt hast. Und es ist ein Riesenskandal. Es gibt im Zusammenhang mit dieser Impfung nur Skandale. Aber einer der Riesenskandale ist das, was der Molekularbiologe Kevin McKernan im letzten Jahr aufgeklärt hat, dass nämlich diese Impfstoffe mit 15 bis 30 Prozent verunreinigt sind, wie gerade Klaus Steger erklärt hat, mit bakteriellen DNA-Plasmiden, zweisträngige Nukleinsäureketten, die sofort auch in unsere Erbgut eingelagert werden können. Und demnächst werden wir wahrscheinlich mit diesem neuen Labor nachweisen können, dass eben auch möglicherweise Tumorgeschehen durch Insetionsmuttergenese, dass eben diese Spike-Protein, Nukleinsäure, die das Spike-Protein kodiert, sich in Zellen einlagert und dort eben Tumorerkrankungen auslösen kann. Wir werden das wahrscheinlich nachweisen können und ich denke, dass das viele Untersuchungen mit sich bringen wird, denn wir stellen alle fest, dass ganz, ganz viele Menschen mittlerweile an schnellen Tumorerkrankungen erkranken und auch leider versterben. Ich leite jetzt mal über und möchte Werbung machen für ein weiteres Angebot, was MWGFD seit Juni 2021 bereits anbietet oder bereithält und zwar die sogenannte Meldestelle für mutmaßlichen Impftod. Ich bitte mal um Einblendung, genau, danke. Wir haben zwei ganz engagierte Mitarbeiterinnen, Roswitha und Claudia, die auch Telefondienst leisten. Die Nummer und die Zeiten, an denen die erreichbar sind, sehen Sie hier im Bild eingeblendet. Es ist total wichtig, es war auch wichtig, dass wir wirklich die Todesursachen nach den Impfungen aufklären. Da hat Arne Burkhardt, wie schon gesagt, eine Riesenpionierarbeit geleistet. In quasi 80 Prozent der ihm zugesandten Fälle konnte er eindeutig die Impfung als Ursache für den Todesfall nachweisen. Und es geht weiter. Wir haben eben ein neues Labor und Zusammenarbeit mit anderen Pathologen aufgebaut und können das weiter anbieten. Und wir möchten weiterhin den Angehörigen anbieten, im Falle eines Todes, eines plötzlichen Todes und der kann noch Jahre nach der Impfung auftreten, bei jüngeren Menschen beispielsweise, wo abzuklären ist, ob nicht die Impfung ursächlich dafür verantwortlich zu machen ist. Könnt ihr euch gerne an unsere Meldestelle wenden. Unsere Mitarbeiter werden schauen, dass der dementsprechende Pathologe eine Obduktion durchführt. Wir haben eine Handreichung, einen Zettel, den noch Professor Arne Burkhardt ausgearbeitet hat, der den dementsprechend obduzierenden Gerichtsmedizinern oder Pathologen dann ausgehändigt wird, damit die wissen, wie sie die Asservate gewinnen sollen und die werden dann weiter geschickt an unser Labor und wir werden es wieder weiterleiten an die mit uns kooperierenden Pathologen und werden dann nachweisen können, ob die Impfung die Ursache für den Ich leite über auf eine nächste Betroffene, die leider heute nicht persönlich anwesend ist, weil sie sich keines guten Gesundheitszustands leider erfreut. Sie hat ein Video aufgenommen, das wir gleich einspielen werden. Sie ist aber bei der Diskussion dann live zugeschaltet. Über sie war schon mal ein größerer Artikel in unserer regionalen Zeitung in Passau, wo ich tätig bin und sie erzählt uns jetzt Marion heißt sie über ihre Krankheitsgeschichte und sie berichtet auch darüber, auch das erfahren ganz ganz viele Impfopfer, dass es eben zu Persönlichkeit und Wahrnehmungsstörungen durch die Impfung kommt. Und ich freue mich auf den Vortrag von Marion. Hallo, ich heiße Marion, bin 53 Jahre alt und arbeite hier als Sportphysiotherapeutin. Seit März 2022 berentet. Ich kann aufgrund starker Stress und Belastungsintoleranz nicht persönlich am Symposium teilnehmen. Deshalb erzähle ich Ihnen meine Geschichte auf diesem Weg. Aus Angst meine Arbeitsstelle zu verlieren und wegen dem Druck vom staatlichen Gesundheitsamt ließ ich mich im Mai und im Juni 2021 mit dem Impfstoff von Moderna impfen. Acht Stunden nach der zweiten Injektion entwickelten sich starke Symptome wie schlimme Kopfschmerzen, hohes Fieber, starke Atemnot, Herzrhythmusstörungen, Brustenge, Sehstörungen, Nervenschmerzen am ganzen Körper, vor allem Paravertebrale an der Wirbelsäule, Tinnitus rechts, Nierenschmerzen links, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Übelkeit, Unterimpfarm war geschwollen und heiß. Dreimal kam ich als Notfall mit Verdacht auf Lungenembolie, Verdacht auf Schlaganfall und nach einem Zusammenbruch aufgrund extremer Hitzeintoleranz ins Klinikum. Insgesamt war ich seit der Impfung jetzt 14 Mal stationär in Kliniken, zum Beispiel siebenmal im Klinikum Passau, zweimal in der Römerklinik Bad Füssing, im Klinikum Deggendorf, Scherding, KfN Naturheilklinik Karlachin, Umweltklinik Neukirchen. Die Reha-Klinik in Bad Pümpfen musste ich nach zwei Wochen abbrechen, auf Folge eines starken Crashs, wegen falscher Diagnosebehandlung und Uneinsichtigkeit der Oberärztin und Stationsärztin. Dazwischen waren etliche ambulante Termine beim Hausarzt, Nephrologen, Pulmologen, Kardiologen, Frauenarzt, Augenarzt, Rheumatologen, Zahnarzt, Orthopäde, Psychologin, zweimal war ich im MRT, zweimal im CT und einmal Lungenzyntegrafie. Bei den Arztemühnen wurde fast immer ein kleines oder großes Blutbild gemacht, aber ohne Ergebnis. Anhand der schulmedizinischen Blutwerte war ich das blühende Leben, konnte aber nicht mehr Treppensteigen aufgrund Herzrasen, starker Atemnot und schlimmen Schwindel, konnte nicht mehr selber Auto fahren aufgrund Sehstörungen und Belastungs- und Stressintoleranz und konnte nicht mehr mich unterhalten aufgrund massiver Konzentrationsstörungen und Wortfindungsstörungen. Es wurde von Monat zu Monat immer schlimmer. Ein halbes Jahr nach meiner Impfung saß ich dann im Rollstuhl, da ich meine Beine nicht mehr spürte. Das war für mich der absolute Tiefpunkt. Die Aussage von den Ärzten war immer dasselbe. Also diese Symptome sind auf mein adultes Alter zurückzuführen oder sie wären psychischer Natur und ich solle doch einen Psychologen aufsuchen. Wie oft mir das gesagt wurde, ist einfach schlimm. Die Epikrise der Reha-Fachärztin lautete, es muss berücksichtigt werden, dass die Patientin in einem paramedizinischen Beruf tätig ist und möglicherweise die Symptomatik ein Reflex der Literatur über Lang-Covid-Probleme darstellt. Da kann ich nichts mehr sagen, da muss ich nur meinen Kopf schütteln. Ich verstand einfach die Ärzte nicht mehr. Was ist da los? Was war da passiert? Ich versuchte, meinen Impfstand im Versorgungsamt Landshut anerkennen zu lassen, abgelehnt. Meine private Unfallversicherung verweigerte die Haftung bis jetzt. Die Berufsgenossenschaft erkannte die Stahn nicht als Arbeitsunfall an. Die andere Geschwerbehinderung und Pflegegrad wurden beides abgelehnt. Übernahme wie Apherese, sowohl die Bezahlung hilfreicher Medikamente, wurden mehrmals von der Krankenkasse abgelehnt. Gerichtstermine wurden schon zweimal von der Gegenseite verschoben. Ich habe unzählige Widersprüche ohne Erfolg eingelegt. Das Problem ist einfach der nicht vorhandene ECD-10-Schlüssel vom Post-Vag und die fehlende Forschung zu ME-CFS. Der einzige Effekt war verweigerte Energie, die ich ohnehin nicht hatte. Ein halbes Jahr nach der Impfung fand ich Gott sei Dank einen Arzt, der mich nicht als psychisch depressiv anschaut, sondern als eine impfgeschädigte, verzweifelte, von der Schulmedizin enttäuschte Frau. Fast drei Jahre nach der Impfung lauten meine gesicherten Diagnosen Post-Vag-Syndrom nach mRNA-Impfung, Brain Fog, POTS, ME-CFS mit einem Bell-Score von 30, Spikopathie, Endothelitis, Mitochondriopathie, Polyneuropathie, Leaky Gut, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, persistierende Virenlast wie zum Beispiel Epstein-Barr, Zytomegalie, Variazella-Zoster, Herpes-Simplex, dann haben wir noch Toxoplasmose und Borreliose. Ich war vor der Impfung arbeitsfähig, voll sportlich und fit und stand mit beiden Beinen fest im Leben. Meine einzigen Vorerkrankungen waren eine Glutenintoleranz und Osteochondrose der Halswirbelsäule. Meine Geldausgaben belaufen sich jetzt schon bis, also über 20.000 Euro für Inuspharisen, die mir sehr helfen würden, aber ich kein Geld mehr dafür habe. Off-Level-Medikamente, Supplemente, Infusionen, Blutlaborhäte, TCM-Behandlungen, Hyperthermie-Behandlung, IHT-Sauerstofftherapie, Heilpraktiker-Behandlungen, die mir sehr geholfen haben, zweimal neue Brillengläser, Zuzahlung, Gutachten, Briefporto, Fahrtgeld. Sogar eine Umzugsfirma musste ich mir zahlen, weil ich mir in den dritten Stock gehen konnte. Meine jetzigen Symptome sind immer noch latente Kopfschmerzen, Juckreiz am Hand zum Körper ohne Grund, Muskelschmerzen, starker Druck unter dem rechten Rippenbogen, Temperaturregulierungsstörungen, Kreislaufprobleme, Krippeln an Armen und Beinen, Brennen neben der Wirbelsäule. Durchblütungsstörungen, Händen und Füßen, Sehstörungen, schlimme Stress- und Belastungsintoleranz, leichte Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Erschöpfungszustände nach leichter Belastung. Die Apoktosidarte der natürlichen Gilderzellen geht immer weiter nach unten. Bei Nicht-Einhalten der Pacings ruht immer ein Zusammenbruch, Crash mit der Folge neuer Symptome oder Verschlechterung der vorhandenen Symptome. Aber das Schlimmste, was mir circa drei Monate nach der Impfung passiert war, ist, dass ich aufgestanden bin und ich mich nicht mehr im Spiegel sah. Es war, wie wenn mir einen dicken Schlei über den Kopf gelegt hat. Der Schwindel war so dominant und ich spürte, dass irgendwie etwas in meinem Kopf nicht mehr stimmte. Ich konnte nichts mehr deuten. Ich konnte nichts mehr in den Gesichtern sehen. Keine Freude, keine Leid, keine Sympathie, Traurigkeit. Für mich war die Empathie verschwunden. Ich verstand es nicht mehr, was da passiert ist in meinem Kopf. Ab diesem Zeitpunkt ging es dann so richtig los mit starken Konzentrationsproblemen und Wortfindungsstörungen. Mir kam es so vor, wie wenn ich über Nacht sehr stark an Alzheimer erkrankt wäre. Ich erkannte zum Beispiel Patienten nicht mehr, die ich immer behandelt habe. Die waren aus meinem Kopf wie rausgewaschen. Ich konnte mich überhaupt nichts mehr merken. Die Orientierung war ganz, ganz schlimm. Und wieder mal die Aussage von den Ärzten. Ich soll mir doch eine Psychologin suchen. Wir, ich fühle mich ausgegrenzt und vollkommen ins Stich gelassen. Das muss bitte jetzt und hier ein Ende haben. Wir sind keine Impfgegner. Bitte redet darüber. Bitte berichtet darüber. Bitte gebt uns Post-Wag-Patienten ein Gesicht. Und helft uns, unser altes Leben wieder zurückzubekommen. Vielen Dank. Ja, auch für diese eindringlichen Schilderungen möchten wir uns ganz herzlich bei Marion bedanken, dass sie die Kraft gefunden hatte, uns mitzunehmen in ihr Alltagsleben nach der Impfung. Ich finde es klasse, was sie macht. Die Symptome, die sie geschildert hat, sind die Symptome, die wir Ärzte, Ralf wird es bestätigen, tagtäglich in unseren Praxen geschildert bekommen. Und es ist dramatisch, welche Unterstellungen, sie seien Psycherl oder sie spielen ein Krankheitsbild vor, sich diese armen Impfgeschädigten oft anhören müssen von Seiten ihrer betreuenden Ärzte. Das ist ein Jammerspiel. Ich möchte noch auf weitere Aktionen der MBGFD aufmerksam machen, zum Beispiel an unsere Aktion. Neue Medienportale. Ich bitte um Einblendung des Dias. Wie ich schon angesprochen habe, haben sich ja viele neue Medien, wie wir diese freien, unabhängigen Medien gerne bezeichnen. Also Medien, die noch gemäß den Ethikrichtlinien des Pressekodex wahrheitsgemäße umfassende Informationsarbeit leisten. Also viele dieser neuen Medien haben sich in den letzten vier Jahren seit Ausrufung der Corona-Pandemie durch die WHO, es hat sich der vierte Jahrestag gejährt, es war am 11.03.2020, vielleicht erinnern Sie sich noch. Seither haben sich eben viele dieser neuen Medien gegründet und nicht wenige der Journalisten dieser neuen Medien kommen aus den Reihen der öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Die haben ihre bisherigen Arbeitgeber verlassen, weil sie es einfach nicht mehr ertragen konnten, was da für eine Angst- und Panikmache geschieht, was da für eine Propaganda läuft und weil sie sehen, wie weit sich viele Medien von den Ethikrichtlinien dieses sogenannten Pressekodex entfernt haben. Und wie es für uns Mediziner den Hippokratischen Eid oder die Deklaration von Genf gibt, die uns unsere Berufsethik regelt oder anspricht, so gibt es eigentlich für Journalisten den sogenannten Pressekodex. Und aus dem möchte ich mal zitieren. Da steht geschrieben, Das ist eine unangemessen sensationelle Darstellung zu vermeiden, die unbegründete Befürchtungen oder Hoffnungen beim Leser erwecken konnte. Also es geht noch weiter, aber ich denke, Sie merken, dass wir uns weit von dem entfernt haben. Die meisten Medien, die wir hier konsumieren, für die wir auch noch Beitragsgelder zahlen, machen alles andere als das. Und im neuen Medienportal, das war unsere Idee, wollten wir all diese Medien zusammentragen, die in den letzten Jahren sich gegründet haben und diesem Auftrag aus unserer Sicht gerecht werden, die gut recherchieren und kritisch berichten. Und Gott sei Dank verzeichnen wir eine stetig wachsende Zahl dieser neuen Medien in unserem neuen Medienportal. Unter www.neue-medien-portal.de können Sie es aufrufen und finden dort eine Zusammenstellung dieser neuen Medien, können mit einfachen wenigen Mausklicks auf die Medien kommen. Sie können auch nach bestimmten Genres schauen, was Sie interessiert, medizinisch-wissenschaftliche Information, gesellschaftlich-politisch, spirituelle Dinge. und wir haben also eine ganz große Anzahl von neuen Medien und wir haben das neue Medienportal auch schon in zwei weitere Sprachen ausgedehnt, nämlich in Spanisch und Englisch. Und wir suchen natürlich für alle anderen Sprachen auch noch Mitarbeiter, die uns da unterstützen würden, die wollen, dass die jeweiligen neuen Medien aus diesem jeweiligen Sprachraum zusammengetragen werden. Die können sich bei Elisabeth Ganslmeier, die eine wahnsinnig tolle Arbeit hier leistet, gerne melden. Den Applaus hat sich Elisabeth mehr als verdient, die wirklich hier eine wunderbare Redaktionsarbeit leistet. Und ich bin mir sicher, das sage ich immer wieder, dass diese neuen Medien, die uns von Anfang an die Stange gehalten haben, in absehbarer Zeit die alten Medien ablösen werden und in die Bedeutungslosigkeit überführen werden. Die alten Medien, die Mainstream-Medien oder Systemmedien, die immer noch zum größten Teil ganz offensichtlich die Narrative, die Mainstream-Narrative verbreiten und die in die Gehirne der Bevölkerung zementieren. Und ich danke bei dieser Gelegenheit nochmal euch, ihr lieben neuen Medien, für euer Dasein heute und für eure Begleitung. Nur durch euch können wir erreichen, dass wir mit unseren Informationen in die Öffentlichkeit kommen. Und ich weiß diese wunderbare Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und das erfordert unheimlich viel Engagement. Und viele Medien sind alles andere als jetzt finanziell begütert. Also deswegen auch die Aufforderung, bitte liebe User dieser neuen Medien, seien Sie großzügig, denken Sie ab und zu mal, dass hier viele Journalisten eine wunderbare Arbeit leisten und auch eine finanzielle Unterstützung, eine finanzielle Anerkennung gelegentlich notwendig haben. Und ich möchte auch noch, weil ich schon bei der Werbung bin, auf eine weitere Aktion von MWGFD hinweisen, das ist unser Shop. Wir haben einen Shop, vielleicht Folie Nummer 4, einen Online-Shop, in dem wir bestimmte Dinge eben anbieten, Begleithefte, die im Rahmen von Pressesymposien entstanden sind, oder auch zum Beispiel dieses kleine Kärtchen hier, das Sie dort für eine größere Stückzahl, für wenig Geld bringen können. Damit machen Sie auf die neuen Medien aufmerksam. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo an der Tankstelle jemanden treffen, der Sie fragt, sag mal, woher warst du diese Information? Dann können Sie so ein Kärtchen in die Hand drücken und da steht vorne drauf, Wahrheit ist längst überfällig und hinten echt jetzt. Und dann kann er praktisch sich da einscannen und kommt auf unser neuen Medienportal. Aber eben auch andere Bücher, wie zum Beispiel die Biografie von Susharit Bhakti mit dem Titel Der Weg der Wahrheit oder dieses wunderbare Buch, was ich mehr als empfehlen kann. Wir haben gehört, dass die Medikamente, mit denen Impfgeschädigte behandelt werden, oft wahnsinnig viel Geld kosten. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man selber sich aus dieser Entzündungsreaktion eben rausbringen kann. Und das hat meine liebe MWGFD-Kollegin Professor Ulrike Kemmerer zusammen mit Ulrike Gonder, einer Spezialisten, einer Nährungsberaterin, einer Ökotrophologin, geschrieben, ganz einfach Keto, wie man einfach wegkommt von zu viel Kohlenhydraten und über ketogene Kost, also über Energiezufuhr durch Eiweiß und Fette, einen quasi entzündungsfreien Stoffwechsel schafft. Dieses Buch ist sehr zu empfehlen, gibt es für wenig Geld auch auf unserem Shop, auf unserer Homepage. Damit stelle ich jetzt meine neben mir bereits Platz genommen habende nächste betroffene Katja vor, die uns gleich zeigen wird, wie sich ihr Leben nach der Impfung geändert hat. Allein schon sichtbar an der Zahl der Medikamente, die sie jetzt auf einmal nehmen muss. Sie hat massive Herzprobleme entwickelt und in ihrer von der PowerPoint-Präsentation unterstützten Vortrag zeigt sie auch zwei Kurzvideos, die eindeutig zeigen, wie schwer ihre gesundheitlichen Probleme sind. Ich danke dir für dein Kommen, liebe Katja. Ja, hallo. Mein Name ist Katja. Ich bin 48 Jahre und von der Corona-Impfung schwer geschädigt. Vor der Impfung hatte ich ein ganz erfülltes Leben. Ich bin gern gereist und bin meiner Arbeit im Pflegeheim gern nachgegangen, wo ich fast 20 Jahre lang tätig war. Ich wurde dreimal mit Bayerntech geimpft. Da ich im Pflegeheim arbeitete, war eine Impfung zwingend erforderlich, damit ich meine Arbeitsstelle nicht verliere. Ich vertraute der allgemeinen Aussage, die Impfung sei nebenwirkungsfrei. Für mich ein fataler Fehler, dies damals geglaubt zu haben. Denn seit der Impfung ist nichts mehr, wie es einmal war. Von der Pflegekraft zum Pflegefall. Nächste Folie, bitte. Nächste Folie. Meine Impfungen. Ich habe... Ich habe mit der ersten sowie auch mit der zweiten Impfung das doppelte Pech gehabt, Chargen zu bekommen, die als massiv toxisch aufgeführt sind. Aber ich habe überlebt. Auf der Seite How bad is my badge kann jeder seine Impfcharge nachprüfen. Zu meinem Krankheitsverlauf. Eine Woche nach der ersten Impfung bekam ich grippeähnliche Symptome. Ich fühlte mich schwach, erschöpft und war kraftlos in den Beinen. Am 3. Mai 2021 erlitt ich eine akute Luftnot. Es wurden knapp dreifache erhöhte Detemere festgestellt. Mir wurde aber gesagt, alles wäre in Ordnung. Trotz noch nicht abgeklungener Symptome wurde ich auf Anraten des Impfarztes ein zweites Mal geimpft. Nächste Folie und bitte Video abspielen. Innerhalb einer Woche bekam ich massive, dauerhafte Schmerzen in der rechten Wade. Ich konnte nur noch wenige Meter gehen. Treppen steigen ging auf einmal, nur noch ein paar Stufen. Dann zog ein Schmerz in meine Beine, als wenn mich der Blitz getroffen hätte. Und Schlag auf Schlag kamen immer weitere Symptome hinzu. Herzrasen, Sehstörungen, Hautausschlag mit Nesselsucht, Lähmungserscheinungen in den Beinen, Gedächtnisprobleme, ein starkes Kribbeln auf der Zunge begann, sowie in den Beinen und Füßen. Im Krankenhaus diagnostizierte man eine Polyneuropathie und eine Parese der Beine. Ich vertraute der Aussage der Ärzte, es würde sich lediglich um einen Phytamin-B12-Mangel handeln, der in einem halben Jahr wieder behoben sei. Im Vertrauen darauf habe ich mir die Booster-Impfung geben lassen. Auf diese reagierte ich erneut. Am nächsten Tag hatte ich massiv geschwollene Lymphknoten unter der Achsel. Nächste Folie, Video bitte abspielen. Bei Belastung fing mein rechter Fuß an mit Zittern und er knickte permanent weg. Es kamen Muskelzucken und Muskelzittern hinzu. Auch erlitt ich einen noch nie so schweren Migräneanfall und ich verspürte immer öfters ein extrem lautes Herzbochen. Auch war ich nicht mehr in der Lage, lange zu sitzen. Meine Beine waren wie steif. Im Krankenhaus sagte man mir zwar, mein Zustand wäre besorgniserregend, jedoch als die Ärzte nicht mehr weiter wussten, wurde mir zu einer psychosomatischen Reha geraten. Kein Arzt hat einen Zusammenhang mit der Impfung gesehen oder nicht sehen wollen. Ein Arzt war sogar so unverschämt und sagte mir, ich hätte nichts, ich soll mir einen Psychiater suchen. Ja, wenn die Schulmedizin nicht mehr weiter weiß, sind sie schnell dabei, eine F-Diagnose zu geben. Einfach unfassbar. Doch ich suchte weiter nach Ärzten in der Hoffnung, doch noch Hilfe zu bekommen. Denn ich wusste eins, ich bilde mir nichts ein, meine Beschwerden sind real. Doch dann fand ich eine Ärztin, die feststellte, dass die Impfungen der Auslöser meiner gesamten Beschwerden waren. Bitte Folie? Seit Beginn der Impfung war ich insgesamt 14 Mal in Krankenhäusern, sei es mehrmals in der Notaufnahme, stationären Krankenhausaufenthalten, ambulant deutschlandweit in Unikliniken oder in mehrwöchigen Spezialklinikaufenthalten gewesen. Aufgrund meiner vielfachen Beschwerden musste ich viele Ärzte mit unterschiedlichen Fachrichtungen aufsuchen. Insgesamt, es waren über 20 verschiedene Arztpraxen. Bitte Folie. All diese Diagnosen, nunmehr über 30, habe ich seit der Impfung bekommen. Nicht eine dieser Diagnose wurde mir jemals vor der Impfung gestellt. Diagnostiziert wurden unter anderem Neuroinflammation, Perimyokartitis, POTS, Ligigat, Endotelitis, Mitterondiopathie, Fibromyalgie, Parese, Reaktivierung Epstein-Barr-Virus, Herbes, Zoster und von Borrelien, Autoimmunitätssyndrom, Encephalitis und etliche mehr. Nächste Folie, bitte. Des Weiteren in mehreren Arztberichten gesichert unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von Covid-19-Impfstoffen U12.9G sowie serologisch nachgewiesen das Post-Vac-Syndrom. Es ist für mich sehr befremdlich, dass es Ärzten verboten wird, die Diagnose Post-Vac zu schreiben. Bitte nächste Folie. Durch die Impfung bin ich heute an ME-CFS erkrankt, eine chronische, neuroimmunologische, nicht heilbare Multisystemerkrankung, welche zu den schwersten und einschränkendsten zählt. Ich habe neurologisch kognitive Störungen, autonome Regulationsstörungen, neuroendokrine sowie immunologische Störungen und nicht vergessen die Organschäden, Herz, Gehirn, etc. Ich bin täglich auf fremde Hilfe angewiesen. Ich bin nur selten fähig, das Haus zu verlassen und liege die meiste Zeit des Tages im Bett. Bitte Folie. Ich habe etliche spezielle Untersuchungen durchführen lassen. Erstens, bei der fluoreszenzmikroskopischen Untersuchung wurden ausgeprägte Fibrin-Amyloid-Aggregate nachgewiesen, ebenso bereits Endotelschäden. Zweitens, es wurden zahlreiche positive Auto-Antikörper nachgewiesen. Werden diese nicht entfernt, können Gefäß- und Endorganschäden folgen. Drittens, es wurde das Spike-Protein im Plasma und bereits in den Immunzellen nachgewiesen. Mein Körper hat bis heute nicht aufgehört, das toxische Spike-Protein zu produzieren. Die Spike-Proteine sind das Gift im Körper, die immer wieder aufs Neue immense Schäden anrichten. Sie dringen ins Gehirn ein, lösen Gefäßentzündungen und Thrombosen aus, etc. Es ist unvorstellbar. Bitte, nächste Folie. Und ich habe noch weitere spezielle Laboruntersuchungen durchführen lassen. Etliche Laborparameter sind im pathologischen Bereich. Viele weitere sind hier nicht aufgeführt. Hier zeigt es zum Beispiel an die Detemere einen Wert von über 1100 und ganz sicher TH1-TH2-Ratio 2,7 der Wert. Das heißt, ein völlig zerstörtes Immunsystem. Nächste Folie, bitte. Speziell auf die Werte einzugehen, dafür reicht die Zeit nicht. Aber es ist fast alles nichts mehr in Ordnung. Nächste Folie. Linkes Bild. In einem Stress-MRD des Herzens wurden Schäden nachgewiesen, die auf die Impfung zweifelsfrei zurückzuführen sind. Rechtes Bild. In einem speziellen FMRD wurden Entzündungen der Nervenfaserbahnen im Gehirn diagnostiziert. Bitte weiter Folgen, Folie. Von den Krankenkassen wird strikt alles abgelehnt. Behandlungen wie Infusionen, Neuraltherapie, spezielle Laboruntersuchungen, notwendige Diagnostiken, zum Beispiel für ein FMRD, Nahrungsergänzungsmittel, welche wir Impfgeschädigte dringend benötigen und täglich in Massen brauchen, werden abgelehnt. All dies hat dazu geführt, dass meine bisherigen Kosten in Höhe von mehr als 20.000 Euro privat finanziert werden mussten. Durch die Impfung bin ich gesundheitlich schwer geschädigt und nun auch finanziell ruiniert. Unterschiedliche Hilfsmittel wurden gestellt. Dafür bin ich dankbar. Wichtiger für mich wäre jedoch die Kostenübernahme von Behandlungen und Medikamenten. Bitte Folie. Ich habe einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt. Der Grad der Behinderung von 30 ist nicht mehr relevant. MECFS hat 100%. Vor der Impfung benötigte ich lediglich ein Medikament. So sieht heute ein Tag Impfschaden aus. Täglich zum Überleben. Jeden Tag. Zum Beispiel von dieser Packung nicht nur eine Kapsel sondern sechs Kapseln pro Tag. Also es ist unzählig und die Krankenkassen übernehmen nicht einen Cent. Meine beantragte Rente läuft im Widerspruchsverfahren. Nächste Folie bitte. Mein Antrag auf Entschädigung wurde in erster Instanz abgelehnt. Ein Widerspruchsverfahren läuft dank der Hilfe meines Anwaltes denn allein hat man weder eine Chance noch eine Kraft dazu. Es drängt sich mir der Verdacht auf dass aus wirtschaftlichen Gründen die Vorgehensweise der strikten Ablehnung bewusst vorangetrieben wird weil nichts sein darf was nicht sein soll. Jetzt möchte ich noch speziell zum Thema Herz kommen und zwar es begann kurz nach der zweiten Impfung mit einem extrem starken Herzrasen In 24-Stunden-EKG wurden jedoch keine Auffälligkeiten gefunden. Doch das Herzrasen trat immer öfters auf und Schmerzen und Herzstechen kamen dazu. Im weiteren Verlauf verspürte ich ein enger Gefühl in der Brust und es entwickelte sich ein schwerer Druck auf einem schwerer Druck auf meine Brustkorb. Beim ersten Kardiologen hieß es, alles ist in Ordnung, aber aufgrund meiner zunehmenden Symptome veranlasste ich eine Untersuchung bei einem zweiten Kardiologen mit der Folie. Ich schilderte, dass meine Beschwerden nach der Impfung begannen. Ein Echo und EKG wurden durchgeführt, aber auch hier wieder alles unauffällig. Es wurde lediglich ein hoher Blutdruck diagnostiziert, wobei ich immer eine niedrigen hatte. Es wurde die Diagnose Zustand nach Coronavirus Infektion geschrieben. Dies entsprach aber nicht der Wahrheit. Ich bat um Richtigstellung. Dies jedoch wurde ignoriert. Nun wurde ich zum wiederholten Male mit den Worten, es ist doch alles in Ordnung, weggeschickt. Ich fühlte mich nicht ernst genommen, denn ich spürte und wusste, es ist nichts in Ordnung. Nächste Folie, bitte. Erst die dritte Kardiologin in Frankfurt, welche mir empfohlen wurde, hat ein Stress-MRD des Herzens durchgeführt. Und nun bestätigte sich das, was ich schon lange geahnt hatte. Nur das Ausmaß habe ich erst hier erfahren und die Schäden sind eindeutig und klar belegt. Nächste Folie, bitte. In aufgezeigten Bildern sind die Schäden am Herz gekennzeichnet. In der Zusammenfassung wird beschrieben, Der Kardio-MRD-Befund ist vereinbar mit einer entzündlichen kardiovaskulären Beteiligung bei Zustand nach Corona-Impfung. Von zehn Hauptbefunden wurde unter anderem diagnostiziert subakute Myoperikarditis, Herzmuskelentzündung, Linksherzinsuffizienz, myokartiale Kleingefäßstörung, Durchblutungsstörungen, Perikarderkuss und Narbe am Herzen, diffuse Myokardfibrose, sowie eine erhöhte Steifigkeit am Herz durch fibrotische Beteiligung der Aortenwand. Die Stellungnahme wird wie folgt beschrieben. Die klinische Vorstellung entspricht der entzündlichen kardiovaskulären Beteiligung in Folge Post-Covid-Impfung. Die Symptome sind auf die Folgen der Zytokyne-Auslosung durch die autoimmune entzündliche Ausprägung nach Covid-Impfung zu beziehen und durch den erhöhten intrakartialen Druck aufgrund der erhöhten kardiovaskulären Steifigkeit zu erklären. Da ist alles gesagt. Bitte nächste Folie. Zum Schluss möchte ich noch zu diesem Buch kommen. In diesem Buch Post-Wag, das Handbuch für Geschädigte der Corona-Impfung von Florian Schilling. Hier steht alles Wertvolle drin. Ich möchte meinen Vortrag mit folgenden Worten beenden. Ich wurde gedäuscht und belogen mit der Aussage, die Impfung sei nebenwirkungsfrei. Ich wurde durch diese Geninjektion, was von den Medien als Impfung bezeichnet wird, komplett aus dem gesellschaftlichen Leben, dem Berufsleben, sowie dem Familienleben herausgerissen. Die weltweit Impfgeschädigten sind bittere Realität. Keiner kann die Augen mehr verschließen. Wir brauchen dringend erstens medizinische Behandlung, zweitens finanzielle Unterstützung, drittens gesellschaftliche Akzeptanz. Wann endlich kommt von der Politik die versprochene Hilfe? Danke, liebe Katja, für diese so ausführlichen Schilderungen. Danke, dass du den Mut hattest, uns das alles mitzuteilen, dass du die nicht genierst, dass du uns diese belastenden Bilder gezeigt hast. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, das macht vielen anderen Impfgeschädigten Mut, sich auch zu äußern, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Und wir sehen, wie viel Leid und Not Impfgeschädigte erfahren müssen. Ich denke gerade an eine 15-jährige Krankenpflegeschülerin, die in meiner Praxis vorstellig war, die auch wie eben viele in der Medizin Tätige genötigt wurden, von den Arbeitgebern sich impfen zu lassen. Dieses Mädchen kam aus dem Bayerischen Wald und die Eltern hatten es eigentlich so gut wie gegen nichts geimpft. Sie wollte unbedingt Kinderkrankenschwester werden. und wurde dann, man hat ihr ein Zimmer gemietet und das kostet die Eltern natürlich auch viel Geld und die haben sich gefreut, dass die Tochter das macht. Und sie hat mir dann erzählt, dass sie sich eigentlich nicht impfen lassen wollte. Sie hat Gott sei Dank keine so dramatischen Beschwerden, wir wissen nicht, was noch kommt, aber sie wurde quasi genötigt mit dem Verweis, dass wenn sie sich nicht impfen lässt, dann verliert sie diese Ausbildungsmöglichkeit. Und dann hat sie es halt gemacht. Und ich habe mir für mich gedacht, das macht eine Wut in meinem Bauch, was dann hochkommt. Und gerade wegen solcher Menschen möchte ich weiter das machen, was wir mit MWGFD machen, dass wir aufklären und gegen dieses Unrecht ankämpfen. Und neben mir sitzt ein Kollege, auf den ich jetzt überleite, der auch ein wahnsinnig mutiger Mensch ist, den ich sehr schätze. Ralf Tillenburg, mein Allgemeinmedizinkollege aus Düsseldorf, war auch einer der Ersten, die sich auf unsere MWGFD-Unterstützerliste Therapeuten hat eintragen lassen, der sich offen dazu bekennt, dass er eben Impfgeschädigten hilft und sie unterstützt. Er führt eine stark überlaufende Anlaufstelle, an die sich viele Betroffene wenden. In Düsseldorf eine Schwerpunktpraxis, Impfschäden. Er hat auch neulich in unserem Forum einen interessanten Vortrag gehalten. Und er berichtet uns heute über die Impfnebenwirkungen und die Erfahrungen in seiner Praxis und auch natürlich, wie man den Impfgeschädigten helfen kann. Ich freue mich auf deinen Vortrag, lieber Ralf. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich heute hier sprechen darf. Ich muss sagen, ich bin immer ein bisschen verlegen, wenn meine Person so gelobt wird, weil ich mache ja im Prinzip nichts anderes, gleich die nächste Folie bitte, als das, was im Gelöbnis der ärztlichen Berufsordnung steht. Nämlich, dass man die Autonomie und Würde des Patienten wahrt, dass man den höchsten Respekt vor menschlichem Leben hat, dass man sein medizinisches Wissen zum Wohle der Patienten nutzt und nur zum Wohle und dass man unter Bedrohung selbst dann nicht bereit sein darf, etwas anderes zu machen. Nächste Folie. Und das geht noch weiter. Kommt hier nichts? Ja. In dem weiteren Paragrafen der ärztlichen Berufsordnung steht ja zum Beispiel drin, dass es wichtig ist oder meine Aufgabe, Leben zu erhalten, Leiden zu lindern, dass ich keine Grundsätze anerkennen darf, die ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren darf. Und das ist besondere, Nichtärzte mir keine Weisungen erteilen dürfen. Und genau das, bitte weiter, genau das ist das Problem. Der Staat hat uns 2020 gesagt oder 2021, ihr müsst impfen. Und alle Ärzte haben es gemacht, bis auf wenige Ausnahmen. Und das ist eigentlich das Schlimme, das Drama, dass wir uns instrumentalisieren lassen. Und das macht mich manchmal ziemlich fassungslos, muss ich sagen. Weiter, bitte. Ja, das ist eine Statue aus meiner Praxis, die haben mir meine Geschwister zu meinem 68. Geburtstag geschenkt. Ich bin also schon ein ziemlich alter Sack, ein Dinosaurier sozusagen. Und das Tolle, man sieht hier eine Treppe und auf dieser Treppe bewegen sich zwei Menschen. Bitte weiter. Und da steht ein Spruch drauf, jede Reise beginnt mit einem ersten großen Schritt. Und genau das ist das, was alle, die hier sitzen und geimpft sind und leiden, jetzt machen müssen, den Schritt wieder gesund zu werden oder so weit wie möglich eine normale Lebensqualität wiederzubekommen. Und genau da sehe ich dann meine Aufgabe drin. Weiter, bitte. Dauert immer ein bisschen. Ach ja, was ist eigentlich passiert mit uns? Wir kennen alle Viren, wir kennen alle Trojaner, wenn es um den Computer geht. Da wissen wir, wir müssen eine Software errichten, so eine Schutzsoftware, damit diese Viecher gar nicht erst reinkommen. Und was machen die in unserem Körper? Entschuldigung, in unserem PC. Die programmieren den um. Die programmieren den so um, dass er nicht mehr das macht, was er machen soll, sondern zum Beispiel alles verschlüsselt oder irgendwelche anderen Computer infiziert. Genau das ist deren Aufgabe. Nächstes Bild. Ja, und genau das Gleiche ist jetzt durch die Impfung im Menschen passiert. Es wurde uns ein Trojaner in den Körper gespritzt. Und was macht der? Der ersetzt ein Stück unserer Genetik durch ein neues Stück. Und jetzt wird im Körper etwas gemacht, was eigentlich in der Evolution nie vorgesehen war. Es war nie vorgesehen, dass wir plötzlich irgendwelche Dinge produzieren, schon gar nicht Dinge, die unserem eigenen Körper dann schaden. Weiter bitte. Und das ist jetzt auch die schlechte Nachricht vorweg. Es kommen noch ein paar gute. Man kann die Impfung nicht ausleiten. Was machen wir bei einem PC? Bei einem PC formatieren wir die Festplatte neu, spielen das Betriebssystem neu auf und dann funktioniert der PC wieder. Bei unserer Festplatte können wir nicht formatieren. Wir müssten dazu neu geboren werden. Denn wir können Gene nicht einfach neu formatieren. So einfach ist es leider bisher jedenfalls nicht. Aber es sind ja nicht alle Gene aktiv, die wir im Körper haben. Wir haben unendlich viele Gene, von denen wir noch gar nicht wissen, wozu sie da sind. Es sind Gene, die wir abschalten können. Es gibt Gene, die wir einschalten könnten. Die Impfung hat die guten Gene teilweise abgeschaltet, nämlich die Gene, die unser Immunsystem in Fit halten. Und wir können versuchen, und das mit vielen Möglichkeiten, auch Nahrungsergänzungsmitteln, eben diese guten Gene wieder zu aktivieren und die schlechten Gene flach zu halten. Das ist die gute Botschaft, die trotz des immensen Schadens, den viele betroffen haben, ich hier übermitteln möchte. Weiter bitte. Hier sehen wir die Diagnostik, die ich in meiner Praxis durchführe. Es gibt ein sehr umfangreiches Kassenlabor. Natürlich gehört immer die Dedimere dazu. Es werden alle Rheuma-Antikörper bestimmt, die mir bekannt sind. Ich kenne sie bestimmt nicht alle. Es werden immer die Herzwerte bestimmt. Und so finde ich manchmal noch eine Myokarditis, wo schon drei Kardiologen gesagt haben, da ist gar keine. Und dann mit Ultraschall vom Bauch mal eben auf den Herzmuskel geguckt, dann sieht man den Perikaterguss, also den Herzbeutelerguss. Und dann ist die Diagnose schon klar. Warum manche Kardiologen sich diese Mühe nicht machen, weiß ich nicht. Dann gibt es aber auch noch ein privates Labor. Privat heißt, das muss der Patient leider selbst bezahlen. Das sind alles wissenschaftlich etablierte Laborwerte. Aber sie finden in der Schulmedizin oder zumindest in der von den Krankenkassen bezahlten Schulmedizin keine große Rolle. Die stehen da jetzt alle aufgelistet. VEGF, RANTES, TNF-Alpha, der Tryptophanstoffwechsel. Wir haben ihn eben schon mal gesehen in einem vorigen Vortrag. Die GPC-Antikörper haben wir auch schon gesehen. Die Vitamin-D-Ratio kennt auch keiner. Ist viel wichtiger als der Vitamin-D-Wert. Dann das Immunsystem, TH1, TH17-Profil und so weiter. Weiter bitte. Ja, und dann kommen auch die Diagnosen. Da kann man jetzt zügig durchstippen, bitte. Die Endotheliitis, das ist die Entfindung in der Blutgefäße. Die Mitochondropathie, das haben wir schon gehört. Das sind unsere Kraftwerke im Körper. Und wenn die Batterie leer ist, dann tut sich nichts mehr. Die Neuroinflammation ist im Wesentlichen für Nervenschäden verantwortlich, auch für den sogenannten Hirnnebel, wie man auf diesem Bild ja sehen kann. Autoimmunitätssyndrome, also neuerartige Antikörper, Immunschwäche oder V-Aids. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr. Ja. Dysbiose, Leaky Gut und das Mastzellaktivierungssyndrom, was für mich der größte Knackpunkt ist, was die Therapie betrifft. Weil das ist nicht einfach zu behandeln. Die Therapie kann man schulmedizinisch machen mit Maraviroc, ein sehr, sehr teures Aidsmittel, aber hier nicht wirksam wegen Aids, sondern wegen anderer Dinge. Statine manchmal, ich setze sie immer weniger ein. Sartan, das blockiert die ACE-Rezeptoren. Dann die H1- und H2-Blocker, das sind die Antihistaminika, die kennt jeder, der eine Allergie hat. Sildenafil, das ist die Männerpotenzpille. Sie hat tatsächlich eine Wirksamkeit bei Postfag. Apixabanis, ein starker Blutverdünner und das niedermolekulare Heparin. Aber 95 Prozent meiner Therapie sind Nahrungsergänzungsmittel. Und ich bin inzwischen davon überzeugt, dass die wesentlich wirksamer sind als viele chemisch hergestellte Substanzen und vor allen Dingen haben sie deutlich weniger Nebenwirkungen. Bitte weiter? Ja. Und es gibt dazu Studien. Und das habe ich vor 2020, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, nicht gewusst. Es gibt tolle Studien zur Kokumin, es gibt tolle Studien zur Bromelain, zu NAC, zu Natokinase und vielen anderen Produkten. Hier auf dem Bild sehen wir jetzt mal einen Ausschnitt meiner Liste der derzeitig eingesetzten Nahrungsergänzungsmittel. Im Moment sind es schon wieder mehr als 133 Präparate. Ich finde immer wieder ein paar neue, weil ich immer wieder neue Studien finde, die was Gutes beschreiben, auch für den Post-Vac-Bereich. Und man kann die alle einsetzen, nicht alle auf einmal, logischerweise. Wir haben ja eben schon so eine kleine Kiste gesehen oder eine große Kiste war das, wo einige der Substanzen dann zu finden sind. Weiter bitte. Bitte. Ja, und da möchte ich noch mal ganz besonders drauf hinweisen. Das Spike ist das Gift. Ich habe hier versucht, ich bin nicht so gut im Malen, ich habe hier versucht, mal eine Kapillare, also ein Blutgefäß darzustellen, ein Blutgefäß, was nicht dicker ist als ein Haar. Also ganz, ganz dünn. Wir sehen an den Wänden diese länglichen Zellen mit dem gelben Punkt da drin, das sind die Endothilzellen, das sind die Zellen der Gefäßwand. Und dann sehen wir so kleine Pfeile, das sind die Spike-Proteine. Und die Spike-Proteine, die dringen dann in diese Gefäßwandszellen ein und führen zu einer Entzündung dieser Gefäßwandszelle, das ist die Endotheliitis. Die Folge ist eine Mikrothrombose. Wo Entzündung ist, wird auch die Blutgerinnung in Gang gesetzt. Und die Kapillare ist so dargestellt, dass sie immer dünner wird, was ja in der Realität auch so ist. Und je kleiner das Gefäß ist, desto schneller ist es dann auch verstopft als Folge einer Endotheliitis. Nächstes Bild. Ja, und so sieht das aus. Ich mache manchmal bei meinen Patienten Aufnahmen mit der Wärmebildkamera. Und nur zur Erklärung, also hell ist warm und dunkel ist kalt. Und es ist relativ leicht, glaube ich, nachvollziehbar, da wo dunkle Flecken sind, ist die Durchblutung gestört. Und da wo keine Durchblutung stattfindet, findet kein Sauerstoffaustausch statt, findet kein Nährstoffaustausch statt. Und das sind die Zellen, und wir sehen ja hier nur die Körperoberfläche, das sind die Zellen, die dann nicht mehr funktionieren. Ist es eine Nervenzelle, haben wir entweder eine Polyneuropathie oder einen Hirnnebel. Ist es irgendeine andere Zelle, eine Herzmuskelzelle, haben wir eine Herzmuskelentzündung und vieles weiter. Weiter. Und deswegen ist die wichtigste Therapie, die wichtigste Therapie, ich kann es nicht oft genug sagen, Spike Detox, Spike Detox, Spike Detox. Das heißt, Präparate einzunehmen, von denen wir wissenschaftlich belegt wissen, dass sie die Spikes entweder zerschneiden oder in eine Kappe aufsetzen, sodass dann eben die Spikes nicht mehr wirksam sind. Und jetzt kommt die ganze Liste, die stehen da im Prinzip schon zügig durch, Natokinase, Bromelain, Curcumin, Serrapeptase, NAC, Calmec, das ist eine Nische Heilpflanze. Selbst unser Pusteblümchen, der Löwenzahn hat eine ganz, ganz tolle Wirkung und auch die Nikotinpflaster sind manchmal wichtig. Und noch weiter ist ganz, ganz wichtig, so hoch wie möglich dosieren. Das ist einfach eine Frage, haben wir mehr Gift oder haben wir mehr Gegengift? Wenn wir mehr Gegengift haben, geht es gut, wenn wir mehr Gift haben, geht es schlecht. Weiter. Und es gibt übrigens nicht nur, man soll ja nicht nur mir glauben, ja, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich mache manche auch Fehler, aber es gibt ja auch einen Spike Detox Guide von World Council of Health und den kann man sich wirklich mal anschauen. Der ist zwar in Englisch, aber es gibt ja tolle Übersetzungsprogramme wie deepl.com und bitte eins weiter und da steht der Link. Wenn man da draufklickt, ist man direkt bei diesem Bild, was Sie da zu sehen ist, nämlich beim Spike Detox, da gibt es noch viele weitere Präparate, die genannt werden, von denen wissenschaftliche Hinweise zumindest, teilweise sogar Beweise bestehen, dass die Spikes bekämpfen können. Weiter bitte. Was kommt danach? Ich habe Blut abgenommen, ich habe den Patienten eine Therapieempfehlung geschickt und dann bitte ich um Geduld. Diese Therapie geht über Monate bis Jahre. Es ist keine Therapie, die in vier Wochen den Menschen wieder gesund macht. Es geht leider nicht. Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit reif ist. Also ich bitte alle, die ich behandle, das sind ja inzwischen schon über 230, einige sind ja auch hier dabei, ich bitte alle um Geduld und um Vertrauen, dass es besser werden wird. Wer sich selbst aufgegeben hat, der hat keine Chance, leider. Weiter bitte. Haupteinbild kommt noch? Achso, nee, zwei noch. Wie geht es weiter? Ja, die Therapieverläufe, was sagen mir meine Patienten? Ich nehme alles ein, es wird langsam, aber kontinuierlich besser. Das höre ich am liebsten. Ich habe einen Rückfall durch einen Re-Infekt. Ja, das kommt vor. Eine Neu-Corona-Infektion oder eine Virus-Infektion können leider zum Rückfall führen. Ich habe das Präparat probiert, vertrage es aber nicht. Auch das kommt leider vor. Ich habe gelesen, dass man das Präparat nicht einnehmen sollte, weil. Und dann kommen ganz mal, manchmal ganz, ganz viele merkwürdige Geschichten, die irgendwo im Internet auftauchen. Liebe Postwakke Scher, die denkt bitte daran, die Pharmaindustrie hat kein Interesse, dass ihr gesund werdet. Die werden ständig schlechte Nachrichten in den Äther schicken, damit sie und ihr alle diese Präparate nicht nehmt. Glaubt den Scheiß nicht, bitte. Anders kann ich es nicht formulieren. Und dann gibt es auch welche, das muss ich akzeptieren. Ich frage erstmal noch einen anderen Arzttherapeuten, die machen da gar nichts, die seht ihr dann auch nicht wieder und was aus denen geworden ist, weiß ich nicht. Und dann gibt es das, was ich eben schon sagte, Leute, diese Betroffenen, die sagen, nach vier Wochen habe ich noch keine Bestraum verspürt, also habe ich alles wieder abgesetzt. Dagegen kann ich nichts machen. Und leider gibt es auch Fälle, an denen ich mir noch die Zähne ausbarse. Ich hoffe, es werden immer weniger. Ich habe jetzt gerade wieder eine neue Idee, was man noch machen kann, weil ein paar Zähne im Selbstversuch was gemacht hat, was grandios durchgeschlagen hat, aber das werde ich heute noch nicht erzählen. Das muss ich erst noch ein bisschen wissenschaftlich überprüfen. Also es gibt auch in diesen Fällen möglicherweise noch die Hoffnung, dass es bald wieder aufwärts geht. Weiter bitte. Ja, und das ist dann im Prinzip das letzte Bild. Das steht auch in meiner Praxis, das habe ich dann selbst gekauft. Und da ist auch was ganz Wichtiges zu sehen, nämlich stellt euch das bitte als Berg vor und da sind oben drei, die einen vierten nach oben ziehen. und was braucht der vierte? Ja, wieder zurück bitte. Der braucht bitte weiter. Der braucht Vertrauen. Der braucht Vertrauen in die drei Kollegen und er braucht Vertrauen in sich, dass er nämlich das Seil nicht loslässt. Und das ist meine Bitte. Vertrauen Sie. Vertrauen Sie der Therapie und vertrauen Sie Ihrem eigenen Körper. Der ist viel besser als Sie glauben, auch wenn Sie das im Moment kaum spüren können. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Ja, danke dir sehr, lieber Ralf. Dein Vortrag hat mich schwer beeindruckt. Du bist ein echter Mutmacher. Das brauchen die Menschen. Ich bin stolz zu einem Kollegen, der uns engagiert bei MWGFD auch mit sich engagiert und mit dabei ist zu haben. Toll. Ganz, ganz klasse. Du hast ja vorhin angesprochen, dieses Spike-Protein ist eigentlich eine Biowaffe. Man kann sich anders bezeichnen. Und was mich und sicherlich auch dich so fassungslos macht, ist, dass so viele unserer ärztlichen Kollegen das nicht kapiert haben, obwohl es so leicht gewesen wäre. Sucherit Bakter hat immer gesagt, wer zwei Semester Physiologie gehört hat oder Biologie, müsste wissen, dass es zu diesen autoimmunähnlichen Erkrankungen kommen muss, wenn ein fremdes Eiweiß gebildet wird. Aber nein, die haben sich wahrscheinlich blenden lassen von den Geldern, die es dabei gibt, von der Anerkennung, weil man ja das System bedient. Und dass so ein großer Prozentsatz unserer Kollegen darauf reingefallen ist, das ist wirklich nicht erklärbar, nicht nachvollziehbar. Ich kann nur den Kopf schütteln. Und ich frage mich, was wird mit diesen ärztlichen Kollegen in der Zukunft sein? Wenn das jetzt alles immer mehr den Menschen bekannt wird, auch denen, die noch nicht unserer Blase angehören, werden sie sich später in den Spiegel schauen können? Wird man zu diesen Medizinern noch Vertrauen haben? Oder werden wir demnächst sowieso eine neue Medizin haben, wo wir weniger Ärzte brauchen, wo wir uns wieder mehr auf uns selbst, auf unsere eigene Verantwortung, unsere Gesundheit eben konzentrieren dürfen? Ich glaube, dass wir in naher Zeit einen Umbruch in der Medizin erleben werden. Ich möchte bei dieser Gelegenheit unser Therapeutenvermittlungsprogramm, unser Projekt Therapeutenvermittlung der MBGFD vorstellen. Sie haben ja mitbekommen, dass ganz viele Impfgeschädigte eigentlich eine Abfuhr erfahren von Seiten ihrer, sie geimpft haben, den Ärzte, ihrer Hausärzte. Sie werden als Psychol dargestellt, sie werden nicht wahrgenommen, ihre Beschwerden werden unter den Teppich gekehrt oder als etwas vollkommen anders etikettiert. Und wir haben die Notwendigkeit natürlich früh gesehen, dass diese Menschen endlich jemanden brauchen, der sie ernst nimmt, der sich ihrer annimmt, die ihre Probleme angeht, wie zum Beispiel mein lieber Kollege Ralf und auch noch Christina Wolf, die wir nachher noch hören, wir an die Heilpraktikerin. Und wir haben uns überlegt, dass wir eben uns an die Kolleginnen und Kollegen aus den Medizinberufen wenden und sie bitten um Unterstützung, dass sie sich mit eintragen lassen, wenn sie bereit sind, diesen Impfgeschädigten zu helfen. Und so ist ein Therapeutenforum entstanden, ein Therapeutenvermittlungsprogramm entstanden, wo wir mit einer Hotline, wo unentgeltlich arbeitende Telefonistinnen und Telefonisten tätig sind, die ihnen aus einer großen Liste von Therapeuten eben den richtigen in ihrer Nähe vermitteln können. Das ist unser Angebot. Wir haben fast tausend registrierte Mediziner, Ärzte, viele Heilpraktiker und andere medizinisch Dienstleistende und die brauchen wir. Und wir brauchen natürlich immer mehr noch Ärzte, die auch kassenmedizinische Zulassung haben. Sie haben alle gehört, wie es mit den finanziellen Situationen der Impfgeschädigten aussieht, dass viele eben an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit gekommen sind, weil sie sich vieles eben selber finanzieren müssen. Wir bräuchten viele, auch eben allgemeine Ärzte, praktische Ärzte, Internisten, die eine Kassenzulassung haben, bereit sind, Impfopfer zu behandeln und eben über die Kasse auch abzurechnen, wo das irgendwie möglich ist. Also hier die Aufforderung, die Bitte an alle unsere Kolleginnen und Kollegen, die uns unterstützen wollen. Wir nehmen euch gerne weiter auf in dieses Programm. Ihr habt auch die Möglichkeit, den Zugang zu einem geschützten Forum zu finden. Da wird Christina noch eingehen, dieses Forum auch betreut, wo ihr euch austauschen könnt, wo ihr euch untereinander unterhalten könnt, wo auch immer wieder Vorträge angeboten werden. Also wir suchen weiterhin Therapeuten, die hier mitmachen und jetzt leite ich über an die bereits neben mir sitzende Annika, die uns als Betroffene ihre Krankheitsgeschichte erzählt, die insbesondere viele Angriffe auf Social Media erleben musste, seit sie sich eben zu ihrem Impfschaden bekannt hat und sie berichtet uns auch über ihre Erfahrungen mit der Universitätsklinik Marburg, Professor Schiefer und Kollegen, die ich vorher erwähnt hatte. Ich freue mich auf den Vortrag, Annika. Hört man mich laut und deutlich? Ja. Super. Okay. Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie hier alle zahlreich erschienen sind und danke auch an MWGFD für diese Möglichkeit. Ja, auch ich bin von den Folgen und Schäden der Covid-Impfung betroffen, auch wenn man mir das jetzt so nicht ansehen mag, bin ich körperlich ebenfalls schwer erkrankt. Ja, mein Name ist Annika, ich bin 25 Jahre alt und dreimal mit BioNTech geimpft. Die letzte Booster-Impfung erhielt ich am 5.1.2022 und seit diesem Tag ist mein Leben nicht mehr so, wie es einmal war. Ja, wie sah mein Leben vor der Covid-Impfung aus? Ich habe Grundschullehramt studiert, war kurz vor Bachelorende. Dieses musste ich aus kognitiver Anstrengung abbrechen und habe somit keinen Abschluss, weder eine Ausbildung noch ein beendetes Studium. Ich habe lediglich mein Abitur. Ja, weiterhin habe ich in einer Nachmittagsbetreuung einer Grundschule gearbeitet, das bedeutet im Sozialbereich und ja, ich war immer viel auf Reisen. Man sieht hier auch ja, Fotos aus dem Allgäu, wo ich wandern war, aus Istanbul, aus Paris, das ist alles leider so nicht mehr möglich. Alleine die Anfahrt hierher war sehr anstrengend, aber natürlich bin ich selber nicht gefahren, denn ich kann kein Auto mehr fahren. Warum habe ich mich impfen lassen? Aus den Gründen, wie wahrscheinlich ganz viele andere Menschen auch, Angst, Druck, Schuldgefühle, Ausschluss aus der Gesellschaft und vieles mehr. Nächste Folie, bitte. Ja, ich bin jetzt seit zwei Jahren erkrankt, also seitdem ich 23 Jahre alt bin. Wie gesagt, ich habe mir mein Leben mit Anfang 20 aufgebaut und mir wurde alles durch diese Impfung wiedergenommen. bei mir war es aber nicht so wie bei vielen anderen, dass ich direkt nach der Impfung gemerkt habe, dass es mir nicht gut geht, sondern die Symptome haben sich über Wochen aufgebaut. Also angefangen hat es mit starken Hinterkopf- und Rückenschmerzen und dann kamen weitere Symptome dazu, wie schwere Erschöpfung, dass ich nicht mehr alleine aufstehen konnte, nicht mehr alleine auf die Toilette laufen konnte, Bauchschmerzen, Übelkeit bis hin zu Lähmungserscheinungen im linken Bein, Schmerzen am ganzen Körper, Störungen der Motorik, dass ich mir nicht mal selber die Haare waschen konnte, neurologische Ausfälle und all das und noch viel mehr, bis ich schließlich drei Monate nach der Impfung völlig erschöpft in eine Bettlägerigkeit, in einen Pflegefallzustand geballen bin und meine Familie sich um mich kümmern musste. Nächste Folie, bitte. Ja, ich wusste relativ schnell, dass etwas mit meinem Körper nicht stimmt aufgrund der Symptome. Steht es auch in der Überschrift, Hilfe, etwas stimmt mit meinem Körper nicht. Das sind die Ärzte, die ich aufgesucht habe bisher, aber ich bin lange nicht am Ende. Also, die Liste geht weiter. Immer wieder bekam ich aber die Diagnose, ich wäre psychosomatisch erkrankt, also ich bilde mir das alles nur ein, weil ich ja durch das Studium und durch die Arbeit mit den Kindern so gestresst wäre. Bitte einmal auf die Bilder zeigen, wenn möglich. Genau, also das sieht jetzt auf dem Bild nicht so dolle, aber ich hatte auch, ja, meine Haut hat sich ständig angefangen zu verfärben, also man hat auch einfach gesehen, dass etwas nicht stimmt. Rechts nochmal auch ein Foto nach der Lumbalpunktion, also man hatte auch schmerzhafte Untersuchungen hinter sich gebracht. Ja, ich war zwei Wochen in einer Neurologie wegen der neurologischen Ausfälle, dort stand dann im Bericht, ich leide an einer Somatierungsstörung und das wird dringend die psychiatrische Weiterbehandlung empfohlen. Wenn ich die Impfung angesprochen habe, hat mir kein Mensch eine Antwort gegeben. Es wurde einfach ignoriert, auch wenn ich versucht habe, mit mehreren Ärzten vor Ort darüber zu sprechen und ich war nicht die einzige Person, die vor Ort war in dieser Klinik, eben wegen dieser schweren Symptome. Nächste Folie, bitte. Ja, natürlich hat sich dann herausgestellt, dass ich nicht psychosomatisch erkrankt bin, sondern eben unter mehreren Erkrankungen leide. Meine Diagnosen sind eben das Post-Wachs-Syndrom, ebenfalls leide ich unter ME-CFS, Fibromyalgie, Endothelitis, Neuroinflammation, Störung des Immunsystems, Autoimmunitätssyndrom, Leaky-Gard-Mythochandriopathie und ich vermute noch viele weitere Erkrankungen, aber dazu braucht man natürlich auch erstmal Ärzte, die diese Behandlungen überhaupt durchführen. Manche sehen keinen Bedarf, weil ich sehe ja gesund aus und diese ganzen Diagnosen habe ich übrigens selber bezahlt, um zu beweisen, dass ich erkrankt bin. Die haben mich um die 1.000 Euro gekostet über die Privatleistungen, über die Labore Biovis und IMD. Das sind jetzt die Labore, mit denen ich gemeinsam gearbeitet habe, genau. Die Symptome sind körperlich, aber auch psychisch. Ich leide jeden Tag, jede Nacht, auch jetzt gerade, an Schmerzen am ganzen Körper unter Erschöpfung, einer erhöhten Infektanfälligkeit, Unverträglichkeiten, Zitterattacken, Schwindelanfälle, aber auch mittlerweile, also Folge, Nichtursache an psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Ängsten, Panikattacken, an Hilflosigkeit und an Frust und natürlich auch an gebrochenem Vertrauen. Nächste Folie, bitte. Hier ist einmal eine ärztliche Bescheinigung, die mir Herr Tillenburg ausgestellt hat, mit meinen Erkrankungen, den möglichen Beschwerden, die da draußen entstehen. Wäre jetzt aber natürlich zeitlich viel zu viel, um das durchzulesen oder zu erläutern, aber alleine schon hier zwei Seiten Befunde, die natürlich zeigen, dass mit dem Körper eben nichts in Ordnung ist. Hier sieht man noch zwei Befunde von mir, hier kann ich auch jetzt nicht mehr ganz genau drauf eingehen. Das Autoimmunitätssyndrom, GPCR, Autoantikörper sind alle positiv, der Beta-2-AAK teilweise unter siebenfache erhöht. Diese Werte habe ich bei anderen Betroffenen noch nie gesehen, also schon gesehen, aber nicht in dieser Höhe. Vielleicht gibt es sie, aber ich habe sie noch nicht selber gesehen. Hier sieht man auch noch einen Befund meines Immunsystems, also die genannte auch von Dr. Tillenburg, TH1-TH2-Ratio. Hier sieht man auch, dass mein Immunsystem einfach nicht mehr in einer Balance steht, nicht mehr intakt ist, nicht mehr richtig funktioniert. Nächste Folie bitte. Hier nochmal zwei Befunde, einmal von den Mitochondrien, der LDH1 bis LDH5-Werte. Hier sieht man auch nochmal, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wie gesagt, zeittechnisch sehr schwer zu erläutern und weiter unten sieht man noch einmal dann auch Befund meines Darms, dem Leaky-Gut-Syndrom mit deutlich erhöhten Werten. Nächste Folie bitte. Ja, wie sieht mein Alltag aus? Ich bin überwiegend hausgebunden, mit Reisen ist nichts mehr, mit Arbeiten ist nichts mehr, mit Freunden treffen ist nichts mehr. Ja, ich bin 25 Jahre alt und sitze die meiste Zeit zu Hause, plage mich mit Schmerzen und brauche Hilfe im Alltag. Was heißt das? Man muss mich überall hinfahren, man muss mir die Haare föhnen, es wird für mich gekocht, geputzt, aufgeräumt. Zur Hilfe habe ich einen Rollator, einen Duschstuhl, eine Brille. Warum der Rollator? Durch die Lähmungserscheinungen, die ich im linken Bein hatte, habe ich oft Schwierigkeiten zu gehen. An manchen Tagen ist es besser, an manchen ist es schlechter, aber natürlich in dem Alter nicht schön, weil die Blicke, die man dann natürlich auch erzählt, nicht gerade immer auf Verständnis stoßen. Natürlich sucht man ständig nach Ärzten, nach Behandlungen, die irgendwie helfen können. Das so, krank sein mit dieser Erkrankung ist ein Fulltime-Job, wir liegen nicht nur die ganze Zeit faul zu Hause rum, sondern wir müssen uns um alles selbst kümmern. Diagnosen und Behandlungen. Wie sieht es mit den Ämtern aus? Mein Pflegegrad wurde zweimal abgelehnt. Aktuell habe ich einen ganz neuen Pflegegrad beantragt, warte seit zweieinhalb Monaten auf ein Gutachten, auf Rückfrage, sie sind überfüllt, sie haben keine Zeit, die Zahlen sind im Tausenderbereich. Ein Grad der Behinderung habe ich bekommen von nur 20 Prozent, bin hier aber in Widerspruch gegangen, weil ich, wie gesagt, auch unter der schweren neuromunologischen ME-CFS erkrankt bin und natürlich auch weiteren Erkrankungen, die mir das Leben zur Hölle machen. Ich bin nicht arbeitsfähig, lebe aktuell von Bürgergeld, das habe ich letztes Jahr im Oktober beantragt, das kam dann auch mal nach fünf Monaten. Kein Amt will irgendwie für mich zuständig sein, ich werde von der Rente vom Jobcenter bis hin zur Grundsicherung geschickt, muss tausende Papiere ausfüllen, ich selber fülle sie nicht mehr aus, das macht meine Familie für mich, weil ich es einfach auch psychisch und emotional nicht mehr schaffe. Ja, hier noch eine Sache, ich habe meinen Impfschaden beim Versorgungsamt jetzt noch nicht eingereicht, weil ich gerne noch auf den höheren Grad der Behinderung auf den Pflegegrad warten möchte. Nächste Folie bitte. Die Kosten aus den letzten zwei Jahren belaufen sich auf 12.000 Euro, das ist aber noch ein Witz, im Gegensatz zu anderen, die schon Blutwäschen hinter sich haben, also das würde ich mal sagen, ist noch deutlich im Rahmen, darunter fallen Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Infusionen, Heilpraktikerbesuche, Sozialverbände, die einem natürlich auch helfen in Bezug auf Gbd- und Pflegegrad, irgendwelche Sauerstofftherapien, Massagen, dann summiert sich das Ganze noch in Sachen von Ohrstöpseln durch Reizüberflutung, Heizmatten und alles Mögliche, was man einfach so braucht, um irgendwie den Alltag zu überstehen. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben, meine Familie hat ein Spendenkonto aufgemacht, wer soll sich das leisten, wer hat gerade mal so 12.000 Euro auf dem Konto liegen, also ich nicht als Studentin mit dem Nebenjob, den ich hatte, genau, hier haben wir Geld gesammelt und sammeln auch aktuell noch Geld, damit wir einfach die Medikamente und die Behandlungen bezahlen können, die wir ganz dringend brauchen, um einen gewissen Standard behalten zu können, um unser Leben einfach weiterzuleben. Nächste Folie, bitte. Jetzt möchte ich ganz kurz zu meiner persönlichen Erfahrung mit der Universitätsklinik Marburg kommen, der Post-Vac-Ambulanz. Mein Termin war dort im August 2023. Ich habe ein Jahr auf den Termin gewartet und war voller Hoffnung auf Anerkennung und Diagnose. Die Untersuchung vor Ort ging dreieinhalb Stunden, da wurde mir Blut genommen, Ergometer, Herzultraschall und dann hatte ich ein Abschlussgespräch. Dieses Abschlussgespräch war sehr ernüchternd, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mir wurden Statine verschrieben und der Arztbrief kam dann später per Post. Meine eigenen Befunde und Diagnosen habe ich als Kopie vor Ort gelassen, und die wurden auch einbehalten. Nächste Folie. Ja, das ist der Auszug, mein persönlicher Auszug aus dem Arztbrief der Universitätsklinik Marburg. Da möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Ich habe die Diagnose bekommen Post-Covid. Das ist falsch. Ich leide an einem Impfschaden durch die Corona-Impfung. Des Weiteren steht hier drin, dass neuronale als auch vaskuläre Strukturen durch eine chronisch-aseptische Entzündung betroffen sind, bedeutet, ich bin krank. Allerdings wurde mir in diesem Schreiben, das wie gesagt original von der Universitätsklinik Marburg kommt, eine weitere Impfung empfohlen. Für mich eine, ja, ein Schlag ins Gesicht. Hätte ich das gemacht, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier. Mein Abschlussgespräch lief ernüchternd. Dazu muss ich sagen, von der behandelnden Ärztin, deren Name ich jetzt hier nicht nennen werde, wurde mir gesagt, ich muss das Ganze einfach nur aussitzen. Ich habe eine Impfreaktion und keine Schäden und ME-CFS wäre ja in meinem Alter eine sehr schwere Diagnose, die ja kaum auszuhalten ist. Und ich habe gesagt, ja, deswegen bin ich hier. Ja, wie erwähnt, wurden mir die Statine von der Universitätsklinik Marburg empfohlen. Die habe ich nicht eingenommen, weil ich mich dort nicht wohlgefühlt habe. Ich habe sie zwar gekauft, aber sie liegen zu Hause verpackt. Des Weiteren möchte ich noch ganz kurz auf einen Auszug aus dem Buch Mitochondrien von Bodo Kuklinski aus dem Jahr 2016 aufmerksam machen. Hier steht auch noch mal vermerkt, dass ein Vitamin-B12-Mangel oder eine Statin-Therapie eine Mitochondrien-Störung nach sich ziehen. Als ein Mensch, der sowieso schon ME-CFS hat und Mitochondrien-Störung einen erniedrigten ATP-Wert, verschreibt man im besten Fall keine Statine. Nächste Folie, bitte. Ja, ein Interview habe ich geführt mit dem MWGFD, mit Johannes Klaassen, geimpft, geschädigt, geleugnet. Der Rollator, mein Freund. Dieses Video hat 85.000 Aufrufe und sehr, sehr viele Kommentare. Nächste Folie, bitte. Darunter sind nette Kommentare, positive Kommentare. Mir geht es genauso. Ich wünsche dir alles Gute, schlimm, was dir passiert ist. Ich bin zwar nicht geimpft, aber ich hoffe, dir geht es besser. Menschen, die einem zuhören, Menschen, die einem die Hand reichen wollen, Menschen, die für einen da sind und vielleicht auch einfach mal etwas über den Tellerrand hinausschauen und versuchen, sich in die Lage der Angst und des Drucks auch in die Lage eines jungen Menschen zu versetzen, der Schuld an dem Tod älterer Menschen ist. Nächste Folie, bitte. Dann kommen aber auch sehr gemeine Kommentare. Geimpft, geschädigt, selbst schuld. Der kann man nicht zuhören. Studiert und doch doof. Es gab auch Menschen, die studiert haben, die selber Ärzte sind, die vielleicht zur Spritze gegriffen haben. Die Intelligenz hat mit dieser Impfentscheidung nichts zu tun. Das ist absoluter Quatsch. Des Weiteren möchte ich auch hier einfach noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass jeder kranke Mensch und auch jeder gesunde Mensch ein vollwertiger Mensch ist, egal was passiert und jeder hat das Recht auf Hilfe und die brauchen wir ganz dringend. Hier auch ganz oft die Kommentare, warum trägst du denn überhaupt Make-up, wenn du so krank bist? Ja, so krank kannst du ja gar nicht sein. Nächste Folie und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende. Jetzt habe ich genug geredet. Ja, ein Wort möchte ich zum Abschluss sagen und das lautet zusammenhalten. Wir müssen jetzt zusammenhalten und zwar jeder von uns. Nur gemeinsam sind wir stark und wir dürfen diese Spaltung, die es gab und es gibt, nicht weiter zulassen. Und ich sage auch immer, wir sind der beste Beweis für alle Ungeimpften, die es uns vorher schon gesagt haben. Vielen Dank. Beeindruckend, vielen, vielen Dank, was du uns jetzt hier geboten hast. Ich bin fasziniert von dem Wissen, was du dir mittlerweile angeeignet hast bezüglich Diagnostik, Therapie, bezüglich der Symptomatik. Du kannst dich so gut ausdrücken, ich sehe eine Riesenzukunft, dass du einsteigst in einen Medizinberuf, entweder Heilpraktiker oder sonst etwas machst oder dass du ein Online-Forum machst, wo du vielleicht auch gegen Bezahlung, warum sollte nicht jemand was rücküberweisen für deine Beratung? Du wärst aus meiner Sicht die Ideale. Eigentlich solltest du was aufmachen, vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe gründen. Also das wäre, ich glaube, dass du ein Riesenpotenzial hast. Und vielleicht baut dich das auch auf, dass du damit sagst, soll ich verdienen mein eigenes Geld? Also so werde ich das machen. Und bezüglich dieser staatlich geförderten Ambulanz der Uniklinik Marburg habe ich mir nichts anderes erwartet. Das ist ein Offenbarungseid, was du da erleben musstest, insbesondere der Rat zu einer weiteren Impfung. Also Katastrophe. Und man sieht, für welche, wie viele korrupte Typen, ich kann es nicht anders sagen, ich bin erbost, es in der Medizin gibt, es ist eine Schande. Wirklich. Also weiterhin allen alles Gute. An der Stelle möchte ich halt auch einen ganz kurzen Satz dazu sagen. Es werden hier Menschen wie Annika, die Privatgeld in die Hand genommen haben, um Diagnosenlabore anzufragen. Die Kosten hast du bezahlt. Die gibst du Marburg. Marburg sammelt die. Was macht Marburg damit? Geht es an Faisarbeiter? Kann ich die Fragen nur stellen. Das heißt, es ist eine Sammelstelle von Informationen, von den Schäden, die aufgenommen wurden. Auf der einen Seite sagt man, wir wollen keine Alternativmedizin, die Laborwerte wollen wir nicht. Aber hier wollen wir eure Papiere haben, die nehmen wir ganz gerne. Eine Sache möchte ich ganz kurz noch dazu sagen. Auf Anfrage und auf dem Schock dieses Arztbriefes habe ich dann Prof. Dr. Schiefer auf Instagram angeschrieben, weil er dort natürlich auch Werbung für die Klinik macht und sich für Postwag einsetzt. Es kam keine Antwort und ich wurde blockiert. So viel dazu. Das wollte ich noch loswerden. Mehr sage ich dazu nicht. Ich denke, jeder kann sich seinen Teil denken. Ja, das war es dann von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Vielen Dank allen Impfgeschädigten, die sich hier zu Wort melden. Ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich sehr berührt, dass Menschen gibt, die hier ihr Schicksal mit uns teilen und nur so können wir ein Aufwecken in unserer Bevölkerung erreichen. Ich leite jetzt über zu meiner lieben Kollegin Christina Wolf, Heilpraktikerin aus Regensburg, langjährig erfahren. Ich habe sie mal bei einem Vortragsveranstaltung, wo ich auch eingeladen war, kennengelernt und war beeindruckt von ihrem sehr wirklich tollen Vortrag, insbesondere bezüglich naturheilkundlicher Möglichkeiten, wie wir Impfgeschädigte behandeln können. Ihr Vortrag wird laut Naturheilkunde plus und Christina ist so engagiert, sie kümmert sich um das Forum in der MWGFD, über das Forum des Therapeutenvermittlungsprogrammes und wir können ihr nicht genügend danken. Ich freue mich auf deinen Vortrag, liebe Christina. Ich glaube, du musst ein bisschen näher hin. Ist es so okay? Okay. Ja, also ich sehe es auch so, der Spaß hat hier ein Loch und spätestens ab der dritten Impfung ging es so richtig los und ich habe in der Praxis gemerkt, dass irgendwie nichts mehr funktioniert hat. Also die Therapie hat nicht mehr funktioniert und dann dachte ich mir, was ist hier eigentlich los? Und ich habe da ein ganz banales Beispiel dafür, ruft mich ein Freund an und sagt, ja, also er hat sich da in den Finger in den Spreisel gerammt und es ist jetzt schon vier Wochen her und es ist immer noch rot und dick und dann habe ich gesagt, ja, ganz klar, da ist noch was drin, weil es war immer noch was drin, wenn es nach vier Wochen noch dick und rot war. Aber nein, hier ist nichts mehr drin, weil das Problem ist, diese Wundheilungsstörung, die viele Geimpften haben und also ich und ich denke, die anderen Therapeuten auch, wir mussten unheimlich umdenken eigentlich in Bezug auf die Diagnosen und in Bezug auf die Therapie. Und man muss natürlich ganz klar sagen und das haben wir heute ja deutlich gehört, je giftiger die Charge ist, desto größer ist der Schaden. Und da kann man wirklich noch so gesund sein. Es erwischt einen einfach und man hat keine Chance. Und ansonsten ist es aber so, die Impfung, die hakt immer bei der Schwachstelle ein. Und natürlich muss die Schwachstelle nicht bekannt sein. Und was sind ungefähr Schwachstellen, was kann das sein? Es sind organische Vorbelastungen, es kann Übergewicht sein, es sind die Vitamin- und Mineralstoffmängel, es sind die Allergien und die Autoimmunerkrankungen und da muss ich wirklich auch sagen, genauso wie bei der Covid-Infektion, sind die Allergiker schwer benachteiligt. Dann eine weitere Schwachstelle ist Dauerstress und Erschöpfung. Und da erwischt es leider viele junge Menschen, weil die jungen Leute, die sind einfach ständig unterwegs, die haben viele Hobbys und Studium und alles mögliche andere, die merken oft gar nicht, dass sie schon erschöpft sind und die können das unheimlich gut mit ihrem Willen noch übergehen, was Leute in meinem Alter nicht mehr können. Aber das ist einfach so etwas wie eine Sollbruchstelle. Ernährung ist auch eine Sollbruchstelle, weil die normale Mischkost, die ist einfach grottenschlecht und die Vegetarier und die Veganer, die achten oft zu wenig drauf, dass sie das substituieren, was fehlt. Und insofern haben eigentlich die ganzen Gruppen ein schlechtes Immunsystem und somit auch schlechte Karten. Und genau, die dritte Folie bitte. Die kleinen Impfschäden. Genau, die kleinen Impfschäden werden genauso unter den Tisch gekehrt wie die großen. Und die kleinen Impfschäden sind so, dass die Leute ständig Infekte haben. Die Infekte dauern viel länger, die sind viel schwerer. Die Leute husten inzwischen monatelang herum, ohne dass irgendwie was richtig ausheilt. Hals-Nasen-Ohren-Infekte, Magen-Darm-Infekte und es dreht sich ständig im Kreis. Dann haben die ganz viel Entzündungen. Gelenkentzündungen, Blasenentzündungen, Nasen-Nebenhöhlen-Entzündungen. Dann haben ganz viele so komische Missempfindungen, mit denen wir gar nichts anfangen können. Dann haben ganz viele die schlechte Wundheilung. Die haben Juckreiz, die haben Haarausfall, ständig Probleme mit den Zähnen und auch so einen komischen, staxigen Gang. Das haben ganz viele. Und also mein Verdacht ist, dass eigentlich jeder zweite bis dritte Erwachsene einen kleinen Impfschaden hat. Durch das angeknackste Immunsystem einfach. Und da frage ich mich, da habe ich ehrlich gesagt, Bedenken, wie soll das eigentlich in der Zukunft ausschauen? Genau, weil das summiert sich. Und die jüngeren, die jungen Erwachsenen, die sind da noch nicht so sehr davon betroffen. Dann haben wir die mittleren und die schweren Impfschäden. Das sind ganz viele Gürtelrosen. Dann plötzlich reißen die Sehnen. Dann haben die Patienten so kleine Augeninfarkte oder Netzhautablösungen. Dann gibt es Störungen der Blutbildung. Es gibt eine Verschlechterung von allen Autoimmunerkrankungen. Ich habe keinen Patient oder Patientin, die noch auf dem Stand ist wie vor der Impfung. Dann sehen wir natürlich diese massiven Erschöpfungs- und Schmerzzustände und diese schweren kognitiven Störungen, von denen wir heute ja viel schon gehört haben. Und ganz klar, das hat sich inzwischen rumgesprochen, die Herzschäden, die Nervenschäden, die Thrombosen. Krebs ist explodiert. Das ist eine abartige Katastrophe. Und viele haben ein total geschädigtes Immunsystem, also massiv geschädigtes Immunsystem. und da erlebt man eben Kaskaden von Erkrankungen und von Katastrophen, die fallen von einer Katastrophe in die nächste. Und auch, was man sieht, sind unheimlich schwere Komplikationen nach einer Operation bis kurz vorm Tod. Ja, Tode haben wir sowieso viel zu viele und die sterben ja auch zehn bis zwanzig Jahre zu früh. Also die Krankheiten, die heilen einfach nicht richtig aus und die Krankheiten sind alle unheimlich hartnäckig. Also man muss so dermaßen Gas geben, um das zu therapieren und um was zu verbessern, weil es wie früher mit den normalen Mitteln einfach nicht mehr geht. Oft ist kurz Ruhe und dann denkt man, ah ja, super, jetzt ist es besser geworden und bei der nächsten Infektion, besonders bei der nächsten Corona-Infektion ist alles wieder beim Alten. Gut, dann, es finde ich super, dass ihr da so selbstständig weiterklickt, wie schaut die Therapie aus? Die Therapie, man braucht eine gesunde Ernährung, man muss wirklich substituieren, was fehlt und man muss unheimlich viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen, man kommt nicht drum rum. Dann muss man zusätzlich permanent entsäuern und entgiften, das ist ganz wichtig und was ich auch unheimlich wichtig finde, sind diese ganzen Keim- und Viren-tötenden Medikamente, weil das Immunsystem ja geschädigt ist, das Immunsystem schafft es nicht mehr, das kriegt einfach diese ganzen Bakterien und Viren nicht mehr in den Griff, das heißt, ich brauche Medikamente, die diese Arbeit dem Immunsystem abnehmen und überhaupt, was ganz, ganz wichtig ist, dass man das Immunsystem als eigenständiges Organ behandelt. Das Blöde ist, dass das die Anzahl der Mittel unheimlich in die Höhe treibt. Was auch natürlich ganz wichtig wäre, ist eigentlich den Darm zu sanieren, aber Darmsanierung, das ist auch ein Großprojekt, also das dauert Monate, vielleicht bis anderthalb Jahre, das ist einfach auch, man braucht so viele Mittel wieder und also die Geschädigten nehmen eh so viele Mittel. Von dem her sage ich, gute Ernährung, die verbessert natürlich den Darm und wenigstens die rechtsdrehende Milchsäure und ein bisschen Darmbakterien, damit ist auch schon ein bisschen weiter geholfen. Dann muss man natürlich die ganzen Entzündungen reduzieren, dann braucht man organspezifische Mittel, je nachdem, wo die Impfung sich da eingehängt hat und was ich nicht empfehle, ist Amalgam oder Schwermetall Ausleitung, weil das ist auch ein wahnsinnig großes Projekt, das ist für Gesunde schon unheimlich anstrengend und wenn es jemandem eh so schlecht geht, dann legt es den vollkommen lahm. Also man kann mit Algen oberflächlich so ein bisschen abräumen, was so im Blut und zwischen den Zellen rumschwimmt, das halte ich schon für sinnvoll, aber man darf nicht in die Tiefe gehen. Und genau, welche Medikamente braucht man da überhaupt? Also auf die Folie will ich gar nicht so im Detail eingehen, das sind die ganzen Kategorien, die ich da aufgeschrieben habe und ich habe eben diese Kategorien in so einem Leitfaden zusammengetragen, der Leitfaden heißt auch Naturheilkunde plus und den kann man sich bei MWGFD auf der Webseite herunterladen und da sind also viele wichtige Mittel drauf, der ist überhaupt nicht vollständig der Leitfaden, weil das gibt sonst ein Buch, aber so das Wichtigste steht da mal drin. Also von dem her es ist gut möglich eben, Sie haben es gerade gesehen, dass man 10, 15 Mittel jeden Tag über viele, viele Jahre einnehmen muss, damit es einem dann besser geht. die die Dosierung ist immer individuell, weil jeder ist anders und die Ursachen sind hier ja auch so unterschiedlich und so individuell. Aber was eben stimmt, was der Herr Tillenburg gesagt hat, die Dosierung darf nicht zu gering sein. Also man braucht richtig Stoff, man muss richtig Gas geben. Also so wie früher, das geht nicht mehr. Und natürlich leider gibt es kein Allheilmittel, jeder wartet darauf, was ist Allheilmittel, was kann ich nehmen, das gibt es natürlich nicht, hat es aber früher auch nie gegeben und es wird es auch nie geben. Also dafür ist es einfach zu differenziert alles. Ja, was kann man sonst machen an Therapien, weil wir brauchen ja quasi nicht nur Medikamente, sondern wir brauchen ja auch Therapien und da ist es auch ganz individuell, was dem einen hilft, bringt dem anderen überhaupt nichts. Die individuell gefunden werden und das kann jetzt Akupunktur sein, das kann Homöopathie sein, Spagyrik, Sauerstofftherapie, Methylenblau, es kann die Aparese sein, es können die Bio-Photonen-Pflaster sein, es kann Nikotin sein, Lithium, Heilenergie oder andere energetische Heilmethoden. Da muss eigentlich jeder ein bisschen suchen auch, was ihm hilft. Also es gibt mit Sicherheit was, was hilft und man kann es nicht so pauschal sagen leider. Ja, somit kommen wir auch zu den zwei Problemen. Die Kosten, das haben wir hier heute schon mehrmals gehört, die Kosten gehen ja in die Zehntausende. 10, 20, 30.000 Euro sind weg wie nichts. Das ist das eine große Problem und das zweite große Problem ist natürlich die Psyche, die hier wahnsinnig belastet ist und nicht nur von den Geschädigten, sondern natürlich auch von den Angehörigen, die das mitstemmen müssen. Also das muss man auch mal sagen. Und also ich war selber jahrelang so schwer krank wie viele Impfgeschädigte hier, deswegen kann ich da gut mitreden und ich kenne die ganzen Phasen eben von Ungeduld, von Wut, von Verzweiflung, von Ohnmacht, von Angst und man kommt um diese Phasen nicht drumrum. Also am besten ist es, man nimmt diese Phasen an und durchläuft die und schaut, dass man immer wieder rauskommt, aber sie lassen sich nicht vermeiden. Und es gibt, ist allerdings auch so, dass es ursächliche psychische Muster gibt und Ereignisse aus der Kindheit, die auch mitbedingen, dass man überhaupt so schwer krank werden kann und da ist es ganz gut, vielleicht später, wenn es ein bisschen besser geht, dass man das in der Psychotherapie eigentlich aufarbeitet, weil da ist sicher auch was zu finden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man immer wieder aufsteht. Also man wird nur gesund, wenn man einmal mehr aufsteht als man hingefallen ist und man fällt oft hin. Das lässt sich nicht vermeiden, aber das ist ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, dass man nicht dauerhaft im Selbstmitleid hängen bleibt und dass man nicht dauerhaft in der Opferrolle hängen bleibt. Also das Selbstmitleid und die Opferrolle, das lässt sich gar nicht vermeiden, dass man in diese Phasen auch reinrutscht, aber wenn man hängen bleibt, ist das der Genickbruch, weil das ist nämlich eine Heilungsblockade. Und gut ist auch, wenn man im Laufe der Jahre den positiven Effekt sehen kann, der aus so einer schweren Erkrankung fast automatisch entsteht. Also die Werte verändern sich, der Blick richtet sich mehr aufs Wesentliche und man gewinnt unheimlich an Tiefe. Und es ist vielleicht ein bisschen in Trost auch gut, das zu sehen und das dann auch zu schätzen. Der körperliche Schaden, der wird ja bei vielen nicht mehr ganz weg gehen, aber vielleicht entschädigt einen diese seelische Entwicklung, die wirklich gut ist, ein bisschen dann dafür. Wobei, das geht nicht schnell, ich habe Jahre, Jahre nur gehadert, nur so einfach ist es nicht. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich nie aufzugeben, nie aufzugeben. Und mit nie meine ich nie. Ja, jetzt die letzte Folie, bitte. Das Problem, was wir hier eben haben, ist, dass die Zelle auf ganz besondere Art und Weise unheimlich schwer geschädigt ist und dass Medikamente alleine keine Heilung bringen können. Also die Zelle, die muss ja wieder in die biologische Ordnung zurückfinden und ich als spiritueller Mensch, ich sage, auch in die göttliche Ordnung zurückfinden, dass die wieder so arbeitet, wie die gedacht und geschaffen wurde. Und das können einfach Medikamente nicht. Und von dem her möchte ich die mal was ganz was anders auszuprobieren, nämlich zum Beispiel Heilmeditationen, heilende Gebete, Heilenergie oder Visualisierungen. Weil die Visualisierungen sind vielleicht noch das, was für nicht religiöse oder nicht spirituelle Menschen am besten greift, weil es einfach neutral ist. Und insofern möchte ich einfach sagen, glauben Sie an sich, glauben Sie an die Heilung und dann werden Sie es schaffen. Danke liebe Christina für diesen wertvollen Vortrag, für dein großes Engagement, für deine Motivation, die du gerade auch an die Geschädigten weitergeleitet hast. Ich finde es klasse, dass du zum einen auch auf die gesunde Ernährung, die gesunde Lebensweise eingegangen bist und auch auf die energetischen Verfahren. Ich habe auch noch an Tai Chi, Chi Gong gedacht, aber natürlich auch Gebet, Heilmeditation, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr wirksam. Und was die Kosten betrifft, die die vielen Nahrungsergänzungsmittel, die natürlich auch helfen können, aber auch da gilt natürlich nicht immer, viel hilft viel, man muss nicht alles machen, aber es summieren sich die Kosten und meine Hoffnung wäre, dass all die impfenden Ärzte, die einen Reibach damit gemacht haben, dass die als mindeste Wiedergutmachung zur Kasse gebeten werden und all das Geld, jeden einzelnen Cent, den sie damit verdient haben, in einen großen Topf in einen Fonds zahlen müssen, aus dem sich die Impfgeschädigten bedienen können. Das wäre das Mindeste an Wiedergutmachung. Ich darf noch kurz vorstellen, ich freue mich, dass Christina natürlich auch ein eigenes Merkblatt entwickelt hat. Es gibt einen anderen Kollegen noch aus MWGFD, mein lieber Kollege Physiker und Arzt für Allgemeinmedizin Andreas Diemer hat einen wunderschönen Leitfaden für Betroffene von Covid-Impfschäden entwickelt, zwölf Seiten, die auch bei MWGFD runterzuladen sind und da würde ich gerne darauf aufmerksam machen. Hier wird ganz einfach dargestellt, wie kann man Impfschaden erkennen, was kann man tun, damit er eben anerkannt wird, was kann man so an Selbsteigentherapie machen, solange man noch keinen Termin bei einem Arzt oder Heilpraktiker hat, was kann man nehmen und es wird auch über unser neues Labor berichtet, was kann untersucht werden. Also ich kann diesen Leitfaden, was tun wir bei einem Covid-Impfschaden, nur sehr empfehlen, erst über unsere MWGFD zu erreichen, zum Beispiel auch über unseren MWGFD-Shop, aber Sie können auch kostenlos runterladen. Ich leite über zu Andrea, ich weiß nicht, wird zugeschaltet, kommst du jetzt? Nein, okay, nein, nein, ich glaube, wir bleiben in der Reihenfolge, wir sind übrigens, ja, ich weiß, wir sind best in time, trotz all unserer vielen wirklichen Dinge, die wir gesagt haben, wir können uns selber auf die Schulter klopfen und ich leite über an Andrea, die wir zugeschaltet haben, die auch über die schwierige Situation in Österreich berichtet, die mit notwendiger Diagnostik, an notwendiger Diagnostik zu bekommen, sie knüpft also an die Ausführungen, die wir schon von Gabriele Buchsbaum gehört haben, an und auch bei ihr gibt es natürlich Schwierigkeiten, den Impfschaden anerkennen zu lassen und sie konnte nicht persönlich da sein, aber sie ist zugeschaltet per Video und sie hat einen Videobeitrag gemacht und sie wird später noch für die Diskussion zugeschaltet. Ich darf mich auf den Vortrag von Andrea freuen. Mein Name ist Andrea, ich bin 52 Jahre und komme aus Österreich. Ich war ein gesunder Mensch, aktiv, lebensfroh, mit zwei Vorerkrankungen, Hashimoto und Migräne und habe mich dann aus Solidarität und im Glauben an die Worte der Bundesregierung impfen gelassen mit der Covid-Impfung und ab diesem Tag haben dann meine gesundheitlichen Probleme begonnen. Ich hatte mal extrem hohes Fieber, über 39 Grad, was ich zuvor so nicht gekannt habe, Gelenkschmerzen, Schwindel, extreme Kopfschmerzen und eine extreme Ermüdung und nach den fünf Tagen Krankheit hat es dann angehalten, es sind Gelenkschmerzen geblieben, eine extreme Erschöpfung, Schwindel, täglich Kopfschmerzen und habe dann, also mein Ärzte-Marathon hat angefangen zu verschiedensten Fachärzten bin ich gegangen, um das abzuklären, an was das liegen könnte, aber irgendwie haben die Ärzte mit den Achseln gezuckt, haben gesagt, es kann mit der Impfung nicht zusammenhängen, ich habe das immer wieder erwähnt, dass das seit der Impfung ist, viele Ärzte haben einfach nur weggehört, haben gar nichts dazu gesagt, bis ich dann halt mit meinen ganzen täglichen Beschwerden nicht mehr konnte und in den Krankenstand gegangen bin und dann auch zur dritten Impfung leider gegangen bin. Kurz nach der dritten Impfung hat dann der erste Arzt gesagt, dass es eben mit der Impfung zusammenhängt und dass er da schon einen Impfzusammenhang sieht, hat das auch in den Befund geschrieben. 2-3 Monate später bin ich dann zu einer Ganzheitsmedizinerin gegangen, die auch den Impfzusammenhang festgestellt hat, aber gesagt hat, sie kann es nicht in den Befund schreiben, sonst ist ihre Zulassung los. Und nachdem das jetzt zwei Ärzte wirklich so konkret mit der Impfung in Verbindung gebracht haben, hat dann quasi bei mir im Kopf zu rattern begonnen und habe mich einmal in diese Richtung eingelesen, habe da auch schon einiges gelesen, welche Nebenwirkungen von der Impfung auftreten können und habe versucht, mich in der Long-Covid-Ambulanz anzumelden. Dort wurde mir gesagt, dass die Wartezeit zehn bis zwölf Monate dauert und dann habe ich versucht, mich bei Ärzten anzumelden, wo man weiß, dass sie sich damit auseinandersetzen, auch mit Long-Covid oder Impfnebenwirkungen und das war wirklich schon ein Kampf und eine Hürde, weil diese Ärzte total überlastet sind, auch jetzt noch nach wie vor. Also es war immer Aufnahmestopp bei diesen Ärzten und ich habe dann ein Mail nach dem anderen geschrieben Hilfe-Mails, Battle-Mails, dass man halt einen Termin bekommt. Habe es dann auch geschafft, das war so in circa drei, vier Monaten habe ich einen Termin bekommen. Dann muss man natürlich sämtliche Blutuntersuchungen machen, Ausschlussdiagnosen, weil kein Arzt schreibt leichtfertig eine Diagnose, die mit der Impfung zusammenhängt, aber nach drei bis vier Arztterminen wurde mir dann die Diagnose Post-Vac oder Impfnebenwirkung nach moderne Impfung diagnostiziert. Dann habe ich es bei einer anderen Ärztin versucht, wo ich dann auch länger auf den Termin gewartet habe, wurden auch wieder Ausschlussdiagnosen gestellt und so ging das halt weiter. Ein paar Monate später habe ich dann von dieser Long-Covid-Ambulanz ein E-Mail erhalten, dass ich mich an niedergelassene Ärzte wenden soll, weil die Wartezeit anscheinend immer noch so lang ist und wurde quasi aus dieser Warteliste gestrichen. Dann habe ich es in einer zweiten Long-Covid-Ambulanz versucht, dort einen Termin zu bekommen, da wurde mir aber direkt gesagt, dass ich mich an die Post-Vac-Ambulanz nach Marburg in Deutschland wenden soll, weil ich eben mit Post-Vac nicht in eine Long-Covid-Ambulanz gehen kann. Wie man weiß, waren auch in Deutschland ca. 6.000 Anmeldungen, also es war auch sehr schwer, dort einen Termin zu bekommen. Aus irgendeinem Grund habe ich es dann aber geschafft, also ich hätte einen Termin gehabt, habe dann bei meiner Krankenkasse angesucht und wurde mir leider abgelehnt, denn für Österreicher würde der Termin 2.500 Euro kosten und nachdem mich schon bis dorthin für Ärzte und spezielle Blutuntersuchungen so viel Geld ausgegeben habe, musste ich leider schweren Herzens diesen Termin streichen. Es ist in Österreich so, dass wir keine einzige Anlaufstelle haben für Impfgeschädigte, wir haben auch keine Speziallabore, wo man diese speziellen Blutuntersuchungen machen lassen kann, man muss alles nach Deutschland schicken, es sind Hürden auch, dass man einen Arzt findet, der das nach Deutschland schickt, in diese speziellen Labore, teilweise musste ich das Blut selbst schicken oder Ärzte finden und fragen, ob sie das übernehmen würden, auch die Labore waren da nicht sehr zuvorkommend, kann man sagen, also es war auch das mit Hürden verbunden, generell war es auch schwer zu Untersuchungen zu kommen, weil nicht alles dann von der Krankenkasse bewilligt wurde, zum Beispiel Hautstanzen zur Feststellung, ob es eine Small Fiber Neuropathie ist, da bin ich über viele Hürden nur dann zu dieser Untersuchung gekommen, dass ich die überhaupt machen kann, die Krankenkasse hat es abgelehnt, das wären Kosten in der Höhe von 500 Euro, eine Bet-Scan-Untersuchung, wo man das Gesamtentzündungsgeschehen, Entzündungen der Gefäße und so weiter feststellen kann, hätte 1400 Euro gekostet, wurde ebenso von der Krankenkasse abgelehnt, teilweise Medikamente, Off-Label-Medikamente wurden von der Krankenkasse auch nicht übernommen, übernommen, ja, also es bleiben dann insgesamt Kosten für Laboruntersuchungen, für diese speziellen Blutuntersuchungen, für Wahlärzte, für, ich habe zum Beispiel eine Blutwäsche in Deutschland versucht, als Therapieoption, hat auch 2300 Euro gekostet, ist auch nicht von der Krankenkasse übernommen worden, ja, und in Summe sind wir dann circa 16.000 Euro bis jetzt übergeblieben, die ich selbst bezahlen musste, ich habe typische Impfnebenwirkungen wie das Chronic-Vatigue-Syndrom mit Belastungsintoleranz, dass ich nach leichter Tätigkeit oder leichter Anstrengung ein Erschöpfungsgefühl bekomme, mit Krankheitsgefühl, Gliederziehen, Schmerzen im Körper, Ganzkörperbrennen, ich hatte eine Thrombose, Small-Fiber-Neuropathie, ich hatte auch eine Perimyokarditis, Kreislaufprobleme, nennt sich orthostatische Intoleranz, ja, und noch vieles mehr, also eine ganze A4-Seite mit neuen Diagnosen, die ich eben vorher nicht hatte und mit der Impfung zusammenhängen. Ein Teil davon dürften auch die Spike-Proteine sein, die von der Impfung kommen, eindeutig, weil ich bis Oktober 2023 kein Corona hatte, nachweislich wurde es ausgeschlossen mit negativen Nukleokapsid-Wert und erhöhten Antikörpern, Spike-Antikörpern, und wie man schon aus vielen Studien weiß, sind diese Spike-Proteine toxisch und pathogen, also krankmachend, die verursachen eben diese Gefäßentzündungen, Nervenschäden, Herzprobleme und vieles mehr. Uns wurde gesagt, dass diese Spike-Proteine an der Impfstelle verbleiben oder nach wenigen Tagen aus dem Körper ausgeschieden werden. Das ist leider nicht so und gerade aufgrund dieses Aspekts würde man sich wünschen, weil es schon so viele Studien gibt, dass uns einfach geholfen wird. Jeder Mensch hat das Recht oder sollte das Recht auf die bestmöglichste medizinische Versorgung haben. Und auch Impfgeschädigten sollte diese medizinische Versorgung ebenso zustehen. Und wir würden uns wünschen, dass die Bundesregierung unsere österreichische Politik uns Anlaufstellen zur Verfügung stellt, gezielte Forschung, dass Kosten übernommen werden, also finanzielle Unterstützung für diese Spezial- Blutuntersuchungen und dass man einfach gesehen wird und anerkannt wird in Österreich, dass es Impfgeschädigte gibt, dass wir nicht totgeschwiegen und verleugnet werden und dass uns medizinische Hilfe zur Verfügung gestellt wird. Das würden wir uns wünschen, weil das fehlt leider in Österreich. Ja, ich danke Andrea für ihre Schilderungen und ich möchte mich an alle Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin in Österreich wenden, unser liebes Nachbarland. Bitte schließt euch unserer Therapeuten- Vermittlungsstelle an, wir können ja im gesamten deutschsprachigen Raum kooperieren, auch mit der Schweiz, mit Lichtenstein, mit Südtirol und ganz gerne eben auch mit Österreich und wir können auch mit unserem neuen Labor anbieten, dass wir diagnostische Verfahren eben auch für österreichische Patientinnen machen können, das neu gegründete MWGFD-Labor, da werden auch demnächst Spike-Protein in Körperflüssigkeiten nachgewiesen, unter anderem, neben vielen anderen Dingen. Und weil ich gerade auch von diesem neuen Labor spreche, was uns eine sehr, sehr große Anstrengung gekostet hat, dieses zu gründen. Wir wollten ja unbedingt diese wichtigen Pionierleistungen, die Arne Burkhardt und seine Kollegen gemacht haben, weiterführen und in dem Team von Arne Burkhardt waren schon die Biologinnen mit beteiligt, die jetzt auch für dieses Labor zuständig sind. Wir sind ganz stolz, dass wir sie jetzt auf die Beine gestellt haben und natürlich in Kooperation mit Pathologen arbeiten. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass all diese Dinge, die wir hier machen, die Therapeutenvermittlung, die Impfschaden- Meldestelle und Impf-Todesfall- Meldestelle, all die Aktionen, unsere Kanäle, dass das einfach sehr viel Arbeit macht und wir natürlich auch mittlerweile eine große Zahl an für uns arbeitende Mitarbeiter haben und mit monatlich sehr bedeutenden Kosten auch. Und jetzt deswegen hier, ich erröte nicht dabei, der Aufruf zu spenden. Es ist ganz wichtig, dass wir weiterhin von euch unterstützt werden. Wir sind sehr dankbar, dass wir über 18.000 Unterstützungsmitglieder haben. Unterstützungsmitglieder, die können gerne noch mehr werden. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützen will. Man kann zum Beispiel auch eine monatliche Überweisung, wenn es nur ein Euro ist, einrichten oder fünf Euro oder was auch immer. Es würde uns gut tun, damit wir weiter diese Aufklärungsarbeit, die wir machen, leisten können. Wir, die wir hier sitzen, wir arbeiten alle unentgeltlich. Also wir, die MBGFD-Mitglieder, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir unentgeltlich tätig sind. Das ist ein Bedürfnis. Aber es gibt natürlich auch eben Mitarbeiter, die wir bezahlen müssen. Unsere Aktionen kosten Geld, natürlich auch die Videos, die wir aufbereiten, den Kanal, den wir betreiben und so weiter. Also, wer es sich leisten kann, wer geben kann, ohne dass es ihm wehtut, den bitten wir gerne hier um Spenden. Und die hier Anwesenden bitten wir auch um Spenden, haben gerade meine Mitarbeiter gesagt, hinten steht eine kleine Spendenbox auf. Also wer will hier ein bisschen was reinschmeißen, es würde uns erfreuen. Ich leite über zu meinem lieben Kollegen Johannes Klaassen. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der MBGFD. Er ist Sozialpädagoge, ehemaliger gesetzlicher Betreuer. Wir haben uns kennengelernt, weil du ja liebswerterweise auch ganz oft bei den juristischen Terminen, die ich wahrnehmen musste vor Gericht wegen meiner Maskenatteste als Zuschauer und als Motivationsgeber mit dabei war. Und er hat dann gesagt, er hat Kapazitäten frei, kann für uns arbeiten und daraus ist ein wunderbares Projekt, nämlich dieses Projekt Geimpft, Geschädigt, Geleugnet, diese ganzen Videos. Das ist eigentlich alles Johannes' Idee gewesen und ich bin da ganz froh, dass er das gemacht hat, so eine tolle Aktion. Und er berichtet uns heute über die entstandenen persönlichen und gesellschaftlichen Schäden der Impfungen und auch über die theoretischen Möglichkeiten und Grenzen der staatlichen Anerkennung und der finanziellen Entschädigungen am Beispiel der hier Anwesenden und von Johannes bereits interviewten Betroffenen. Ich freue mich auf deine Mitteilung, lieber Johannes. Ja, ich danke erstmal und vor allem bin ich wirklich dankbar, dass doch so viel Presse da ist, dass so viel Presse auch zugeschaltet ist und dass wir das hinbekommen haben, dass wir hier sitzen, dass wir Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind, ihnen ein Forum bieten können. Weil das ist etwas, was in dieser Gesellschaft völlig verloren gegangen ist. Jeder kämpft nur noch für sich alleine. Und das, was ich erfahren habe über diese Arbeit jetzt beim MBGFD, wir haben diese Therapeutenvermittlung, wir haben mit Kolleginnen, die hier vorne sitzen, die viele, viele Gespräche geführt haben. Wir haben über 3000 geschädigte Leute, die bei uns angerufen haben. Das ist einfach eine wahnsinnige Masse und nicht das, was uns in den Medien erzählt wird. Wir haben 127 anerkannte Impfschäden. Es stimmt nicht. Wir haben massenhaft impfgeschädigte Menschen und wir haben viele Fälle von Erkrankungen, wo die Menschen, die breite Masse, die Bevölkerung, die nicht hinguckt, völlig übersieht, dass es halt auch vielleicht mit der Impfung zu tun hat, wenn man jetzt plötzlich einen Herzinfarkt oder eine Automunerkrankung bekommt oder dass man immer wieder mit Corona-Impfungen letztendlich auseinandergesetzt ist. Ein Aspekt, der für mich wirklich gestern nochmal, gestern sind wir zusammen mit den Betroffenen eine Kleinigkeit essen gewesen. Ich bin mit Gabriela den Weg zurückgegangen. Sie kann halt leider nicht mehr weit gehen, obwohl das Restaurant ein paar Meter hier weit entfernt ist. Sind wir zusammen hinten gewesen und dann hat Gabriela gesagt, guck mal an. Da ist die Katharina gewesen und da ist sie Katja gewesen und die Gangart war genau die gleiche. Und zuvor, also ein schwerer Gang. Und wenn man dann überlegt, zuvor hatten wir, oder hatten die beiden einen Witz gemacht, weil Katja und Katharina sind mit dem gleichen Impfstoff geimpft worden. Und dann haben sie gesagt, wir sind Genschwestern, fand ich jetzt ganz witzig. Das ist mein makaberer Humor. Genau. Und der gehört dazu. Sie wohnt im Osten und hat die gleiche Impfcharge wie ich aus Nordrhein-Westfalen. Und sie ist genauso krank wie ich. Und das ist einfach ein Aspekt, der mir nochmal ganz klar geworden ist an der Stelle. Da ist eine Impfcharge verimpft worden. Eine in Ostdeutschland und eine in Werne. Wie kann das sein? Im tiefen Westen. Im tiefen Westen. Hätte man diese Impfcharge nur in Werne verimpft, was wäre denn da passiert? Und hier stimmt was nicht. Und an der Stelle, diese Dinge, die müssen wir einfach gucken, benennen. Und das kann man nur durch eine Arbeit machen, indem man sich die Mühe macht, impfgeschädigte Menschen nicht im Stich zu lassen, sondern dass man wieder eine wirkliche Solidarität miteinander findet. Das, was wir hier haben, ist in meinen Augen ein wahnsinniges Schweigekartell. Wir hatten damals das Kartell, das gesagt wurde, die Impfung ist sicher, nebenwirkungsfrei. Und alle haben diesem Mantra letztendlich gefolgt und haben geglaubt. Dass dies nicht so ist, möchte ich einfach aus meiner beruflichen Tätigkeit ganz kurz anhand eines Textes belegen, dass es auch damals nicht sicher war und dass auch damals schon Akteure, die im System gewesen sind, die geimpft haben, Impfzentren aufgebaut haben, um Probleme mit der Impfung, wussten. Es geht in dem Zusammenhang um ein Impfzentrum, was in Baden-Württemberg, ein zentrales Impfzentrum, was in Baden-Württemberg angesiedelt ist, was sich speziell um psychiatrisch erkrankte Menschen gekümmert hat. Ein Betroffener von mir hat sich impfen lassen, was er natürlich tun kann. Die Willensfähigkeit des Menschen ist für mich etwas ganz, ganz Wesentliches und dieser psychiatrisch erkrankte Mensch hat sich für die Impfung entschieden. Kurze Zeit später ist sozusagen seine Medikation entgleist und er ist, obwohl er gut eingestellt war, langfristig wieder psychiatrisch geschlossen, stationär untergebracht worden. Dann habe ich die Einrichtung gefragt, wie habt ihr denn da in dem Sinne noch weiter aufgeklärt? Und dann hatte die Einrichtung gesagt, ja, aber wir haben doch alles gemacht, was uns empfohlen wurde. Dann haben sie hier eine Anlage bekommen von diesem Impfzentrum, wo es um psychiatrisch erkrankte Menschen in ambulanten und stationären Einrichtungen ging. Also das ist eine Empfehlung, ich sage mal eine Handreichung, die gemacht wurde. Der Text lautet, sehr geehrte Damen und Herren, psychiatrische Patienten sind eine in mehrfacher Hinsicht besonders vulnerable Population. Einerseits besteht ein hoher immunologischer Schutzbesarf, andererseits sollte der mit einer Impfung verbundene Aufwand möglichst gering sein. Nun gibt es Hinweise, dass sowohl Covid-19 als auch Corona-Impfungen mit mRNA-Vakzinen zu einer interleukin vermittelten Hemmung des Enzyms CYP1A2 führen kann. Dies betrifft vor allem den Abbau des häufig eingesetzten Clozapins. Das ist ein Medikament, auf die psychiatrisch erkrankte Menschen im Zweifelsfall angewiesen sind. Das passiert ja auch bei anderen Wirkstoffen, bei Olanzapin oder Agromelatin, sodass es zu einem Spiegelanstieg bis hin zur Intoxikation kommen kann. Betroffenen sind aktuell vor allem unsere sozialpsychiatrischen Patienten. Die behandelnden Ärzte und Mitarbeiter sollen für einen möglichen Anstieg des Clozapinspiegels und die damit einhergehenden Symptome sensibilisiert werden. Überprüfungen der Clozapinspiegel anhand der medizinischen Dokumentation können ebenso sinnvoll sein wie Spiegelbestimmungen vor und nach der Impfung. Beim Auftreten von Intoxikation und Überdosierungssymptomen wie Schläfrigkeit, Apathie, Verwirrtheit, optische Halluzination, Unruhe, Ataxie, Krampfanfälle verschwommenes Sehen, niedriger Blutdruck und Kollaps sollte die Dosis sofort reduziert werden. Eventuell können bei sehr hohen Clozapinspiegeln bereits Dosisanpassungen im Vorfeld der Impfung sinnvoll sein. Natürlich sollen auch bei allen anderen Covid-19-Infektionen oder Erkrankungen Dosisanpassungen vorgenommen werden. Aber der Schwerpunkt lag hier eindeutig schon auf der Impfung mit mRNA. Diese Auswirkungen auf den Clozapinspiegel sind bislang ausschließlich bei mRNA-Impfstoffen beobachtet worden. Wir kennen solche Substanzgruppen spezifischen Phänomene und haben somit einen Grund mehr die Impfaktion mit einem anderen Impfprinzip Vektorimpfung durchzuführen. Anpassung von Dauermedikation, zusätzliche Spiegelkontrolle und komplexe Impfschemata sind ungünstig für alle Beteiligten. In dem Zusammenhang wurde noch ein paar hervorgehoben, wenn sie rauchen oder andere Dinge tun. Also man hat schon sehr spezifisch halt geguckt. Da ab nächste Woche der zur Verfügung stehende Impfstoff sehr gut wirksam Johnson & Johnson auf dem Markt ist, hat das den Charme einer Eindosis Schemas, was den organisatorischen Aufwand für ihr Team deutlich begrenzt. Und da bin ich fassungslos von dem, wie das Ganze weitergegangen ist. Das heißt, man wusste zu diesem Zeitpunkt für psychiatrisch erkrankte Menschen, dass mRNA nicht gut ist. Was ist denn nach Johnson & Johnson gekommen? Was mussten die Leute denn verimpfen oder verimpft bekommen? Das war mRNA, das war Moderna oder es war BioNTech-Pfizer. Das ist etwas, wo man einfach dem Medizinsystem schlicht und ergreifend an nicht mehr vertrauen kann. Auf der anderen Seite sind wir auf Ärzte und Krankenhäuser letztendlich angewiesen. Es ist schwierig, das Neue aus dem Nichts zu stampfen. Man muss ein Miteinander finden. Wir müssen wirklich gucken, wie wir miteinander aus dieser Geschichte rauskommen. Und an der Stelle ist es mir ganz wichtig, etwas zu sagen über die Angriffe gegenüber jetzt impfgeschädigten Menschen. Das, was die Annika erlebt, das hat jeder hier von den Betroffenen erlebt. Das habe ich auch von vielen Menschen gehört, dass man halt sagt, wie kannst du so dumm sein, dass du dich impfen lässt? Wie kann es sein? Wir sollten uns wirklich erinnern, was in der Zeit damals gewesen ist. Und ich habe viele Menschen vertreten, die halt beeinträchtigt sind, die halt nicht selber Entscheidungen treffen können. Das heißt, sie sind begrenzt und hier kann ich nicht hingehen und diese Menschen verurteilen. Und auf der anderen Seite gab es halt auch, Gespräche. Ich habe damals mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen. Zum Beispiel eine betroffene, rollstuhlfahrende Dame, die ich betreuungsrechtlich kennengelernt hatte, wo das Haus gerade weggespült war. Sie selber nicht mehr arbeiten konnte. Es war eine Krankenschwester. Und ihr Mann, der eine physiotherapeutische Praxis hatte, der dann gesagt hat, ich lasse mich impfen, weil damit kann ich zumindest die Kosten aufrechterhalten für das, was wir halt haben. Er musste sich impfen lassen, sonst hätten sie ihm sein Institut zugemacht. Und so könnte man ganz, ganz viele Beispiele benennen, wo Menschen halt unter Druck gesetzt worden sind. Und was würden oder was maßen wir uns jetzt an, wenn wir uns nicht haben impfen lassen, dass wir jetzt sagen, ihr seid schuld. Nein, sind sie nicht. Menschen haben Fehler gemacht. Und Fehler gehören zu unserem Leben. Und jetzt geht es einfach zusammen zu halten und miteinander aus dieser Krise heraus zu kommen. Das ist absolut wichtig. In dem Zusammenhang mit diesen Kostenübernahmen, was ist uns aufgefallen? Uns ist aufgefallen, dass wir heute auch ein Schweigekartell haben. Wir haben ein Schweigekartell, das halt nur ganz, ganz wenige Ärzte. Und deshalb muss man Ralf Tillenburg wirklich sowas von loben. Er ist einer der ganz wenigen Menschen, der bereit ist, der jetzt dieses Schweigekartell durchbricht und sagt, Long Covid, geimpft, ist glaube ich eher Postwag. Ich denke, so haben sie es deutlich gesagt. Und hier trauen sich das ganz, ganz viele nicht. Und über die wirklich vielen Gespräche, die wir geführt haben mit impfgeschädigten Menschen, wissen wir, dass es eine ganze Menge Behandler und Ärzte im Hintergrund gibt, die das wissen, die aber nicht den Mut haben, zu sagen, ich komme aus meiner Deckung raus. Und das wäre der weitere Wunsch, den ich mir einfach für die Zukunft wünsche, dass die Menschen, die es wissen, die im System wissen, was da passiert, jetzt anfangen zu sagen, sie sollten einen Freedom Day machen in meinen Augen und sagen, jetzt machen wir uns ehrlich. Dass man gemeinsam sagt, nicht, dass ein Arzt in Köln sagt, ich stimme Herrn Tillenburg in seiner Theorie zu, sondern dass diese Ärzte vielleicht sich untereinander ausmachen, die behandeln und sagen, wir haben einen Tag, wo wir gemeinsam auftreten und jetzt sagen, es gibt Postwag und wir ersehen es in der Praxis permanent. Wir müssen dieses Schweigekartell durchbrechen. Das ist das für mich wichtigste Anliegen. Ansonsten werden wir von diesen, die das hier verbrochen haben. Und für mich ist es ein schlimmes Verbrechen, wie es eben schon mal genannt wurde, eines der schlimmsten Verbrechen an den Menschen. Das müssen wir beenden. Und das können wir nur gemeinsam, geimpft und nicht geimpft. Arm, wir führen hier einen Krieg arm gegen ganz, ganz wenig superreiche Menschen. Und das müssen wir kennen. Und das wünsche ich uns. Und von daher möchte ich es schließen, einfach mit einem Satz, den ich gehört habe, von einem Griechen, ich war 2015 in Griechenland, wo er mir gesagt hat, dass das, was in Griechenland damals passiert ist, ich möchte erinnern, da ist das System doch zusammengebrochen, da war es kurz auf knapp, dass Griechenland sozusagen den Euro verlassen hat. Und er hat gesagt, was bei uns in Griechenland passiert, das ist etwas, was bald auf euch zukommt. Die Testen an uns in Griechenland, wie weit man ein Volk drücken kann, wie lange macht es mit. Und das kommt auf euch zu. Und deshalb war ich immer kritisch, weil ich habe ihm zugestimmt, ich habe das damals auch genauso gesehen. Und er hat gesagt, die Welt, da rauszukommen, ist ganz einfach die. Wir müssen das verändern, nicht mehr, wesbrot ich es, des Lied ich singe, sondern es muss jetzt heißen, wenn es dir gut geht, geht es mir gut. In dem Sinne, danke. Danke, liebe Johannes, für die klaren Worte. Du bist der Ideengeber dieser Veranstaltung, wir können es nochmal benennen und du hast diesen Applaus redlich verdient. Und ich danke dir für diesen, es haben ganz viele mitgearbeitet, ich weiß schon, du wirst jetzt... Ein Satz noch dazu. Elisabeth, ich danke dir. Ja, wir können wirklich froh und stolz sein auf unsere tollen, engagierten Mitarbeiter. Es ist wunderbar, was wir erleben dürfen und das sind wir auch beschenkte, dass wir in so einem Team arbeiten dürfen, dass wir so vielen netten Herzensmenschen begegnen dürfen, auch immer wieder bei diesen Veranstaltungen. Aber ich fand jetzt ganz klasse, wie durch klaren Worten Johannes das Thema nochmal beim Namen genannt hat, das Schweigekartell, die Verschleierungen. Allein, dass man gefährliche Impfchargen im ganzen Bundesgebiet verteilt, da ist ja schon eine Absicht dahinter, das eben nicht so aufwärts und stirbt eine ganze Stadt aus oder irgendwie so. Es ist Wahnsinn. Und ich möchte auch nochmal sagen, es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen, über Menschen, die sich aus welchen Beweggründen auch immer am Impfen lassen. Wir wissen, welche brutale Propagandamaschinerie hier am Laufen war und wie leicht man damit die Gehirne der Menschen beeinflussen kann. Es leite ich über zu wohl Deutschlands bekanntester Impfgeschädigter. Sie hat einen eigenen Kanal, No Time To Die. Und das ist wirklich klasse, was Katharina König, wir dürfen den vollen Namen nennen, hier schon bewerkstelligt hat. Sie wird sich einsetzt, auch für andere Impfgeschädigte. Und sie wird jetzt über ihren Aktivismus und die Klagen, die sie angestrengt hat, mal berichten. Ich freue mich auf deinen Bericht, deinen Vortrag. Danke, Ronny. Danke auch der Presse, dass Sie heute hier sind und alle Teilnehmer, die gekommen sind. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Chat, weil ich bin live am streamen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe heute wenig Zeit, deswegen werde ich meine Krankengeschichte als PowerPoint an den Fernseher beamen. Da könnt ihr sehen, wo ich 27 Kilo gewogen habe und ich nicht essen konnte über zwei Jahre. Über zwei Jahre und sie haben gesagt, ich bin nicht krank. Sie haben mir den Darm amputiert und ich hatte eine Sepsis nach der anderen. Aber du bist nicht krank, du hast wahrscheinlich Liebeskummer. Immer weil ich gesagt habe, es kommt von der Impfung. Nein, dann sind sie ein Querdenker. Aber dann haben sie wieder operiert und wieder amputiert und es war eine sehr lange Zeit, bis ich irgendwann ausgerastet bin, im Oktober 22, als ich blutend in der Notaufnahme liegen gelassen worden bin, im Krankenhaus in Hamm. Ich habe dieses Krankenhaus angezeigt, die Klage läuft. Ich habe vor dem Krankenhaus gesessen und ich habe gesagt, dafür kommt ihr in die Hölle. Ich bin nach Hause gefahren, bei TikTok live gegangen und habe ein Video gedreht und habe gesagt, mein Name ist Katharina König, ich brauche Hilfe. Ein Arzt mit Eier und ein Anwalt, der den Mut hat, sich gegen den deutschen Staat zu stellen, weil das eine Straftat ist. Und jetzt habe ich den besten Arzt, den ich mir hätte vorstellen können, nach so langer Zeit, ein Arzt, der mich gesehen hat, eine Blutuntersuchung gemacht hat und noch eine und nach ganz kurzer Zeit konnte ich wieder vernünftig laufen. Ich habe weniger Schmerzen gehabt und vor allen Dingen habe ich nicht mehr geblutet, nicht mehr aus dem Darm, nicht mehr aus der Nase, nicht mehr aus dem Mund und mir sind keine Absesse im Mund mehr gewachsen und vor allen haben meine Nieren aufgehört zu versagen. Sie waren permanent am Versagen, aber sie haben immer in meinem Bericht geschrieben im Krankenhaus, es waren insgesamt 18 Krankenhäuser. Frau König hat das Krankenhaus in einem guten Zustand entlassen, mit der Empfehlung zur Psychiatrie. Ich habe alle Krankenhäuser angezeigt und heute kann ich verkünden, die Klage König gegen die Krankenhäuser ist angenommen worden und ich bin darauf sehr stolz. Die Klage König gegen Lauterbach ist angenommen worden und ich werde Herrn Lauterbach bis zum Allerletzten kämpfen gegen ihn. Die Klage König gegen dem RKI und dem Paul-Ehrlich-Institut ist angenommen worden. Ich bin stolz auf meine beiden Anwälte. Der eine Anwalt ist Tobias Ulbricht, der geht mit mir bis zum letzten gegen Bayern Tech und der Anwalt Wilfried Schmitz wird mit mir ganzen strafrechtlichen Klagen machen für all das, wo ich ausgelacht worden bin. Von der deutschen Presse, vom deutschen Fernsehen, als ich RTL geschrieben habe im August 21. Ich werde sterben, aber ich will wissen warum und ich denke, ich habe einen Impfschaden, hat RTL mir per E-Mail geschrieben und mich ausgelacht. Frau König, es gibt keine Impfschäden. Aber RTL, ich sehe das anders und ich denke, der Rest von Deutschland auch. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Die Leute haben mich beleidigt, denunziert und beschimpft. Ich bin bespuckt worden, während ich vor meiner Krankenkasse sitze und ganz alleine über Monate vor meiner Krankenkasse ein Mann Demos mache. Niemand hat mir geholfen, aber man muss aufstehen, so wie die Dame ganz rechts gerade gesagt hat, man muss kämpfen, nicht liegen bleiben. Nicht wie die anderen, die mir schreiben, ich kann das nicht so wie du. Warum nicht? Ich frage sie, warum könnt ihr das nicht? Ihr seid krank gespritzt worden. Manche mehr, manche weniger wie ich. Aber wenn wir jetzt aufgeben, haben wir schon verloren. Wir müssen stark sein. Ich hatte das große Glück, Professor Burkhardt noch kennenlernen zu können. Er hat von mir, ich weiß nicht, laufen meine Folien hinten, bitte weiter drücken, dass man die Folien sehen kann. Ich dachte, das drückt jemand weiter. Da kann man nämlich meine Blutwerte und das die Obduktion von Dr. Burkhardt sehen. Genau, noch weiter, bitte. Das kann man wahrscheinlich jetzt nicht lesen. Das ist zum Beispiel ein Brief von der St. Barbara Klinik. Das sind exakt auf den Tag genau sechs Wochen nach der zweiten Genindiktion. Ich sage bewusst Genindiktion, weil es keine Impfung ist. Am 22. 6. haben sie mich kaputt gespritzt und mir mein Leben genommen. Mein ganzes Kapital, was ich hatte und meine Existenz. Ich konnte nicht im September 21 meine eigene Autowerkstatt eröffnen. Im September 21 lag ich schon sechs Wochen und habe mit dem Tod gekämpft. Denn am 3. 8. wurde, habe ich einen Schlaganfall bekommen, den zweiten, den ersten bei meiner Impfung, den zweiten am 3. 8. Mein Darm ist explodiert, mein Magen hat nicht mehr gearbeitet und ich hatte 1,5 Liter Eiter in meinem Bauch. Ich wurde fast 16 Stunden am Stück operiert. Danach haben sie gesagt, wir machen sowieso nichts. Du bekommst keine Therapie, du bekommst keine Reha, es gibt keine Impfschäden. Wie kommst du darauf, uns zu sagen, dass es Impfschäden geben würde? Aber liebe Barbara Klinik, Ihre Klage ist auch angenommen worden. Deshalb bin ich heute hier, um das zu verkünden. Denn viele trauen sich nicht. Sie sagen, es geht nicht. Du kannst nicht gegen Politiker klagen. Doch kann man. Man muss das nur wollen. Und ich habe es durchgezogen. Ich habe monatelang recherchiert. Wer ist Professor Dr. Karl Lauterbach? Er ist weder Professor noch Doktor. Und das kann man alles beweisen. Dieser Mann war zu feige, mir im Bundestag gegenüber zu treten, während das zweite Corona-Symposium war. Er ist nicht gekommen. Er war eingeladen. Aber Herr Professor, Doktor, ich möchte Sie gar nicht so nennen. Wir werden uns trotzdem sehen demnächst. Sie haben von mir nämlich schon Post bekommen und von meinem Anwalt und vom Gericht. Das ist mir sehr wichtig, weil es tun zu wenige. Es gehen wenige, die versuchen überhaupt den Weg der Klage zu gehen. Ich kann allen Impfgeschädigten sagen, wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung habt, sagt, wir bezahlen nicht. Dagegen könnt ihr sogar klagen. Das ist nämlich Deutschland. Ihr könnt gegen eure eigene Rechtsschutzklagen, dass ihr es dennoch bezahlt bekommt. Und das ist wichtig. Ihr solltet das tun, je mehr wir sind. Weil solange ihr schweigt, werde ich als Einzelfall gelten. All die Personen, die heute hier gesprochen haben, wir werden beschimpft, weil so viele schweigen. Ich habe eine Million Briefe zu Hause. Das ist kein Scheiß. Das sind diese Briefe sind von Impfgeschädigten. Sie schreiben mir. Sie wollen Hilfe von mir. Sie möchten auch zu meinem behandelnden Arzt. Ich helfe ihnen auch. Auch wenn andere sagen, Katharina, du bist kein Arzt. Aber dennoch weiß ich, wie es geht. Weil ich musste es zwei Jahre alleine tun. Jetzt bin ich nicht mehr alleine. Mein Facharzt Ralf Dillenburg geht mit mir und wir machen eine hervorragende Therapie. Aber ich helfe sehr gerne den anderen Menschen und ich bin darauf stolz. Und das ist mir scheißegal, wenn jemand sagt, du darfst das nicht. Aber sie brauchen Hilfe. Da frage ich, wo sind die anderen Ärzte, die ganz feige mir ins Gesicht sagen oder die Kliniken, die mir schreiben, wir nehmen sie nicht in unser Krankenhaus auf, weil sie Postwag sind. Ich kriege eine schriftliche Ablehnung aus ganz Deutschland von verschiedenen Kliniken. Das wird ein Nachspiel irgendwann haben. Wie können sie in den Spiegel gucken, wenn sie Menschen wie mir schreiben, du kriegst keine Behandlung, weil du Postwag bist. Ich bespreche auch explizit die Klinik Marburg an. Sie hat mich abgelehnt mit der Begründung, Sie sind Postwag, Frau König. Ja, das weiß ich auch, aber dennoch brauche ich Hilfe, Herr Doktor. Das im Hintergrund seht ihr mein PowerPoint, das sind meine Krankenhaustage und meine Arztbesuche. Manchmal waren es vier Arztbesuche pro Tag, wo jeder Arzt mir gesagt hat, aber ich denke, ich werde dir nicht helfen, weil ich habe Angst vor Vater Staat, wenn ich dir helfe. Ich habe einen bei mehreren Ärzten, ich bin bei manchen ruhig geblieben, bei manchen nicht. Das ist ein bisschen lauter geworden, weil ich bin nicht der Typ, der schweigt. Ich habe ihm gesagt, PowerPoint auf steht da jetzt, was bedeutet das? Genau, ich habe das schon öfters erwähnt, das steht da ja nicht. Ein Schmerztherapeut, der sehr berühmt ist in Deutschland, er hat geschrieben, was er noch nie in seinem Leben vorher und bis jetzt auch noch nicht getan hat. Er kann nach der deutschen Leitmedizin meinen Schmerz nicht behandeln, egal mit welchem Medikament, ob es Morphium oder Opion war. Es ging einfach gar nicht. Dieser Schmerztherapeut war so verzweifelt, dass er ein Schmerzsymposium einberufen hat in Bochum, wo 100 Schmerztherapeuten waren, die meinen Schmerz gemessen haben und versucht haben und sie konnten es nicht. Und wer hat es geschafft? Mein behandelnder Arzt mit einem Mittel, was viele schockieren wird, es ist ein Aids-Medikament von BioNTech-Pfizer. Das Medikament heißt CellSentry und es nimmt mir auch den Schmerz. Ich habe dennoch Schmerzen, aber die Blutungen waren direkt gestoppt. Ich brauche eine große Therapie, ich habe eine Tasche dabei, ich nehme 63 Nahrungsergänzungsmittel. Einige sind dafür da, dass ich sprechen kann mit ihnen und dass ich vernünftig denken kann. Andere sind da, dass ich etwas nicht vergesse. Andere sind dafür da, weil ein Großteil meines Darms amputiert worden ist und ich keine Nahrung mehr. Ich kann gerne essen mit ihnen, aber das nimmt mein Körper nicht auf. Deswegen muss ich das anders machen, über Nahrungsergänzung, flüssig oder als Kapsel. Sonst verhungere ich. Ich bin nicht gerne so dünn, aber ich werde für immer so dünn bleiben. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil ich von meinem behandelnden Arzt gehört habe, dass es Menschen gibt, wo die Spike-Produktion irgendwann aufhört. Sie können das später weiterlaufen lassen. Ich wollte, dass das ganze PowerPoint gezeigt wird, weil da sind meine Spike-Proteine, meine Messungen, die ich alle acht, zwei Monate mache und ich produziere immer noch wie eine Maschine die Spike-Proteine. Das ist eine Schande. Und jeder Politiker und vor allem Dr. Drosten und wie sie alle heißen, die Protagonisten, sie haben alle gelogen, bewusst. Und deswegen gehe ich gerichtlich gegen sie vor und ich werde mich jederzeit auf die Straße stellen und gegen sie stellen, weil sie alle miteinander Lügner sind. Ich möchte noch eins sagen. Ich habe in meinem Kanal, der auch No Time To Die heißt, unter anderem Papiere der EMA erst auf Deutsch übersetzen lassen. Es sind 140 Seiten, die von meinem Anwalt bekommen sind. Da steht auf Seite 140, die erste Testphase am Menschen ist abgeschlossen im Oktober 2023. Die zweite Testphase am Menschen Dezember 2023 wird beendet sein 2026 und die dritte 2029. Die EMA weiß das. Das Europaparlament weiß das. Und der Deutsche Bundestag sagt nichts. Sie schweigen, aber ich nicht. Es ist eine Schande für jeden Arzt, der uns nicht behandelt. Ich habe jeden Tag Zooms und private Telefonate mit Impfgeschädigten, denn es werden jeden Tag mehr, die sich bei mir melden. Ich werde irgendwann die Briefe mal weiterleiten, einfach an den Deutschen Bundestag oder ein gigantisches Plakat drucken lassen, zusammen mit Arthur Helios. Und dann werde ich nach Berlin fahren und den ganzen, egal von welcher Partei sie sind, die das Ausmaß zeigen, was mir. Ich wollte Hilfe haben. Ich wollte einfach nur einen Arzt. Aber als Geschenk habe ich bekommen über eine Million Impfgeschädigte. Das ist eine Schande für das ganze Land. Applaus Ja, ich habe mit Sicherheit noch was vergessen. Ja. Lass es stehen. Wow. Liebe Katharina, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bewundere deinen Mut, bewundere dein Engagement. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir alle wünschen dir viel Erfolg für die Klagen. Applaus Dass endlich die Schuldigen ihrer Verantwortung sich stellen müssen und ihrer gerechten Straft zugeführt werden. Da hoffen wir alle drauf. So, du hast jetzt das Finale, das grandiose Finale hier, dieses Vortragsteils gemacht. Und jetzt kommt noch etwa eine Stunde, wo wir uns gerne noch den Fragen stellen. Die meisten Impfgeschädigten, die heute vorgetragen haben, sind zugeschaltet per Zoom. Und wir bitten jetzt die Medien oder wer auch immer Fragen an sie stellen will, zu diesem Mikrofon, das hier aufsteht beim Tresen zu gehen, den Namen bitte zu nennen und von welchem Medium sie kommen und an wen sie die Frage stellen. Das wäre ideal. Ich bitte unsere Mitarbeiter uns zu sagen oder mir zu sagen, wer zugeschaltet ist per Zoom, wer eine Frage stellt von den Medien, damit wir wissen... Okay, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht für die Regie zuständig. Ich frage mal meine Mitarbeiter, geht es zeitlich, dass wir noch... Aber ich denke halt, das Problem ist, dass die zugeschaltet per Livestream ist ja auch ein bisschen ein Thema. Ich glaube, es kann immer... Dann stehen alle an der Toilette. Geht einfach so, wer Pause machen will. Und ich würde sagen, wir fahren in unserem Programm fort. Wir fahren in unserem Programm fort, Leute. Genau. Weil wir einfach nicht den Zugeschalteten zumuten können, dass sie jetzt auch 15 Minuten auf die Toilette müssen. Wir bleiben hier sitzen, genau. Also... Genau. Ich bitte, mir noch die Fragen mitzuteilen von den Zugeschalteten, weil ich dir nicht... Oder wer eine Frage an uns stellen will. Und dann fangen wir an. Und ich sage gleich mal der hier anwesenden Presse, dass wir auch nachher noch die Vortragenden gerne noch für Interviews zur Verfügung stehen. Nach diesem Veranstalteten. Ich denke, wir machen so etwa um halb sieben dann Schluss, wenn es recht ist. Okay. Dann hebt schon jemand die Hand. Der erste Fragende, genau. Hallo. Hier ist Ecke von Midebu. Und aus dem Chat ist die Frage, dass von dem Doktor Bodo Schiffmann, dass der an Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel anbietet. Also glaube ich Spike Protect heißt es. Und empfehlen Sie das auch? Oder ist Ihnen das bekannt? Die Frage geht mal an den Herrn Tillenburg, an unseren Kollegen weiter, genau. So sehr ich den Kollegen Bodo Schiffmann schätze, ich finde, er hat unglaublich viel Gutes für uns getan. Aber in der Therapie bin ich nicht seiner Meinung. Da ist Natrokinase drin, da ist Kokomin drin. Das ist soweit okay. Aber die Empfehlung, und ich glaube, das ist in Deutschland aber auch juristisch so festgelegt, man darf ja bei Nahrungsergänzungsmitteln nur eine bestimmte Menge empfehlen. Aber die damit aufgenommene Menge ist viel zu niedrig zur Behandlung eines Impfschadens. Alleine zur Behandlung auch von den Spike Proteinen. Also ich empfehle da mindestens die 6- bis 8-fache Menge. Vielleicht darf er das nicht sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Und dann bin ich grundsätzlich ein Freund von Monopräparaten. Ich gebe Natrokinase und Kokomin lieber einzeln. Dann kann ich die individuell dosieren. Aber dass es viele Wege führen nach Rom. Ich will da jetzt nicht sagen, das ist alles Mist, was er sagt. Sondern es ist halt nicht meine Meinung. Hallo, ich habe eine Frage. Habt ihr irgendwelche Informationen zur Nebenwirkung von Sputnik und von Sinovac in China? Man hört gelegentlich, dass es auch bei Sputnik in Russland zahlreiche Impfopfer gibt. Selbiges auch aus China. Aber ich habe nirgendwo Informationen dazu bekommen, die ein bisschen valide sind. Wissen Sie da was? Also ich weiß auch nicht viel, aber es ist ja kein mRNA-Impfstoff. Die haben schon Nebenwirkungen, so wie ich mitgekriegt habe. Aber eben nicht diese typischen, die wir hier haben, sondern halt die normalen Nebenwirkungen, die halt gewöhnliche Impfstoffe auch haben. Naja, es sind Vektor-Impfstoffe wie AstraZeneca. Da fand ja auch einiges statt, nicht mit Thrombosen und was weiß ich, was da alles los war am Anfang. Und auch in England. Ja, aber ich glaube, also entweder es wird unterdrückt natürlich, aber was man so hört, ist es nicht in dem Ausmaß wie hier bei uns. Ja, danke. Also zumindest für China kann man ja sagen, da verlässt ja kein Pfurz den Körper, ohne dass irgendeiner den kontrolliert hat. Und deswegen sind da keine ernsthaften Studien zu erwarten. Also ich kenne niemanden, der mit Sputnik geimpft worden ist. Und eine Studie dazu habe ich bisher auch nicht gelesen. Nur so viel kann ich sagen. Vielleicht auch noch eine Antwort auf diese Frage geben. Michael Palmer, zugeschaltet aus Kanada. Vielleicht können wir ihn fragen, ob er dazu was weiß. Okay, danke sehr. Ja, also der Sputnik-Impfstoff ist tatsächlich ein Vektor-Impfstoff, ähnlich wie AstraZeneca und Johnson & Johnson. Da ist sogar noch ein Trick eingebaut worden, um auch die zweite Dosis noch voll wirksam zu machen. Also voll nebenwirksam zu machen. Ich habe da zu wenig Daten gehört, aber ich denke, das liegt tatsächlich an der Informationsblockade. Man hört einfach zu wenig davon. Aber man müsste erwarten, dass die Nebenwirkungen ähnlich schwer sind wie bei AstraZeneca, Johnson & Johnson und vergleichbar auch den mRNA-Impfstoffen. Der Sinovac-Impfstoff aus China ist ein konventioneller Totimpfstoff. Da gibt es zwar auch einige Berichte zu Nebenwirkungen, aber insgesamt scheinen da tatsächlich die... In China wurde kein Anstieg der Gesamtmortalität zum Beispiel beobachtet. In vielen westlichen Ländern sieht man ja heutzutage seit 2021, dass die Zahl der Todesfälle in die Höhe geht. In China anscheinend zumindest im Jahr 2021 nicht. Danke. Ich habe eine Nachfrage. Sputnik wurde ja nicht nur in Russland verimpft. In Südamerika sehr viel, in Afrika sehr viel. Also es gibt zahlreiche Länder bis hin nach Serbien, wo das verimpft wurde. Und ich finde es erstaunlich, dass man nichts darüber hört wegen der Ähnlichkeit zu AstraZeneca und Johnson auch. Danke. Ich vermute, das war keine Frage. Deswegen schließlich... Achso. Ich meine, da ist ja keine Zensur in vielen dieser Länder, wo es verimpft wurde. Oder der englische Zensur hier. Weiß nicht. Michael, kannst du da noch mal was dazu sagen? Ich habe gerade schon was gesagt. Ich stimme dem Fragesteller zu. Ich würde aus solchen Gebieten, in denen dieser Impfstoff verwendet wurde, auch mit schweren Nebenwirkungen rechnen. Danke. Okay. Ich habe eine kurze Frage zum Nikotin. Das wurde zweimal erwähnt. Die erste Frage ist, macht Nikotin nicht abhängig? Und die zweite Frage ist, wie ist denn die Wirkungsweise von Nikotin, dass das gegen Spikes oder sonst irgendwas helfen soll? Danke. Ja, es ging hier, das war vielleicht ein bisschen abgekürzt, es geht hier um Nikotinpflaster, nicht um die Zigarette. Und der Vorteil von Nikotinpflastern ist unter anderem, dass sie bei einer Therapiehürde, nämlich dem Mastzellaktivierungssyndrom wirksam ist. Sie führen nämlich zu einer Stabilisierung der Mastzellen, was dann wieder dazu führt, dass die Betroffenen vielleicht Natokinase, was ja oft nicht vertragen wird beim MCAS, dann doch wieder vertragen. Da sehe ich die Hauptrolle von Nikotinpflastern. Und was ist mit dem Suchtpotenzial? Also eine Studie dazu habe ich bisher nicht gelesen, aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich das Leiden der Betroffenen, die zu mir kommen, sehe, dann ist mir eine mögliche Sucht erstmal völlig egal. Ich will den Patienten helfen und ich möchte, dass sie wieder leben. Und hinterher können wir uns über das Nikotin noch mal extra unterhalten. Das ist einfach meine Meinung zu dem Thema. Vielen Dank. Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Meine Frage richtet sich schwerpunktmäßig an Sie, Herr Tillenburg und Herrn Weickel, aber andere können gerne auch was dazu sagen. Noch näher ran? Gut. Wie ist das zu verstehen, dass so viele Ärzte einfach da mitgemacht haben? Herr Weickel, Sie sprachen schon davon, dass so viele Ärzte reingefallen wären und es gibt ja nicht so viele wie Herrn Tillenburg, die aktiv da gegen Impfschädigung was tun. Wir haben ja von vielen Impfgeschädigten heute gehört, was denen gesagt wird, wenn sie dort hinkommen mit schwerwiegenden Symptomen und Erkrankungen. Ja, wie erklären Sie sich das, dass da so wenig sich widersetzen oder einfach zur Wahrheit stehen? Diese Frage stelle ich mir auch schon seit Beginn dieses Impfgeschehens. Weil wenn man sich damit beschäftigt hat, konnte man ganz klar sehen, dass diese genbasierten Impfstoffe einfach zur Katastrophe führen würden. Und jeder hat sich gefragt, warum man nicht, wenn man denn schon impft, was ja auch nicht großartig was gebracht hätte, wie wir auch mehrfach erklärt haben, dann hätte man die konventionellen Verfahren, wo man eben ein Antigen in einer bestimmten Dosis nimmt, also das Spike-Protein zum Beispiel, und dann verimpft mit einem Verstärker. Das haben ja zum Beispiel Professor Stöcker, der Pharmaunternehmer und Arzt, hat das ja gemacht bei seinen Mitarbeitern und hat kaum Nebenwirkungen gehabt, ob das Sinn macht, ob diese Antikörper im Blut irgendwas bringen zum Schutz gegen Covid-Viren. Das sei dahingestellt, weil die an der falschen Stelle halt wirken. Das haben wir auch immer aufmerksam gemacht. Aber zumindest mit diesem Verfahren hätte man nicht diese gravierenden Nebenwirkungen gehabt. Warum die Ärzte nicht darüber nachgedacht haben, sondern so begeistert darauf reingefallen sind, glaube ich, liegt natürlich auch mit der großen Desinformation zusammen. Die auch diese Ärzte erleben müssen, die lesen irgendwelche hochrangigen, vermeintlich hochwertigen Zeitungen, wie die Süddeutsche oder was weiß ich, was und wer, einfach fehlinformiert. Dann legen sie ihre Fachblätter. Wir wissen, dass mittlerweile auch die wissenschaftlichen Magazine schon gekapert sind von Fehlaussagen. Also das, was früher mal ein Kodex war, dass man einfach nur vernünftige Wissenschaft hier veröffentlicht, ist längst nicht mehr gegeben. Und das eine ist die gravierende Fehlinformation. Natürlich die Mainstream-Medien haben dazu beigetragen, die letztendlich Protagonisten der Corona-Agenda haben genügend Geld in die Propaganda gesteckt, um eben auch die Ärzte und die Mediziner zu erreichen, die dann dieses verimpft haben. Und last not least, würde ich auch schätzen, war natürlich das kleine monetäre Zuckerl, was die Ärzte bekommen haben für die Impfung. Also 28 Euro für eine Spritze unter der Woche und 36 Euro am Wochenende. Sie kennen vielleicht den Fall, wo in Monitor ein Impfarzt berichtet hat. Der hat sich dann mal schnell eine kleine Impfambulanz in einer gemieteten Wohnung gemacht mit einem angestellten Jungarzt und hat im Monat eine Viertelmillion Euro verdient. Also das muss man sich erst mal vorstellen. Also da sind die Dollarzeichen in den Augen aufgeleuchtet. Und ich glaube, dass das viele auch so betroffen haben. Ich habe gesagt, da können wir halt mal im großen Stil impfen. Das war sicherlich auch ein Köder, der bei vielen leider zum Biss geführt hat. Ich finde es fatal und traurig. Ich kann mich wirklich, ich schäme mich für diesen Berufsstand, dass so viele Ärzte darauf reingefallen sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ralf, was du dazu sagen willst. Ja, im Prinzip unterstütze ich voll, was du gesagt hast. Aber um mal einfach nur die Dimensionen zu sehen. Für eine Impfung bekommt ein Arzt 28 Euro. Die Quartalspauschale, die ich bekomme für jeden Geimpften pro Quartal sind 35 Euro. Das muss man einfach mal sehen. Dafür betreue ich den Patienten drei Monate lang. Und ich kann noch ein bisschen was zusätzlich abrechnen. Aber es bleibt immer eine zweistellige Summe. Es wird nie höher. Es ist einfach nicht möglich, wenn man legal abrechnet. So, und dann für zwei Minuten 28 Euro ist doch schon mal eine tolle Sache. Und das wird für manche möglicherweise der Grund gewesen sein. Eine andere Sache, ich habe selbst an Fortbildungen teilgenommen zur Impfung in der Frühphase, weil ich einfach mal wissen wollte, was wird uns denn so mitgeteilt. Und der Tenor war, die Impfung ist sicher. Es gibt eine tolle Studie von Pfizer. Und das wurde von einer offiziellen Institution, ich will sie jetzt nicht nennen, von einer offiziellen Institution vor 400, 500 Ärzten gesagt, ihr könnt bedenkenlos impfen und diejenigen, die draußen rumkakehlen, haben keine Ahnung. Und wenn man das hört von einer Institution, der man als Arzt Vertrauen entgegenbringt oder zumindest gebracht hat, dann kann auch schon dahinter stecken, dass manche Ärzte wirklich geglaubt haben, okay, die Impfung ist sicher, sie ist gut untersucht. Und dann kommt man in diese Spirale rein und kommt dann ja auch nicht mehr so leicht wieder raus. Das ist ja das Problem. Nur dann sind ja schon nach den ersten Impfungen vielleicht in der Praxis auch Menschen mit Schädigungen aufgetreten. Aber dann gab es ja noch die zweite Impfung und dann noch die Boost-Impfung. Also mittlerweile müsste es doch jedem wie Schuppen vor den Augen fallen. Also was ich auch beobachtet habe, ist, dass die Ärzte einfach keine Zeit haben. Also die haben sich einfach auch auf die Informationen verlassen, die sie bekommen haben, weil sie zu wenig Zeit haben, selber zu recherchieren. Und dann ist natürlich auch dieser Druck. Ich meine, Ärzte sind ja sehr versklavt, muss man, also so benenne ich das immer. Die sind sehr versklavt in dem ganzen System drin. Der Druck auf die Ärzte ist natürlich auch wahnsinnig hoch gewesen und der ist auch ganz schnell aufgebaut gewesen. Und ich kenne also immer noch, ich kenne eine Ärztin, die hat immer noch überhaupt keine Ahnung. Und wo ich mir sage, ja das gibt es doch nicht, man muss doch in der Praxis merken, dass man so und so viel Prozent mehr Herzinfarkte, Schlaganfälle, Nervenschäden und so weiter und so was hat. Aber es gibt immer noch welche, die auch das nicht gemerkt haben. Das ist halt, was weiß ich was. Christina, da möchte ich noch ergänzen. Es gibt einfach noch viel zu viele Ärzte, die sich auf den Besuch des Pharma-Referenten freuen. Ich meine nicht, dass Pharma-Referenten schlecht sind damit, aber denen halt einfach bedingungslos glauben und sich auch über das Kugelschreiberchen freuen, was sie dann noch kriegen. Und vielleicht früher gab es Anwendungsbeobachtungen, wo man noch ein bisschen was verdienen konnte und so weiter. Ganz früher gab es noch Reisen und alles Mögliche. Und diese Abhängigkeit hat sich so aufgebaut, es ist einfach schrecklich. Die Menschen, also viele unserer Kollegen, glaube ich, geben einfach ihr persönliches, kritisches Denken ab und lassen sich einfach vollmüllen von diesen Pharma-Erneuerungen, von den Gazetten, die hier verteilt werden, die aber keine seriöse wissenschaftliche Information liefern. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, ganz kurz. Es ist, denke ich, in vielen Fällen noch Selbstschutz. Wenn ich bei Facebook jeden Tag gepostet habe, Hurra, ich habe heute wieder 120 Patienten geimpft und ich stelle dann auf einmal fest, da kommen ja Nebenwirkungen, das kann da nicht sein. Dann müsste ich mir ja eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist eine Blockade, von der ich glaube, dass manche Kollegen die haben. Es gibt doch andere Kollegen, es gibt ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Kollegen, die nachher irgendwann gesagt haben, ich höre auf zu impfen. Die hatten mir zu viele Nebenwirkungen. Was ich hier sehe, ist einfach schrecklich. Gibt es ja auch. Ein weiterer Aspekt ist auch noch zu bedenken, dass damals ja gesagt wurde, dass ein Mensch, ein Betroffener, der sich hat impfen lassen, und er hat eine Nebenwirkung innerhalb der ersten 14 Tage gehabt, galt er als nicht geimpft. Und das hat man ja ganz klar dann der Corona-Erkrankung zugeschrieben. Und das ist ein Riesenproblem, auch bei der Erfassung statistisch. Was wir auch mitbekommen haben, ist ganz, ganz viel, dass Betroffene, die haben an das PAI gemeldet. Und wir haben, wie gesagt, 400, 500, so kannst du es noch besser sagen, Uwe. Also wir haben sehr viele Schreiben, wir haben auch vom MWG-EFD, vor allem der Uwe Kranz hat darauf hingewiesen, dass Menschen bitte diese Impfschäden melden, damit sie auch dann Schadensersatzansprüche geltend machen können. Deshalb ist es wichtig, permanent zu melden und nicht einmal und dann ist es letztendlich weg. Aber das PAI reagiert nicht. Ich könnte ganz, ganz viele solche Berichte vorlesen. Ich habe diese Unterlagen von betroffenen Menschen, die im System auch, wo man sieht vom Schreiben her, die haben geglaubt, das sind Beamte, die jetzt irgendwo feststellen und sagen, Mensch, jetzt schreibe ich da an das PAI und ich kriege noch nicht mal eine Antwort. Und das ist ein Riesenproblem. Ich habe damals vor Bayern-Tich-Weiser eine Mahnwache gehalten und Roger Bittl hat eine Presseanfrage an Bayern-Tich gesendet und an das Paul-Ehrlich-Institut betreff Anfragen von Impfgeschädigten. Ich hatte meinen Impfschaden 46 Mal mit Einschreiben hingeschickt und ich habe eine Antwort gekriegt vom Paul-Ehrlich-Institut, dass sie dafür nicht zuständig sind, habe ich schriftlich bekommen. Das ist ein Witz. Und bei den jetzigen Ablehnungsverfahren, die wir an der Stelle haben, sieht es so aus, da haben wir auch ganz viele Unterlagen von Betroffenen, dann wird gesagt, Moment, wir haben an der Stelle nicht festgestellt, dass der Impfstoff von Moderna an der Stelle Schaden hat. Das sagt das PAI, das sagt die STIKO, das sagt die EMA und damit werden die Verfahren eingestellt. Das ist so ein Zirkelschluss, der hier im Hintergrund läuft, wie bei Gericht. Also ich habe in Österreich bei meiner Selbsthilfegruppe keinen einzigen eingemeldeten Impfschaden bei unserem Institut, keinen einzigen. Also bei uns ist kein Arzt scheinbar in der Lage, dass er in Österreich einen Impfschaden überhaupt einmeldet. Also keinen einzigen, ich kenne niemanden. Ja? Ja? Ja. Ich weiß niemanden. Ja, aber das nützt ja nichts, egal ob in Österreich oder in Deutschland, man wird nicht anerkannt, man kriegt keine Antwort. Ja, das ist das Problem. Na? Super. Den nehme ich. Den nichts lasse ich mir doch gerne spritzen. Wahnsinn. Sehr gut. Florian Machl, Report 24 News. Ich bin mit zwei Themen beziehungsweise Fragen hier. Die erste ist, wir haben ja heute viel gehört, dass die Impfopfer teilweise Beschimpfungen ausgesetzt sind und das merken wir in der täglichen Arbeit auch. Wenn wir schreiben über Impfopfer, dann werden wir teilweise beschimpft, weil, und das ist interessant, die Ungeimpften völlig ungehalten sind. Die sagen, wir hatten Nerven wie Drahtseile. Wir wurden mit einer Impfpflicht in Österreich bedrängt. Es gibt in Deutschland die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Und wir haben das durchgehalten. Uns hat auch keiner geholfen. Wir haben teilweise den Job verloren. Und die bauen so richtig Hass auf die Ungeimpften auf. Und da kommt eigentlich die meiste Häme gar nicht von den anderen Geimpften, die vielleicht auch einen Impfschaden haben. Das heißt, wir haben hier eine riesige Kluft zu überbrücken. Wir müssen hier die Gruppen wieder zusammenführen. Und meine Frage an Sie ist, haben Sie Ideen, Projekte, Programme, wie man das angehen kann? Danke, lieber Florian. Also ich glaube, es ist wirklich ein wichtiges Thema. Und ich appelliere hier jetzt im Namen von MEGFD an alle Ungeimpften. Wir gehören ja auch meistens dazu, dass wir uns mäßigen in diesen Dingen und dass wir das einfach nicht machen. Dass wir den Geimpften die Hand reichen. Denn nur gemeinsam können wir gegen diesen Wahnsinn, den wir alle erleben, hier in Deutschland, aber auch weltweit, kommen nachher noch darauf zu sprechen, vorgehen. Und es ist kein guter Stil. Ich glaube, wir können, auch wenn wir, ich weiß noch, wie die Zeit war, als wir nicht in Lokale gehen konnten, weil wir ungeimpft waren und so weiter. Dafür können allerdings die Geimpften nicht. Die sind halt dieser Propaganda zum Opfer gefallen. Und ich glaube, wir sollten uns hier mit den Geimpften solidarisch erklären. Deshalb machen wir, obwohl wir von MEGFD-Seite immer vehement gegen die Impfung, gegen all diese Dinge gewarnt haben, nehmen wir uns jetzt bewusst der Impfopfer an. Obwohl wir sagen könnten, naja, wir haben es euch ja gesagt, selber schuld. Das tun wir nicht, weil wir sind Menschen und wir müssen menschlich miteinander sein. Das ist ein altes Spielchen der Machthaber. Divi ed impera, spalte und teile und herrsche. Und dem fallen wir nicht zum Opfer, dem gehen wir nicht auf den Leim. Ein weiterer Aspekt an der Stelle, was steht denn im Raum? Was ist denn in Deutschland passiert, kurz bevor diese Corona-Nummer losgegangen ist? Man hat ein Lastenausgleichsgesetz eingeführt im Rahmen der Fürsorge. Am 19. Dezember ist es gewesen. Da wussten wir noch gar nicht so viel von dieser Covid-Erkrankung. Da war das noch irgendwo in China in Deckung. Das heißt, man hat hier etwas vorbereitet. Und das ist die große Sorge, die viele haben, die sie auch zu Recht haben. Dass jetzt gesagt wird, okay, jetzt nehmen wir uns den Impfgeschädigten an. Und das sind sehr, sehr viele Menschen. Und dann machen wir diesen Lastenausgleich geltend. Das ist dieses Druckmittel, was sie haben. Aber wir sollten uns eins vergegenwärtigen. Was ist denn hier real? Wenn wir jetzt an der Stelle weitergucken. Kann dieser Staat die ganzen Schäden, die ganzen Kosten noch bezahlen? Aktuell ist es so, dass Herr Lauterbach den Gesundheitsetat für das nächste Jahr um ein Drittel eingedampft hat. Der Mann ist hingegangen und hat gesagt, von 24 Milliarden auf 16 Milliarden machen wir jetzt die Förderung runter. Wo sind wir hier hingekommen? Und hier müssen wir wirklich erkennen, es sind ganz, ganz wenige, die an diesem System verdient haben. Und auch alle, die jetzt noch glauben, dass sie ihre Renten etc. bekommen. Das kann sein, dass das nicht mehr so ist. Und je früher wir das erkennen und nicht in diese Spaltung gehen, umso besser ist es für uns alle. Und vielleicht noch einen zwischenmenschlichen Aspekt. Wir leben in einer Welt, in der bei Problemen immer der andere schuld ist. Wenn mein Kind schlechte Noten hat, ist der Lehrer schuld. Wenn eine Operation nicht funktioniert, ist der Arzt schuld. Vielleicht sollten wir alle mal hingehen, dass ein Mann Appell an all die Ungeimpften nicht den Geimpften irgendeine Schuld zuzuweisen. Auch die Geimpften sollten aufhören, sich selber zu beschuldigen, weil sie sich haben impfen lassen. So eine Denkweise ist nicht gut für die Gesellschaft. Es spaltet die Gesellschaft. Und die Denkweise ist auch nicht gut für das Gesundwerden. Das muss man auch nebenbei haben. Also mein Appell ist an alle, es gibt den Satz Leben und Leben lassen. Jeder hat das Recht, sein Leben frei zu entscheiden. Und wenn jemand sich entscheidet zu impfen, dann hat er das so getan. Das bewerte ich nicht, weder positiv noch negativ, sondern das nehme ich zur Kenntnis. Weil jeder Mensch hat das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Aber dass andere dann hingehen und sagen, bist du selber schuld? Das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich jämmerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin der Meinung, dass all diejenigen, die immer diese Hetze schreiben, jetzt mal 100 Euro an den MWGFD spenden. Danke. Ganz kurz Florian, wenn ich kurz unterbrechen darf. Mir hat gerade Claudia auf unserer Presse gesagt, dass eine asiatische Betroffene im Mai in der Schweiz lebt, zugeschaltet ist und auch noch etwas dazu sagen wollte. Ich bitte den BNC uns reinzubringen. Warte mal, May, wir haben noch keinen Ton. Moment nochmal. So. Hallo zusammen, ich bin Malios. Ich komme aus der Schweiz und bin dort geimpft geworden mit moderner, habe sehr starke Nebenwirkungen. Und muss leider sagen, in der Schweiz sind noch keinen einzigen Impfschaden anerkannt worden. Keinen einzigen. Ich bin mit dem Kruse gerade dabei, Anwalt Philipp Kruse, zu klagen, Swissmedic und allen. Und wir hoffen, dass wir auch so Anklang haben wie bei Katharina König. Wir bedanken uns auch bei Katharina König, dass sie uns so viel zeigt. Und wir sind auch dankbar, dass wir so viele Menschen haben, die uns helfen. Und ich muss auch sagen, in der Schweiz sind sehr viele Ungeimpfte, die sehr solidarisch mit uns umgehen. Das war's. Ich danke dir, May, für diese Schilderung. Vielen, vielen Dank, dass wir sehen, wie es in der Schweiz geht. Also ähnlich wie in Österreich. Und wir in Deutschland sind auch noch nicht so viel weiter. Aber Katharina möchte das so sagen. Also ich möchte dir persönlich sagen, ich bin am 20. April auf einem Anti-WHO-Symposium in Zürich im Spielgarten. Da kannst du mich sehen mit Philipp Kruse und Homburg und Hockeherz. Und da werden wir richtig laut sein, weil die Schweiz noch mehr schweigt wie Deutschland. Und wir müssen das verhindern, dass die WHO ein Bein in das Land bekommt. Florian Machl. Ja, danke. Zweites Thema. Zunächst mal vielen Dank an die MWGFD für den wissenschaftszentrierten Ansatz. Weil ich glaube, wir haben ja heute auch gehört, wie diese Impfung wirkt. Und dass sie den Menschen umprogrammiert ist, dass das in die Gene, in die Zellen hineingeht. Und wir haben ja immer wieder gesehen Menschen, die auch gerne Geld verdienen mit dem Stichwort Ausleitung. Da sind viele Hexenzauberer da draußen. Ich glaube jetzt nicht, dass man mit irgendwelchen Mittelchen eine Ausleitung machen kann und die Zellen reprogrammieren kann. Daraus ergibt sich aber die Frage, wie gehe ich seriös um, wenn ich Bedenken habe, dass ich impfgeschädigt bin. Ich fühle mich nicht gut. Was soll ich als erstes untersuchen lassen? Meine persönliche Antwort ist immer, Spike-Proteine bestimmen. Werden die noch produziert im Körper? Nur hier ist ein Teil meiner Frage an euch, wer kann das eigentlich? Wer kann das wirklich zuverlässig? Wo gehe ich da hin? Und die zweite Sache ist, dass wir sehr viele Schädigungen des Herzens sehen. Auch hier wieder die Frage an die Ärzte. Ich glaube, die richtige Antwort an Menschen, die sich schlaff fühlen und so weiter wäre mal, lasst euer Herz untersuchen. Was sollen sie tun? Also zusammengefasst meine Frage, all jene, die unsicher sind, die sich nicht gut fühlen. Welche seriösen Untersuchungen kann man machen und wo kann man sie machen? Ich glaube, die erste Frage geben wir mal an unseren Kollegen Klaus Steger, der über die Labore berichtet hat. Und die zweite bezüglich des Herzens der Herzschäden würde ich gerne vom Ralf beantworten lassen. Okay. Gut, über mögliche Therapien, das macht dann Ralf, ja. Mit den Spikes wissen wir ja, dass die, also das Ziel war ja, dass die möglichst lange im Körper produziert werden. Aber auch hier gilt bei der Medizin auch, man muss das individuell sehen, weil jeder Mensch ist halt unterschiedlich. Ja, das hängt, da gibt es so viele verschiedene Faktoren, die darauf Einfluss haben. Ich meine, wir haben diese Mod-RNA, die, wie ich gesagt habe, also besonders lange im Körper verbleiben soll. Dann ist natürlich die Frage, wie oft wird die zum Beispiel abgelesen. Also wir wissen, dass Jüngere, sage ich mal 30, 40-Jährige, liest man häufig schwerere Schäden haben als Ältere. Könnten wir vielleicht damit Stoffwechsel erklären hier. Also es kann natürlich sein, damit bei schlechteren Stoffwechsel so eine RNA nur wenige Male abgelesen wird bei guten Stoffwechsel, ja. Mehrmals, dann hat man natürlich automatisch mehr Spike-Proteine. Und seitdem man jetzt die DNA-Verunreinigungen hat, da ist es natürlich so, dass die DNA bildet ja die Vorlage dazu für die mRNA-Produktion. Das heißt, hier haben wir natürlich auch die Information zur Produktion von Spike. Und wenn jetzt so eine DNA in so einer Nanolipid-Partikel ist, dann kann die sehr leicht natürlich in unsere Zellen transportiert werden, eigentlich in Edezelle, ja. Und dann habe ich mal in einem Nebensatz vorhin angedeutet, bei Biontech wissen wir ja, dass dieser SV40-Enhancer vorhanden ist. Und das ist eigentlich lange vor Covid schon bekannt in der Wissenschaft, wenn man irgendeine Information in den Zeugkern hineinschleusen will, dann macht man das eigentlich so, dass man in diesen Vektor so einen SV40-Enhancer mit dazu integriert. Der erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende einklonierte Gehen dann halt vermehrt in den Zeugkern reingeht und natürlich auch in die DNA eingebaut werden kann. Zu welchem Prozentsatz kann ich allerdings nicht sagen, ja. Jetzt noch auf die Frage, wo wir es hinschicken. Also ich zum Beispiel in meiner Praxis, ich schicke bis dato, habe ich gerne zum MMD, das ist das Labor von Frau Prof. Brigitte König in Magdeburg. Die kann im Serum Spike-Protein bestimmen, das ist auch relativ kostengünstig. Wir werden demnächst in unserem, oder wir sind dabei in unserem neu gegründeten Institut für molekulare Diagnostik in Berlin, sowas auch anzubieten. Auch da kann man es hinschicken mit einem etwas noch genaueren Verfahren, was unsere Biologen sagen. Aber das wären zum Beispiel mal Anlaufstellen. Ich weiß nicht, Ralf, hast du, wo schickst du deine Untersuchungen hin? Also bisher überwiegend nach IMD und Biolist. Also zur Frage Spike-Protein, ja, da muss man sagen, ist IMD deutlich günstiger als Prof. König. Aber Prof. König ist auch wahrscheinlich sehr viel genauer. Man muss sich dann halt überlegen, ob man nur mal wissen will oder ob man aus juristischen Gründen braucht. Aus juristischen Gründen immer Prof. König in Magdeburg, gar keine Frage, oder euer neues Labor, aber da habe ich noch keine Erfahrung mit. Wenn es aber nur mal so darum geht, Spike-Antikörper zu bestimmen und zu gucken, sind vielleicht Spike-Symbol, dann reicht auch IMD aus, dann wird es deutlich günstiger. Und ich weiß, dass die meisten meiner Impfgeschädigten sowieso schon leere Portemonnaies haben. Also muss man gucken, dass man mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel erreicht. Zu der Spike-Bestimmung möchte ich aber noch Folgendes sagen. Eine Spike-Bestimmung im Serum oder Immunzellen ist immer nur dann nützlich, wenn man was nachgewiesen hat. Wenn man nichts nachgewiesen hat, sagt die Untersuchung überhaupt nicht. Sie können trotzdem da sein. Denn es ist ja immer eine Momentaufnahme. Ich nehme Blut ab. Und wenn in diesem Moment, in meinem 5 Milliliter Blut, keine Spikes drin sind, heißt das nicht, dass im ganzen Körper keine Spikes sind. Das heißt, ein negativer Befund sagt nicht, da ist nichts, sondern er sagt nur, in der Ampulle war nichts drin. Mehr nicht. Wenn was da ist, dann ist es auch im ganzen Körper. Keine Frage. Naja, das hängt vom Geldbeutel ab. Also therapeutisch spielt die Frage, sind Spike-Proteine da überhaupt keine Rolle? Weil ich therapiere immer die Beschwerden des Patienten und nicht die Blutwerte. Und von daher brauche ich es für mich, also zur Frage, Impfschaden, ja oder nein, brauche ich es nicht. Wenn ein Patient die klassischen Beschwerden hat oder ein halbwegs zeitlicher Zusammenhang zur Impfung besteht und wenn es eben das ist, was mir viele andere auch schon erzählt haben, ist für mich der Impfschaden klar, da brauche ich keinen Spike-Nachweis, da brauche ich auch keinen mRNA-Nachweis. Für die Klage braucht man es, ja, ja. Und bei negativen Befund kann ich eigentlich auch nur empfehlen, das regelmäßig zu wiederholen. Irgendwann wird es dann positiv sein. Ich habe ja Betroffene, die haben es drei, vier Mal machen lassen. Und dann war es mal positiv, mal negativ, dann wieder positiv, dann wieder negativ. Also bunter Würfel. Für mich ist auch aussagekräftig die Antikörper gegen das Spike-Protein, also die IgG-Antikörper, die liegen ja bei den Impfgeschädigten oft bei 2000 und mehr. Und so hohe Antikörper sind für mich immer ein Hinweis, dass wahrscheinlich noch Spikes da sind. Denn wenn die Spikes weg sind, dann gehen die Antikörper runter. Langsam, aber sicher. Irgendwann sind sie weg. Genauso wie das Nucleokapsid-Antikörper, die nach einer Corona-Infektion ja wahrscheinlich nach sechs oder neun Monaten nicht mehr nachweisbar sind. Wenn keine neue Infektion erfolgt. Zur Frage, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin Impfgeschädigter? Ja, irgendeinen Therapeuten aussuchen aus MWGFD. Es gibt auch noch andere Listen, die nenne ich jetzt natürlich nicht, klar. Dann geht man zum Arzt oder Heilpraktiker, das muss kein Arzt sein. Also ich habe sowieso im Moment das Gefühl, dass die Heilpraktiker viel mehr können als die Ärzte. Das muss ich leider manchmal so sagen. Soll ich jetzt mal lästern? Die kriegen es aber auch besser bezahlt. Weil ich, wie gesagt, ich muss mit 80 Euro für drei Monate auskommen. Aber da gibt es ganz viele. Ich glaube, in der Liste sind schon einige drin. Dann geht man da hin und sagt mal, die sollen mal nur die Endotheliitis vom Marker bestimmen. Und das ist VEGF, Rantus und den Immunstatus. Und dann hat man schon so einen ungefähren Hinweis, ob da was im Busch ist oder nicht. Ja, danke. Ich finde nach wie vor die Spike-Proteine-Messung zumindest ein Verlaufsparameter, wo wir vielleicht auch das Ansprechen der Therapie überprüfen können. Und ich habe es bei mir, also wer den schickt, da zu Frau König bis dato gesehen, dass man es ein bisschen da messen kann, dass man mit einem gewissen Therapieerfolg, dass der auch natürlich mit einer Beschwerdenlinderung der Patienten einhergeht, dann auch dann kaum oder weniger Spike-Protein nachweisen kann. Also es sind zumindest die ersten Erkenntnisse, die wir haben. Aber es ist ähnlich in der Wertigkeit vielleicht wie die Tumormarker bei einem Krebsgeschehen. Auch da ist es nicht das Einzige, auf was man schaut. Ich darf aber eine kurze Anekdote in dem Zusammenhang zur Frage, also zwei Ärzte müssen ja nicht immer gleicher Meinung sein. Ich finde es ja gut, wenn verschiedene Meinungen hier vertreten werden. Ein Patient kam zu mir ungeimpft mit einer dreifach geimpften Partnerin und wollte einfach wissen, ob er was abbekommen hat. Hatte keinerlei Beschwerden, eine Corona-Infektion war vor 18 Monaten mal und lässt seine Spike-Proteine bestimmen. Und das war die höchste Menge an Spike-Proteinen, die ich je in meiner Praxis gesehen habe. Der hatte keine Beschwerden, überhaupt nichts. Ja, hallo, mein Name ist Steff Mancini von Stadtzeitung.org. Stadt mit Doppel-T, man könnte auch sagen Stadt, Süddeutsche Zeitung und so weiter und so fort. Und bevor ich meine Frage stelle, möchte ich natürlich das Gleiche tun, wie mein Kollege Florian schon getan hat. Ich möchte all den mutigen Menschen, die hier heute gesprochen haben, sowohl die Impfgeschädigten, die Betroffenen, als auch die Mediziner, Heilpraktiker, ich möchte euch allen und eurem ganzen MWGFD und auch dem Team ganz herzlich danken, dass wir mit dieser Veranstaltung mal wieder zu unserem Kernthema zurückgekommen sind. Und ich glaube, niemand hier hat noch einen Zweifel dafür, dass wir hier von einem Verbrechen sprechen. Und bei dieser Gelegenheit, wo wir alle wissen, wenn wir den Mainstream uns betrachten, dass es die neuen Medien sind, die über dieses Verbrechen sprechen, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass es einem Mann im Moment sehr, sehr schlecht geht. Und zwar der Mann, der für die Wahrheit ans Licht zu bringen als Verbrecher in einem Gefängnis in London immer noch in Haft sitzt und womöglich demnächst bei Nacht und Nebel, wenn keine Aktivisten auf der Straße sind, in einem Flugzeug nach Amerika ausgeliefert wird. Die Rede ist von unserem Pionier, der der Erste war, der das getan hat, wessen wir nachfolgen, Julian Assange. Ja, und ich bin nach 20 Jahren aus dem Mainstream ausgestiegen, weil wir mittlerweile alle wissen, dass er toxisch ist. Und ich glaube auch, dass alle Betroffenen hier das Recht darauf haben, diese Stimme zu erhalten. Und die wollen wir ihnen geben. Und deswegen gilt mein Dank eben euch, aber er gilt auch meinen Kollegen, die heute alle teilweise von sehr, sehr weit hergekommen sind, um darüber zu berichten, damit viele hunderttausend Menschen hören, was hier heute einfach gesprochen wurde. Ja. Danke für dein Statement, Steff, super. So, und jetzt habe ich noch meine Frage. Im November 2022 haben wir bei Stadtzeitung einen Fall geschildert, den Fall von Hanna Stoll, einer impfgeschädigten jungen Frau, ich habe damals die Überschrift gemacht, krank gestochen und im Stich gelassen. Der MWGFD hat auch über Hanna Stoll dann einmal das Aufgenommen auch berichtet. Das ist eine junge Frau, sie war Langstreckenläuferin, sie war 23 Jahre alt, als sie geimpft wurde. Und sie hat so ziemlich alles, was heute hier die Betroffenen geschildert haben. Also dicke Knie, dicke Gelenke, blaue Lippen, blaue Hände, blaue Füße, Fatigue-Syndrom. Das Leben dieser jungen Frau ist auch zerstört. Und ich habe gestern mit ihrer Mutter gesprochen, mit Annette Stoll. Wir haben losen Kontakt, immer mal wieder erkundige ich mich, wie es der Hanna geht. Und mich hat bestürzt, dass diese Löwenmama, eine wirklich smarte und taffe Mutter, die für ihre Tochter da ist, erst mal fast 20 Minuten am Telefon nur geweint hat über das Schicksal ihres Kindes, nur geweint hat. Und das ist auch mehr, als der Journalist eigentlich tut, oder ich kann bestimmt für alle hier sprechen, das ist so unsere Herzensangelegenheit, dass wir einfach auch so mitfühlend sind diesen Menschen, weil leider geht es der Hanna jetzt über zwei Jahre nach der Impfung, zweimal geimpft, noch keinen Deut besser. Es kommt immer in Wellen. Sie sagt, sie hat gute Tage, schlechte Tage. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Das habe ich vorhin, ich weiß nicht mehr von wem, auch gehört und will es nachfragen. Bei der Hanna Stoll war es so, sie war ja Sportlerin, sie ist ja 200 Kilometer in der Woche gerannt und sie hatte eine kleine lapidare Sportverletzung. Und ihr Arzt hat ihr trotzdem zur Impfung geraten. Und der hat sich impfen lassen und dann ist sie an einem Schrank, hat eine Tasse rausgenommen, sie hörte ein Knacken in ihren Kniegelenken. Es kamen Beschwerden. Sie ist mit diesen Beschwerden zu ihrem Arzt gegangen und dieser Arzt hat ihr geraten, und jetzt kommt meine Frage, eine erneute Impfung würde diese Beschwerden lindern oder beenden. Und das habe ich vorhin in irgendjemand auf dem Podium, hat es auch gesagt, dann lass dich nochmal impfen und dann geht es dir besser. Und so hat eben halt auch Hanna sich dann nochmal impfen lassen mit fatalen Folgen. Und jetzt geht meine Frage an den Ralf Tillenburg, auch an dich, Ronny, bestimmt auch an Frau Wolf. Und die lautet, ist das bekannt, gibt es eine andere Art von Impfung, bei der man sagen kann, wenn man danach einen Impfschaden oder Impffolgen hat, dass man sich dann nochmal mit der gleichen Impfung impfen lassen soll oder wie kommt es zu diesen Aussagen von seitens der Ärzte? Erschütternd, wirklich erschütternd, solche Aussagen. Und es gibt für mich auch keine medizinische Begründung für so eine Aussage. Ich habe das auch ein paar Mal gehört, es haben mir einige Betroffene gesagt, sie hätten nach der ersten Impfung Beschwerden gehabt, dann hat der Arzt ihnen gesagt, lass dich nochmal impfen, dann gehen die Beschwerden wieder weg. Es gibt keinen wissenschaftlichen Hintergrund für diese Aussage, außer vielleicht ein dicker Geldbeutel am hinteren Eingang des Arztes, das kann ich nicht anders sagen, aber es gibt, zumindest nach meinem Wissen, es gibt ja noch mehr wissende Leute, gibt es keinen wissenschaftlichen Studie, die jemals so etwas belegt hätte. Das sehe ich genauso und ich glaube, Michael Palmer, der zugeschaltet ist, wird auch nichts anderes sagen. Ja, also ich weiß auch nicht, wie man überhaupt auf sowas kommen kann. Keine Ahnung. Ja, aber es scheint ja nicht selten zu sein, diese Aussage. Uwe Kranz hat es gerade sogar gesagt, so zweimal Minus ist Plus, so ungefähr. So ist die Argumentation. Also es ist kein wissenschaftlicher Hintergrund dabei. Also vielen Dank, nochmal auch im Namen meines gesamten Teams, die sind nämlich heute in Biberach, da spricht Frau Brigitte König. Danke dir. So, wir kommen langsam zum Ende, vielleicht noch zwei Fragen und dann wird es dann langsam halb sieben noch eine kurze Verabschiedung geben von unserer Seite. Ja, während dieser stundenlangen, zu Herzen gehenden Beschreibungen der Impfgeschädigten, tauchte in mir plötzlich diese alte Liedseile auf, sag mir, wo die Männer sind. Gibt es keine männlich Impfgeschädigten? Herr Tillenburg, wie viele von Ihren 230 Patienten sind männlichen Geschlechts oder lassen die sich ganz einfach als Post-Covid-Fälle einordnen und abspeichern? Wehren die sich nicht? Und ich habe mir auch gedacht, komisch auch in den ganzen Beiträgen im Netz und in den Telegram und so, eigentlich immer Frauen nur, die auftreten als Geschädigte. Ja, also, ja, stimmt, stimmt. Der häufigste in meiner Praxis zuhörende Satz ist, Herr Doktor, meine Frau hat gesagt, ich soll mal zu Ihnen kommen. Es ist wirklich so und das ist kein Witz. Ich glaube, also, beispielsweise ein Fall ist also die Myokarditis. In allen Studien wird gesagt, überwiegend junge Männer. Hallo, ich habe noch keinen jungen Mann mit Myokarditis gesehen, aber ich habe 20 junge Frauen mit Myokarditis. Woran liegt das? Ja, die Männer mit unspezifischen Beschwerden, die sagen, Augen zu und durch, was uns nicht tötet, macht uns nur härter, so sinngemäß. Und die fallen dann irgendwann leider plötzlich schon unerwartet nach einem Waldlauf um oder liegen plötzlich morgens tot im Bett. Das heißt, die kommen oft nicht zu mir. Aber es gibt natürlich auch männliche Patienten bei mir. Ich habe keine Zählung durchgeführt, aber ich schätze mal so 30 Prozent meiner betroffenen Impfgeschädigten sind männlich und 70 Prozent sind weiblich. Okay, ich möchte noch sagen, zugeschaltet haben wir Alexa Niedfeld, die möchte auch noch kurz eine Frage stellen. Und dann sehe ich noch, bitte mal die Hand heben, wer will noch eine Frage stellen in der Reihe hinten? Also zwei nachher noch, genau. Bitte eine Rücksicht, wir sind um kurz nach halb fertig. Ich wollte nur noch kurz was sagen, weil ich habe wirklich jahrelang zum Thema Organspende recherchiert. Ich bin Rechtsanwältin und ich meine, diese Verwunderung, dass die Ärzte das nicht merken und nichts sagen, das gibt es bei der Organspende schon seit 60 Jahren. Da dringt die wesentliche Information nicht durch, dass nämlich hier Sterbende in den Operationszellen getötet werden, und zwar mit einer Mordqualifikation. Das sind Tötungen, die sind nicht tot, wenn sie aufgeschnitten werden, weil dann kann man ihre Organe nicht mehr brauchen. Und diese Information wird seit 60 Jahren nahtlos verhindert, dass die an die Öffentlichkeit gelingt. Und es wird einen zweiten Anlauf zur Abstimmung über die Widerspruchslösung bald geben. Die ist ja am 20. Januar 2020 gescheitert, erstaunlicherweise im Bundestag. Da arbeiten sie schon dran, dass das durchgeht. Und das ist auch ein Thema, was im Zusammenhang mit der Impfung unbedingt noch publiziert werden muss. Okay, es sind wie so viele wichtige Skandale, die es in der Medizin gibt. Das war jetzt ein bisschen themenfremd, aber wirklich ein wichtiger Skandal natürlich, wie so viele andere Skandale. Ich würde mal sagen, wir schalten kurz mal Alexa Niedfeld zu, und dann kriegen die beiden hier noch Anstehenden auch noch die Chance, ihre Frage zu stellen. Ja, hallo erstmal an alle. Ja, ich habe die ganze Pressekonferenz natürlich verfolgt und habe mich in vergangene Zeiten zurückversetzt gefühlt, weil ich ja selber auch durch eine Impfung betroffen war, aber eben durch eine Schluckimpfung und aber eben auch durch Spritzmittel. Und auch damals hat die Justiz schon versagt Mitte der 90er und es sind alles ähnliche Fälle. Jetzt nur mal, um den Menschen auch da draußen mal Mut zu machen, bevor ich mal eine Frage stelle. Ich habe im Rollstuhl gesessen, ich war schwerst erkrankt durch eben dieses Spritzmittel, was immer noch freiverkäuflich ist und dann eben eine Schluckimpfung, die sechste, die ich bekam innerhalb von ein paar Jahren, dann im Rollstuhl landete und mich ab Hals abwärts kaum noch richtig bewegen konnte und so weiter. Und ich möchte einfach den Menschen Mut zusprechen da draußen. Es sind ja jetzt eine Menge Betroffener da und ich möchte einfach auch mal eine positive Meldung zurückgeben, denn man darf niemals aufgeben. Ich habe auch niemals aufgegeben und das ist jetzt eine ganz wichtige Botschaft an euch alle da draußen. Verliert bitte den Mut niemals. Wie man sieht, es geht. Man kann da wieder rauskommen vielleicht und man darf das nicht aufgeben. Also bleibt bitte dran, bleibt stark und wir sind alle bei euch. Okay? Also ich bin da jetzt so ein bisschen emotional, weil ich natürlich eben, ich kann mich da reinfühlen jetzt die ganze Zeit und das holt mich so ein bisschen wieder in die damalige Zeit zurück. Jetzt habe ich natürlich auch als ehemalige Betroffene so ein bisschen Angst um die Therapie und das ist jetzt meine Frage. Und zwar die ganzen wichtigen Sachen, mit denen hier jetzt gearbeitet wird. Das heißt, die naturheilkundlichen Mittel, die Nahrungsergänzungsmittel, alles, womit ich auch wieder fit geworden bin, Darmuntersuchungen und so weiter. Wo jetzt auch, Darmuntersuchung ist jetzt nochmal ein spezielles Ding. Also ich wurde öfter jetzt schon mal darauf angesprochen, warum machst du Darmuntersuchungen? Die wollen doch alle das Mikrobiom jetzt abtasten. Die wollen jetzt die ganzen Daten haben. Das darf man gar nicht machen und so weiter. Damit werden natürlich auch Therapien abgeschnitten von den Leuten, die jetzt betroffen sind. Da herrscht ganz große Angst im Moment. Das ist meine eine Frage. Wie kann man dem entgegenwirken? Und die zweite Frage ist, und das fiel mir auch ein, weil ich Uwe Kranz da habe sitzen sehen. Hallo Uwe. Ja, das Verbot der Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel oder auch der naturheilkundlichen Mittel durch die WHO, durch den Pandemievertrag. Was kommt da auf uns zu? Für die Betroffenen jetzt. Ja. Es wird auch Zeit, dass mal unser WHO-Spezialist von MWGFD, Uwe Kranz, hier sich zu Wort melden kann. Uwe, nehmen Sie ein Mikrofon. 1, 1, 1, 1, 1, ist es jetzt besser? Okay. Also ganz kurz, wir haben die vierte Fassung des Vertrages, des Pandemievertrages seit Montag dieser Woche. Seit Montag dieser Woche liegt die vierte Fassung vor und alle vier Fassungen haben im Prinzip den gleichen Inhalt, mehr oder weniger mit kleinen Veränderungen zwischendurch. Wir hatten die Zero-Version, die Null-Version, wir hatten die Büro-Version, wir hatten die Oktober-Version und haben jetzt die März-Version. Alle vier Versionen unterscheiden sich ein bisschen. Man muss die wirklich nebeneinander legen, um zu erkennen, wie sie sich unterscheiden, was gestrichen worden ist, was hinzugekommen ist. Eine Höllenarbeit bei 32, 35 Seiten mit einem quasi unmöglichen Englisch, das man dann erstmal durcharbeiten muss. Aber in allen Papieren, in allen vier Papieren ist drin, dass die WHO dann, wenn der Vertrag unterzeichnet ist, das Recht hat, die Medikamente und die Therapie zu bestimmen. Und alles, was nicht WHO-like ist, wird verboten werden. Das heißt, alles, was Homöopathie ist, alles, was hier hilft unter Umständen, und was erkanntermaßen geholfen hat, wird von der WHO verboten werden können. Und wenn das Ding durchgeht, dann ist das geschehen. Und dann wird auch das Zweite geschehen, dann werden wir eine solche Veranstaltung nicht mehr durchführen können. Denn alles, was kritisch ist zu dem, was die WHO sagt, wird verboten werden. Und in Brasilien stehen schon zwei bis acht Jahre Gefängnis da drauf. In Polen ist ein Gesetz in der Arbeit. In Frankreich ist ein Gesetz, glaube ich, auch eingegangen. Wir werden also ringsherum eingeschüchtert und eingetopft, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die EU allen voran, als Vorreiter auch, mit dem Digital Service Act hat sie sich auch den Weg bereitet, dass wir überwacht werden können mit dem, was wir aussagen. Alles, was gegen die WHO gesagt wird und gegen das Vorgehen, wenn die WHO sagt, das ist ein gesundheitspolitischer GAU, das ist ein Problem, da müssen wir jetzt wieder den Notstand ausrufen, da müssen wir wieder Lockdowns machen, da müssen wir die Schulen wieder zuschließen und dies und das und dann werden die Medikamente verboten und die Medikamente verboten und dann haben wir den Salat. Dann können wir nichts mehr machen, weil gegen die WHO gibt es keine Rechtsmittel. Sie können kein Gericht anrufen. Danke, lieber Uwe. Danke für dein großes Engagement, das du zeigst in der Aufklärung bezüglich der WHO-Pläne und du hast mir was vorweggenommen, was ich in der Abmoderation noch sagen wollte. Also für mich ist es unerträglich und geradezu eine Farce, dass ausgerechnet die WHO, der wir ja diese Corona-Agenda zu verdanken haben und die es orchestriert hat, trotz allem Weitähnter an der mRNA-Technologie festhält und schon zahlreiche weitere Schutzimpfungen mit mRNA-Technologie zum Einsatz bringen will und nur noch dieses unsägliche Pandemie-Abkommen und Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften, über das demnächst im Mai abgestimmt werden wird. Das ist unerträglich, wenn man sich das vorstellt, dass hier dabei die Opferung der Souveränität der Mitgliedstaaten passiert und gleichzeitig unserer Menschenrechte. Und deswegen ist aus meiner Sicht jeder politische Entscheidungsträger, jeder Politiker, der hier zustimmt, macht sich meines Erachtens des Hochverrats an seinem Land und seiner Bürger schuldig. Und wir von Seiten der MWGFD sehen es als unsere zentrale Aufgabe an, dass wir die Menschen, insbesondere die wahlberechtigten Entscheidungsträger vor diesen die Gesundheit und unsere Freiheitsrechte massiv bedrohenden WHO-Plänen warnen und die von der WHO angestrebte weitere Etablierung der mRNA-Technologie und so weiter, die Inszenierung neuer Pandemien mit immer größer werdenden Dominanz der Pharmakonzerne auf unsere Medizin, dass wir das verhindern müssen, im Keime sticken müssen. Im Grunde muss man jedem Staat raten, trete aus dieser WHO aus. Wir haben schon mal gesagt, World Health Organization, ich habe es mal geschrieben, World Health Organization mit E-L-L-S. Es ist eine Höllenorganisation. Und ich mache hier, ich bitte mal den Bernd, meine Folie Nummer 8 einzublenden. Ich möchte hier auf ein ganz interessantes Online-Symposium aufmerksam machen, das demnächst ab 10.04. für verfügbar sein wird. Allerdings diesmal für eine Gebühr. Wir haben eine gemeinsame Aktion mit der Atlas-Initiative, die ja von Markus Kral und Freunden gegründet wurde, MWGFD und Atlas-Initiative. Das Programm heißt Die Macht der WHO, Ohnmacht der Menschen. Es wird am 10. April bis zum 2. Mai freigeschaltet. Ein etwa sechsstündiges Programm, bei dem Sie Spezialisten wie unter anderem Uwe Kranz, aber auch meine MWGFD-Kollegen Ulrike Kemmerer, Martin Haditsch hören, Philipp Kruse, der sich wie kein zweiter Jurist in die WHO-Themen eingearbeitet hat. Und natürlich auch Markus Kral wird sich zu Wort melden und viele andere. Die Völkerrechterin Dr. Brigitte Pfeil wird uns genau erklären, was wir konkret tun können. Was wir konkret tun können, um unsere Menschen- und Freiheitsrechte zu schützen. Und das kostet mal 35 Euro. Wir haben auch auf der MWGFD-Webseite dafür Werbung gemacht. Und ich bitte jeden, der es hört, kauft euch dies, leistet euch das. Ihr tut ein gutes Werk und ihr lernt was davon. Die Macht der WHO. Ihr findet auch den Link unter www.macht-der-who.de. Also mit dieser Teilnahme erfahrt ihr aus erster Hand, was ihr tun könnt, um eure Grundrechte, eure Rechte bezüglich Gesundheit, sozialem Leben und so weiter, Meinungsfreiheit, was wir tun können, um das zu schützen. Also dieses Stream, ich möchte nur darauf aufmerksam machen. Aber jetzt gebe ich zurück an die beiden letzten Fragestellenden. Hallo, mein Name ist Günter Wittmann. Ich komme aus Weiden. Entschuldigung. Hallo, mein Name ist Günter Wittmann. Ich komme aus Weiden in der Oberpfalz. Also ich wollte mich als allererstes mal insbesondere bei den betroffenen, mutigen Damen bedanken. Ich finde es sowas von toll, dass ihr euch zur Verfügung stellt, um denen da draußen zu zeigen, was alles passieren kann und was man da auch dagegen tun kann. Also Hut ab. Danke euch allen. Dann natürlich auch Danke an die Veranstalter und an die fachliche Kompetenz. Jetzt kommt meine Frage. Ich habe leider in meiner Familie bisher drei direkte Familienmitglieder durch diese mRNA-Spritzen schon verloren. Die sind schon verstorben. Jetzt einer leider, Gott sei Dank, ist noch verblieben. Der ist aber beratungsresistent. Der ist zweimal geimpft, einmal gepustet, hat Herzbeschwerden bekommen, hat weitergeimpft, hat die Gürtelrose bekommen, am ganzen Kopf, Opiate für Monate, will weiter impfen. Unter anderem hat ja zufällig Pfizer jetzt auch eine RMNA-Impfung gegen Gürtelrose rausgebracht. So, jetzt empfiehlt ihm natürlich der Arzt, nachdem er ihm die Gürtelrose gespritzt hat, auch vorsorglich, diese Gürtelrose-Impfung. Jetzt ist meine Sorge, also er hat zusätzlich auch jetzt noch Herzprobleme, hat aber nichts mit der Impfung zu tun. Jetzt meine fachliche Frage. Da ja diese Gürtelrose und sonstige Impfungen ja auch auf dieser mRNA-Technologie basieren, ist da etwas bekannt zwischen Wechselwirkungen? Also wenn er jetzt den Puster gegen Corona reinmacht und dann kriegt er noch die Impfung für die Gürtelrose oder Lungenentzündung wurde ihm auch noch empfohlen, weiß man da was über die Wechselwirkung? Weil ich habe nämlich Schiss, dass mein letztes Familienmitglied irgendwann auch noch. Vielen herzlichen Dank für die Antwort. Danke mal für diese Frage. Ganz wichtig, ich weiß jetzt nicht, ob diese Gürtelrose-Impfung mittlerweile schon auf mRNA-Technologie basiert. Ich denke, ich habe auch gerade Ralf Tillenburg gefragt, ich denke, wir glauben es eher nicht, aber es wird demnächst geplant sein. Trotz allem, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es Ralf sieht, ich bin naturerkundlich tätig, ich kann nur vor jeder Impfung warnen und ich kann manchmal darauf aufmerksam, dass wir demnächst uns genau dieses Thema stellen, nämlich am 24. Mai und ich mache jetzt schon auf diese Veranstaltung aufmerksam, wir werden mit interessanten Referenten uns generell mit dem Thema Impfungen, auch die Nicht- mRNA-Impfungen auseinandersetzen, weil auch hier ganz viel Fehlinformation die letzten Jahre durch die Dominanz der Pharmaindustrie war und es gibt ein ganz tolles Buch, das israelische Ärzte geschrieben haben, das heißt Turtles all the way down, Schildkröten bis ganz nach unten und da haben sich Wissenschaftler zusammengetan und haben mal überall durchgeguckt, diese ganzen Schutzimpfungen, inwieweit hier wirklich eine wissenschaftliche Evidenz da ist und man hat gesehen, dass es ganz viele Interessenskonflikte mit Pharmaindustrie, die die einzelnen Studien in Auftrag gegeben haben, die Zahl der praktisch der untersuchten Teilnehmer war so gering, dass man überhaupt keine Aussage machen konnte, also uns wurde über die Jahre wohl was verkauft, was gar nicht richtig ist und wir haben wirklich hoch erfahrene, kompetente Referenten gewinnen können, die am 24. Mai, also am Freitag, dann bei einem ähnlichen Symposium hier Rede und Antwort stehen werden und ich kann jedem empfehlen, da sich mit einzuschalten und dann werden wir genau dieses Thema Impfungen angehen. Ich glaube, unsere Aufgabe wird sein, in der nächsten Zeitung ist, von der Dominanz der Pharmaindustrie, die genau von diesen Menschen gesteuert ist, der wir die Corona-Agenda verdanken, dass wir uns dieser Dominanz entziehen. Aber jetzt gebe ich zur letzten Frage. Ich wollte noch geschwind dazu sagen, es ist ja so, dass generell bei jeder Impfung das Immunsystem und das Nervensystem geschädigt wird, bei jeder Impfung. Und mein Satz, der ist bitter, aber mit jeder Impfung dem Himmel ein Stück näher. Das Gleiche wollte ich auch sagen. So, dann die letzte Frage. Mein Name ist Peter Pickel, freier Journalist. Ich habe nur eine kleine Detailfrage, die man sicher auch schnell beantworten kann. Es wurde vorhin gesagt, dass es einen gewissen Druck gibt, Druck ausgeübt wird, auf Ärzte eben keine Impfschäden zu melden. Was sind das für Institutionen, die diesen Druck ausüben und wie muss man sich diesen Druck konkret vorstellen? Ich kann dazu nur sagen, auf mich hat nie jemand Druck ausgeübt. Ich denke, Druck ist ja oft etwas, was man in seinem eigenen Kopf aufbaut. Und natürlich haben, also ich muss ja sagen, ich bin ein alter Sack, 68 Jahre, ich könnte in Rente gehen. Das heißt, was kann mir schon passieren? Ein 30-jähriger Arzt, der gerade eine Praxis aufgemacht hat, zwei Kinder hat. Was kann dem passieren, wenn er die Approbation verliert? Und das ist, denke ich, was den Druck ausübt. Und zu mir ist nie jemand gekommen, weder die Ärztekammer, gut, die hat mich auch versucht fertig zu machen, aber das hat sie nicht geschafft. Und auch zu mir ist nie jemand persönlich gekommen, hat gesagt, du darfst keinen Impfschaden melden. Ich mache das. Also ein Patient, der geimpft ist, kommt zu mir, hat Beschwerden, ist Post-Vac, Punkt. Das kriegt er auch schriftlich von mir. Aber ob das dann anerkannt wird bei Behörden, weiß ich nicht. Aber ich kenne diesen Druck nicht. Das ist ein allgemeiner Druck, der in meiner Meinung nach im Kopf aufgebaut wird. Kurze Nachfrage, dann sind das im Prinzip die Ärztekammern, vor allem die diesen Druck ausüben. Und es ist ein Druck, den ein Arzt halt wahrnimmt und ein anderer nicht oder sich darüber hinweg setzt. Kann man das so sagen? Möglicherweise, Peter. Ich gebe nochmal zur Antwort an Annika, die selbst der Betroffen ist weiter, die das selbst am eigenen Leib erfahren hat und die anderen hier sitzen, haben auch zugepflichtet, dass ihre Ärzte da irgendwie genötigt wurden, hier möglichst keinen Impfschaden zu melden. Ja, also abgesehen davon, dass das natürlich komplett ignoriert wird und direkt auf die Psychosomatik geschoben wird und auch auf direkte Anfrage kann es von der Impfung kommen, gar keine Antwort folgt, ist es so, dass ich persönlich auch und die weitere Betroffene die Erfahrung gemacht haben, dass Ärzte oder auch in Klinikaufenthalten dauerhaft einfach die falsche Diagnose vergeben wird. Ich habe selber damit Erfahrungen gemacht. Ich bin abgereist von einer Klinik, in der ich vier Wochen war, habe die Diagnose Long-Covid bekommen, habe angerufen und dann hieß es von meinem behandelten Arzt, ja Annika, ich weiß, dass du einen Impfschaden hast, aber wir dürfen es nicht mehr schreiben. Und das kommt von oben. Warum hat er mir das gesagt? Der war auch noch ein bisschen jünger. Wir waren eigentlich dann auch so ein bisschen perdu. Der hat sich auch dazu kritisch geäußert. Also wir waren eigentlich relativ auf derselben Ebene. und der hat mir das dann halt so gesagt, wie es ist. Und er kann es leider nicht ändern, weil er sonst Probleme bekommt, seine Zulassung und die Klinik zu verlieren. Wie soll man als Geschädigter, als Bürger durch solche Mächte, wie hat man da in irgendeiner Art und Weise die Chance gehört zu werden? Ich mache mal eine Runde. Also ich kann das nur bestätigen. Bei mir war es genau so. Es gibt aber verschiedene Sachen. Die einen haben mir gesagt, ich kann deinen Schaden nicht melden. Und die Berliner Charité zum Beispiel, der hat zu mir gesagt, es gibt keine Impfschäden, während Sie vier Stationen in der Berliner Charité haben, wo nur Impfgeschädigte liegen. Auf meinem Gespräch, wir hatten ein persönliches Gespräch, hat er gesagt, ja, ich weiß, dass die Impfgeschädigt sind, aber ich werde es niemanden von euch, jeden Einzelnen, nicht bestätigen. Danke, Ralf. Ja, ich muss meine Worte von eben noch ein bisschen ergänzen. Danke an Annika und Katharina, die da noch was zugesagt haben. Ich bin Einzelkämpfer. Ich hänge nicht ab von irgendwelchen Leuten, die mir Geld zahlen, außer von den Krankenkassen. Da hat es bisher keinen Ärger gegeben. Kliniken sind aber in privater Hand keine Universitätsklinik mehr, die nicht fest unter Kontrolle der Pharmazie ist. So, und die können natürlich einen ganz anderen Druck ausüben, als das, was man mir gegenüber ausüben kann. Denn die können einfach sagen, wir streichen die Gelder. Es ist ja heute schon so, dass jeder Chirurg gesagt bekommt, du musst 100 Hüften im Jahr operieren, sonst schmeißen wir dich raus. So, also werden die 100 Hüften operiert, egal ob nötig oder nicht. Das ist Fakt. Und so ist es dann auch. Also ich kenne ja auch den Kollegen Ionescu von dieser Klinik Naturklinik, wie heißt der noch? Neukirchen, ja, die Spezialklinik Neukirchen, dem auch klar gesagt worden ist, wenn du weiter Postfach schreibst, verlierst du deine Kassenzulassung. Das ist der Druck von oben. Aber der ist nie bei mir angekommen. Aber klar, bei Krankenhäusern schon. Ja, ja, ja. Ja, genau. So, lieber Uwe, diese Diskussion führen wir dann nachher am privaten Abendessentisch weiter fort. Ich danke jetzt mal, die Zeit ist fortgeschritten. Ich danke allen, die mit dabei waren, sowohl als Pressevertreter, aber auch als sonstige Interessierte. Ich danke allen Zugeschalteten. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ihr müsst mich jetzt auch noch zwei, drei Minuten oder so ertragen. Ich möchte noch eine Abmoderation. Ich danke bei allen, die ihr Interesse gezeigt haben. Ich bitte euch alle, diese Informationen, die wir demnächst auch in geschnittener Form in den Einzelbeiträgen auf unserem Odyssey, Rumble, YouTube-Kanal zur Verfügung stellen, in euren sozialen Netzwerken zu teilen, damit ihr an möglichst, möglichst viele Menschen gelangen. Und ich bitte euch nochmal hier, tragt euch eines Unterstützer bei MBGFD und abonniert unseren Newsletter. Ich kann nur sagen, ich kann nur äußerst schwer meine grenzenlose Empörung darüber zurückhalten, wenn ich mir vor Augen führe, bei all dem, was wir heute gehört haben, dass es als wissenschaftlich belegt und bewiesen angesehen werden kann, dass dieses SARS-CoV-2-Virus von sogenannten Wissenschaftlern, ich möchte nicht Wissenschaftlern nennen, im Labor zusammengeklont wurde, ist in sogenannter Genofunction-Forschung und zwar bewusst auf Gefährlichkeit und dann bewusst unter die Bevölkerung gebracht wurde. All das ist ganz klar. Und dass es nur unserem praktisch noch funktionierenden Immunsystem, bei den meisten Menschen noch gut funktionierenden Immunsystem zu verdanken war, dass dieses SARS-CoV-2-Virus nicht ganz so dramatisch wirken konnte, weil wir eben Erfahrungen mit anderen Coronaviren gemacht hatten und das schon wussten. Und ich glaube, aus diesem Grund ist auch die Infektionssterblichkeitsrate wesentlich geringer geblieben, als von den Agenten oder Akteuren der Corona-Agenda wahrscheinlich ursprünglich beabsichtigt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und dass aber erst durch diese immense Angst und Panik Propaganda den arglosen Menschen als ultimative Rettung angepriesene Impfung, sogenannte Impfung, dann letztendlich diese Genspritze, dem Spike-Protein, diesem zusammengeklonten, erst recht ein leichtes Spielfeld eröffnet hat. Und wir haben gesehen, was das zu welchen Schäden, zu welchen dramatischen Zuständen es geführt hat und wie viele letztendlich schwer geschädigte Menschen hier hinterlassen wurden. Mir wird jetzt gerade ständig die Spendenbox hier gehoben. Ich möchte nochmal daran erinnern, wer will, kann gerne was spenden hier. Also weltweit haben wir eine immense Zahl von Schwergeschädigten von Impfopfern. Und das können wir auch sehen an den Übersterblichkeiten in aller, allermeisten Ländern, die von den Behörden noch dazu durch Tricks verschleiert werden. Und wir können, wenn wir das alles wissen und belegen können, was der Fall ist, dann können wir diese Covid-Impfung wirklich, wie es heute schon mehrfach angeklungen ist, nur als das schwerste, größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte bezeichnen. Und die Corona-Politik und insbesondere die genbasierten Impfstoffe haben also diesen enormen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Und die Aufarbeitung ist jetzt mehr als überfällig. Und ich denke, alle Verantwortlichen, insbesondere aus den Reihen der Politik, sowie die Entscheidungsträger im Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ebenso die Medien, die mit Angst- und Panikpropaganda hier mitgeholfen haben, dass diese massiven Fehlinformationen an die Leute gebracht wurden. Und natürlich müssen wir endlich die Impfstoffhersteller und die impfenden Ärzte auch in den Mangel nehmen, die einen Riesen-Reibach mit der Impfung gemacht haben. Und wir müssen sie zur Kasse bitten, auch um die Impfopfer zu entschädigen. Damit diese Aufarbeitung endlich angegangen wird, muss wohl der Druck von Seiten der Gesellschaft immer größer werden. Und ich bitte jeden einzelnen Mitbürger, ich fördere jeden einzelnen Mitbürger auf, dem seine Gesundheit und seine Freiheitsrechte irgendetwas bedeuten. Er muss diese Aufarbeitung mit allen ihm zur Verfügung stehenden gewaltfreien Mitteln einfordern. Wir die ganze Menschheit, wir sind am Scheideweg, wenn wir die bedrohlichen Pläne der WHO, über die wir schon gesprochen haben, nicht stoppen, ist zu erwarten, dass uns nach dem Vorbild der Corona-Agenda eine Pandemie nach der anderen präsentiert wird, mit allen Konsequenzen. Jetzt möchte ich aber danken allen, die mitgeholfen haben hier. Ich danke im Namen der MWGFD von Herzen, den Referenten des heutigen Nachmittags, die uns alle Aspekte dieses so wichtigen Themas beleuchtet haben, ganz besonders den Betroffenen von Impfschäden, die ihre dramatischen Erfahrungen heute mit uns geteilt haben, damit auch andere Impfgeschädigte ermutigt werden und aus der Deckung kommen und ihr Recht auf Anerkennung ihres Impfschadens einfordern. Bedanken möchte ich mich bei euch, liebe Medienvertreter, die ihr mit großem Einsatz erst ermöglicht gemacht habt, dass das mit der Impfung geschehene Unrecht jetzt einer breiten Öffentlichkeit deutlich vor Augen geführt wird und damit kann die Fahrt, die Aufarbeitung endlich Fahrt aufnehmen und es können vielleicht, wenn wir Glück haben, in Zukunft drohende ähnliche Szenarien verhindert werden. Ich danke unserem super engagierten Helfer und Orga-Team, der Doris, der Ines, dem Sepp, der Helmi, Josef, Edgar, unserer Doreen, Petra, Claudia, Elisabeth und natürlich auch Johannes und ich danke unserer wunderbaren Technik, die uns schon bei so vielen Symposien begleitet hat, von Bernd von Klartenken TV mit seiner Frau Claudia und ich glaube auch sein Spesel Wolfi hat mitgeholfen und ich danke Manuela an der Kamera und Bernd an den Mikros. Vielen, vielen Dank euch. und bedanken möchte ich mich natürlich auch beim Inhaber dieser wunderbaren Räumlichkeiten hier dieses wunderschönen Cafés hier in Vilsbiburg, dass wir uns die Räume zur Verfügung gestellt haben und damit Mut bewiesen haben und nochmal danke allen Zuschauern, auch die, die ihr euch zugeschaltet habt über die Streamingkanäle. Wir müssen euch jetzt von euch in wenigen Minuten verabschieden, aber bitte nochmal helft mit, dass unsere Informationen geteilt werden in eurem Familienkreis und unserem sozialen Netzwerk. Und jetzt ganz zum Schluss gestatten Sie mir bitte noch einen persönlichen, privaten Hinweis. Es macht mir als Arzt, Familienvater und Großvater große Angst und Sorge, wenn ich die unsäglichen Kriegstreibereien vieler Politiker der Mainstream-Medien mitverfolge, mit denen wir mit denen wir wohl immer mehr in ein angeblich alternativloses Kriegsszenario herangeführt werden sollen. Und dieses Thema scheint auf den ersten Blick etwas abgekoppelt von dem zu sein, mit dem wir uns heute beschäftigt haben. Aber bei genauem Hinsehen werden wir erkennen, dass auch bei diesen Kriegen wieder die gleiche Clique der ultrareichen Protagonisten des militärisch-industriellen finanziellen Komplexes, wie Ernst Wolf sie oft nennt, dass die profitieren, die schon mit der Corona-Agenda ihren Reibach gemacht haben. Also haben wir damit auch einen verlässlichen Hinweis darauf, wer all diese Verbrechen eingefädelt und zu verantworten hat. Und die Geschichte lehrt uns, Krieg ist immer die allerschlechteste Lösung. Es erzeugt nicht nur unzählige Tote und Verwundete und bricht damit die Herzen von Müttern, Vätern und Kindern. Es hinterlässt auch im Außen nur Schutt und Asche. Und das ist immer dasselbe, egal wo dieser Krieg stattfindet. Die Menschheit befindet sich, das denke ich, was das betrifft, am Rande eines großen Abgrundes. Und es liegt an uns, ob wir es schaffen, das Schlimmste zu verhindern. Ich persönlich glaube an einen liebenden Gott, der hoffentlich noch rechtzeitig eingreift. Aber das erspart uns Menschen nicht, und zwar jedem Einzelnen von uns nicht, sich stets für Frieden und Versöhnung weltweit einzusetzen. Und deshalb bitte ich Sie alle, alle Menschen, Mitmenschen mit Herz und Verstand, bringen Sie sich ein, zeigen Sie Meinung und Gesicht in der Diskussion, im familiären Umfeld, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz. Schreiben Sie Leserbriefe an Ihre Zeitungen, schreiben Sie an Ihre Abgeordneten, fordern Sie zu Friedensverhandlungen auf und widersprechen Sie den angedachten Waffenlieferungen. Es ekelt mich einfach, ich kann es nicht mehr hören, mit denen noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird und der Krieg in immer mehr Länder getragen wird. Ich glaube an die Macht der Gebete und der Meditation und beten und meditieren Sie also für den Frieden. Es ist bereits mehr als fünf vor zwölf. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir das Ruder noch rechtzeitig herumreißen können und die Länder und Nationen wieder in friedliches Fahrwasser gelangen, damit allen Menschen, dass die Menschheit endlich in jenes längst vorhergesagte Zeitalter gelangt, in dem alle Menschen auf unserem wunderbaren Heimatplaneten in Frieden und Freiheit in Einklang mit der Natur und allen Mitgeschöpfen leben können und jeder einzelne gerechten Anteil an der Fülle der göttlichen Schöpfung haben darf. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend euch allen noch und den hier Anwesenden eine gute Nachhausefahrt. Ich danke für euer Dabeisein und wünsche euch allen alles Gute und Gottes Segen. Herzlichen Dank euch und pfiat euch. Und extra noch mal einen großen Applaus für den Ronny, der einfach einzigartig und spitze ist. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.